Meine Damen und Herren, hier anwesend und im Netz möchte ich Sie auch sehr herzlich als Hausherr begrüßen. Viel werde ich nicht sagen, ich bin ja kein Vortragender, aber es freut mich sehr, dass es dieses Wacker-Symposium gibt, weil Wacker und klassische Moderne auch irgendwo im Mittelpunkt meiner Sammlung ist. Ich habe ja dieses kleine private Museum, ist jetzt seit einem Jahr fertig geworden. Beim Museum muss ich ja vorsichtig sein, weil es ja nicht allgemein zugänglich ist, sondern nur auf Sonderwunsch. Aber es freut mich, dass es, wie gesagt, gelungen ist und wir haben uns vorgenommen, neben dieser Ausstellungsstätte auch das ein oder andere zu tun, um die Kunst sonst noch zu fördern und auch wissenschaftlich da oder dort in den Vordergrund zu bringen. Und ich hoffe, das gelingt mit dem heutigen Symposium. Und in diesem Sinn also noch einmal herzlich willkommen, danke und ich freue mich auf einen interessanten Tag und interessante Vorträge, vielleicht auch die eine oder andere interessante Diskussion. In diesem Sinne noch einmal Grüß Gott und Herr Gieser. Das ist eine fachliche Einleitung. Weniger fachlich, sondern auch für den Ablauf. Grundsätzlich zwei Sätze noch zum Haus. Es ist natürlich, es ist zwar, wir nennen es Museum, ist aber in Wirklichkeit auch die Fortsetzung, die museale Fortsetzung in einer privaten Sammlung des Ehepaarordners, das seit 40 Jahren sich mit österreichischer Kunst zwischen 1800 und, wie man sieht, 2000 beschäftigt, mit besonderen Vorlieben. Und eine der Vorlieben ist die österreichische Zwischenkriegszeit, also Sedlacek und natürlich Wacker, die neue Sachlichkeit. Und eine Besonderheit der Sammlung Ordner ist der Umstand, dass jetzt nicht nur ein oder zwei Bilder oft gesammelt werden, angeschafft werden von einem Künstler, sondern dass es zu Werkgruppen kommt. Schon allein aus der Freude heraus, dass mit einer Werkgruppe ein Künstler ja sehr viel besser dokumentierbar, erkennbar, erfahrbar ist. Das hat dazu geführt, dass es für eine ganze Reihe von Künstlern, im 19. Jahrhundert ist es Rudolf von Alt oder Karl Schuch, auch Schindler, im 20. Jahrhundert sind es dann Kubin, Töni, Sedlacek und eben Rudolf Wacker, wirklich eine ganz respektable Zahl von Bildern gibt, die auch werkerklärend sind bis zu einem gewissen Grad. Von Wacker gibt es in der Sammlung Ordner elf Werke, davon zehn Ölbilder, eine Zeichnung. Und als ersten Vortragenden darf ich den Herrn Dr. Jürgen Thaler ankündigen. Sein Hauptbeschäftigungsort ist das Franz-Michael-Felder-Archiv in Bregenz. Er ist ja einer, den man als Mr. Wacker bezeichnen kann, weil er immer wieder, naja, die letzte große wunderbare Ausstellung, Wacker im Krieg, hat schon wieder einen Impuls gesetzt. Nach dem Studium der Germanistik, Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Wien, waren sie dann an der Freien Universität Berlin, haben dort Doktoratstudium gemacht, und waren dann Stipendiat am Franz-Rosenzweig-Forschungszentrum der Hebrew University in Jerusalem. Und seit 1989 leiten sie das Literaturarchiv am Franz-Michael-Felder-Archiv der Vorarlberger Landesbibliothek. 2001 war die Promotion in Berlin zum Doktor der Philosophie. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Ortner, für die Einladung. Herzlichen Dank, Herr Giese, für die Einführung, die Anmoderation und die Organisation. Auch Fabian Pohl, mit der wir alle jetzt ja auch viel zu tun haben. Ich habe mich gefreut, dass hier die Initiative letzten Sommer zum ersten Mal, als wir hier waren, so ein bisschen sichtbar und reflektiert wurde, hier eine Tagung zu machen. Ich habe mich auch gefreut, dass ich im Hintergrund so ein bisschen mitorganisieren durfte. Also herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen. Und ich beginne mal mit meinem Vortrag. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Idee war, mit biografischem diesen Rudolf-Wacker-Tag zu eröffnen. Das kommt mir insofern entgegen, als ich dadurch beinahe jede kunsthistorische Einlassung elegant umgehen kann. Warum kommt mir das gelegen? Weil ich von der Ausbildung kein Kunsthistoriker bin und mich so vor Blamagen und Gemeinplätzen auf diesem Gebiet leicht retten kann. Gleichzeitig sind die folgenden Vorträge in der Tat auf Kunst und Ästhetik ausgerichtet, dass hier mein notwendiger Verzicht beinahe folgerichtig erscheint. Leben und Nachleben, die im Titel genannt werden, sind zwei Begriffe, die einander bedingen. Kein Leben ohne Nachleben, kein Nachleben ohne Leben. Leben und Nachleben korrespondieren miteinander. Was einmal in Bewegung war, was auf Zeitströmungen reagieren konnte, was weiterentwickelt, was beurteilt und verurteilt, was sich vernetzt hat, was angepriesen und angeboten werden konnte. Es erstarrt mit dem Tod, ist abgeschlossen, blutleer, wird zum eingefrorenen Bild, das andere erst wieder sichtbar und lebendig machen können. Mit dem Tod eines Künstlers verändert sich der Blick auf sein Werk. Es wird historisch, es wird ein Resümee in Trauerreden und Nachrufen gezogen. Die Nachwelt muss, soll und will sich nun um Leben und Werk kümmern. Die Werke selbst beginnen, ihr eigenes Leben zu führen, befreit oder alleingelassen vom Leben ihres Erschaffers, oftmals im Dunkeln, selten im Licht. Sie wechseln die Besitzer und die Betrachter, die Orte, die Kontexte, die historischen Gegebenheiten, alles Faktoren, die die Wahrnehmung phrasiert. Durch die Zeiten hindurch verändert sich die Aufmerksamkeit, die den Werken entgegengebracht wird. Eine historische Signatur wird in den Bildern sichtunlesbar. Neue oder längst verschwunden geglaubte Werke tauchen auf, der Nachlass wird besichtigt. Nach dem Tod bieten sich oftmals neue Möglichkeiten, dem Werk und dem Werkprozess nahezukommen. Neue Wege, das Verständnis zu etablieren. Man kann in Briefen lesen, man kann Tagebücher studieren, man kann zwar nicht mehr mit, aber man kann über den Künstler reden. Der zeitliche Abstand zur Werkentstehung verändert den Blick, verwischt ihn, schärft ihn. Die Gewichte, mit denen das Werk belastbar wird, können und werden sich verschieben. Die Werke werden im besten Fall museal, museumswürdig, im schlechtesten Fall verschwinden sie aus der öffentlichen Wahrnehmung, aus der prozesshaften Kunstgeschichte des Auf und des Ab. Es sind dies insgesamt kaum kalkulierbare, aber doch rekonstruierbare Prozesse, geformt durch eine elaborierte Geschichtsschreibung, die das Leben und Nachleben gestalten. Dieser, Sie wissen von Abi Warburg, zentral in die Kunst-, Kultur- und Geistesgeschichte eingepflegter Begriff, das Nachleben des Nachlebens, ist letztlich ein Umbrella-Term, unter dem sich andere Begriffe einfinden können. Zum Beispiel die Wiederaufnahme, das Fortleben, das Überleben, die Wiederentdeckung, die Wiedererweckung, die Wiedergeburt, die Erneuerung, die Renaissance und so weiter. Begriffe, die dann auch oft in Ausstellungstiteln, Publikationen etc. jedem offensichtlich und oft aufgegriffen werden. Ein Beispiel ist die sogenannte Gedächtnisausstellung. All dies betrifft und trifft auch das Werk Rudolf Wackers, das ich im Folgenden an neuralgischen Punkten in den Blick nehmen möchte, um derart spezifische, besondere Formen der Wahrnehmung zu Lebzeiten und nach seinem Tod herauszuarbeiten. Der Blick wird von mir nun gerichtet auf erste und letzte Ausstellungen zu Lebzeiten und nach seinem Tod, wenn das sogenannte Nachleben beginnt. Letzte Bilder 1938 bis 1940. Rudolf Wacker zeigte letztmals zu Lebzeiten eine Auswahl aus neuester Produktion im August 1938 in seiner Heimatstadt Bregenz im Rahmen einer Gruppenausstellung, die anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Künstlervereinigung Vorarlberger Kunstgemeinde durchgeführt wurde. Österreich war vor wenigen Monaten Teil Hitlerdeutschlands geworden, der Gau vor Arelberg, der später im Gau Tirol vor Arelberg aufgehen wird, hat das Bundesland vor Arelberg abgelöst. Wacker zeigte in dieser Ausstellung, in der Werke von 29 lebenden und 10 toten Malern sowie von einer lebenden Malerin, nämlich von Stefanie Hollenstein ausgestellt wurden, acht Gemälde. Und Sie sehen quasi das schöne Zitat, die Kunst ist eine erhabene und zum Fanatismus verpflichtende Mission von Adolf Hitler, allen bekannt. Das Zitat wurde eingraviert in München auf dem Haus der Kunst. Und es ist natürlich schon interessant, diese Hybris der Vorarlberger Kunstgemeinde quasi dieses Zitat sich auch gleich mal zu eigen zu machen, um hier darauf hinzuweisen, unter was für einem Regime quasi diese Bilder jetzt auch gezeigt wurden. Herr Wackert, hier ein Blick auf das Ausstellungsgebäude, in dem diese Bilder gezeigt wurden. Das ist heute die HTL für verschiedene Fachrichtungen. Und damals war es die staatliche Gewerbeschule. Das war quasi der Ausstellungsraum, in dem die VKG so ein bisschen ihre Heimat hatte, ihre Ausstellungen durchgeführt wurden. Die unmittelbar vor, also Wacker zeigte die unmittelbar vor, wir wollen schauen, was wir da als nächstes haben. Das ist die Werkliste der Wacker-Bilder. Wacker zeigte die unmittelbar vor Ausstellung fertiggestellte Bregenzer Aach-Landschaft, die heute nicht mehr vorfindbare, das wird nicht mehr vorfindbare bildgotische Figur und Strauß. Das Haus des Metzgers aus Lindau, das wir hier sehen, er zeigte auch, das ist das schöne Bild, das Aquarium. Er zeigte ein Bild seiner Pilzgemälde. Er zeigte das Bild japanische Puppe und Narzisse. Er zeigte das Bild Herbststrauß mit Falter. Und er zeigte das kleine Herbststräußchen. Von diesen acht Gemälden wechselten zwei in Privatbesitz, die gotische Figur und Strauß und das Aquarium. Die beiden Herbststrauß-Bilder kauften die neuen nationalsozialistischen Machthaber für die landeseigenen Sammlungen. Dass eines davon in den 1950er Jahren hohen Beamten als Geschenk mit in die Pension gegeben wurde, wäre nicht weiter aufgefallen, hätten die Erben es nicht 2017 versteigern lassen. Die Pilze und die japanische Puppe und Narzisse blieben im Rahmen der Ausstellung unverkauft. Der Künstler war alles in allem mit dem Verkauf zufrieden. Die nicht verkauften Arbeiten wurden im Rahmen einer Wanderausstellung gezeigt, deren Sinn es war, die, Zitat, Eigenart der Vorarlberger Künstler kennenzulernen, die sich geschlossen in den Dienst der nationalsozialistischen Kunstidee gestellt haben. Zitat Ende. Rudolf Wacker malte im November 1938 sein letztes Bild. Im Dezember nahm er mit wenigen kleinen Blumenbildern in der Weihnachtsausstellung der Künstlergemeinde teil, die allesamt verkauft wurden. Darunter auch dieser Blütenzweig. Rudolf Wacker starb, nachdem alle medizinische Betreuung nicht mehr half, an seinem Herz leiden am 19. April 1939 in Bregenz, einen Tag vor Hitlers 50. Geburtstag. Schaut man sich nach Nachrufen in der lokalen Tagespresse um, andere sind leider nicht aufzuspüren, dann beklemmt einen die Wahrnehmung dieser Koinzidenz von Trauer und Aufbruch. Mit Wackers Tod ging ein Malerleben zu Ende, das eigentlich erst 1925 so richtig mit der Entscheidung begann, neben der Zeichnung mit Ölgemälden an die Öffentlichkeit zu treten. Nicht nur am Ende, meine sehr geehrten Damen und Herren, schon zu Beginn von Wackers Ausstellungstätigkeit stand eine Gruppenausstellung, der im Jahr 1925 im gewissen Sinne neu gegründeten und wieder gegründeten Vorarlberger Kunstgemeinde, die ja, wie erwähnt, 1938 ihr 25-jähriges Jubiläum begann. Kurze Rückblende für alle, die nicht so vertraut sind mit der Biografie und dem Werk von Rudolf Wacker. Wacker, Rudolf Wacker, war nach seinen Studienjahren in Wien, wo er es nicht in die Akademie schaffte, und in Weimar nach seinem Kriegseinsatz an der Ostfront und seiner sibirischen Kriegsgefangenschaft 1920 wieder nach Bregen zurückgekehrt. Er versuchte zunächst sein Glück in Berlin, was ihm aber nicht gelang, lernte aber dort Ilse Möbius kennen, die ihm Modell stand. Sie war die Tochter eines Pastors aus Goslar, ein Städtchen in der Nähe von Hannover. Die beiden jungen Leute heirateten an Weihnachten 1922. Nach Berlin versuchte das junge Ehepaar, Wacker Möbius, frisch verheiratet in Wien Fuß zu fassen. Nicht zuletzt, um dort auch in engem Kontakt zu Wackers Kameraden aus der Kriegsgefangenschaft zu sein, hier vor allem zu seinem lebenslangen Freund Josef James Genser, der in Wien begann, damals als Jurist zu arbeiten. Wacker wusste auch und reflektierte das Thema sein Leben lang, dass die Provinz nicht der richtige Ort ist, um Maler zu sein, um als moderner Künstler zu leben und dort auch zu reüssieren. Es waren in vielerlei Hinsicht aber intensive Wiener Monate in der Weringer Straße 200. Das Tagebuch dieser Zeit ist leider verloren. Aber auch dieser Versuch in den Jahren 1923, 1924 in Wien sich zu etablieren scheiterte, sodass sich das Ehepaar Wacker durchrang, wieder nach Bregens in die elterliche Villa zu ziehen, die sein Vater, ein aus Tirol stammender Baumeister, Interessant, in Koinzidenz eigentlich, es gibt ja richtige Väter und so metaphysische Väter. Also der hat da eine große Villa, die ich Ihnen jetzt auch gerne hier zeige, so schaut sie heute aus, bauen lassen. Dort zog Wacker zurück, der Vater ist aber schon 1914 verstorben. Jetzt muss ich einmal kurz schauen, ich zeige Ihnen hier das nicht nur quasi als gemalt, als echtes Bild, sondern auch als gemaltes Bild und dieses schöne Bild hat gemalt die Enkelin von Rudolf Wacker, Alexandra Wacker, die jetzt auch schon älter ist und in Wien lebt. Das Bild ist jetzt, wie sie mir gerade vorhin noch geschrieben hat, in der Sammlung des Landes. Wutte stimmt, wahrscheinlich wird es so stimmen. Also neben Rudolf Wacker, er war das jüngste der Kinder von Romedius, Wacker und Marianne, geborene Wüstner, also die Mutter, die aus dem Bregenser Wald stammte, sind zu nennen Franz Wacker, der später im Erdgeschoss der Villa eine Augenarztpraxis unterhielt. Romedius Wacker, er war Arzt im schweizerischen Solothurn. Und Maria, seine Schwester, die mit einem Lehrer verheiratet war, der in Salzburg später in Bregens unterrichtete. Mit dem Um-Besser-Rückzug in die heimatliche Provinz begann Wacker sich auch intensiv mit der Ölmalerei zu beschäftigen, um damit neben dem Feld der Zeichnung eine zweite bildnerische Tätigkeit massiv zu eröffnen. Erste Bilder 1924 bis 1925. Nachdem Wacker eine ganze Reihe von Ausstellungen mit seinen Zeichnungen bestückt hatte, zeigte er erstmals Gemälde im Rahmen der vierten Thüringer Kunstausstellung in Weimar, mit dem, zu dem ihm seine Beziehung zu Kommilitonen aus der Vorkriegszeit geholfen haben. Und er zeigte dort in Weimar die Arbeiten Stillleben mit Krügen, kommt uns auch bekannt vor, hängt unten im Original, er zeigte das Bild Stillleben mit Lampe und wahrscheinlich das Stabbild am breiten Tor, sowie weitere Zeichnungen. Weimar, Berlin, Deutschland insgesamt waren Zeitlebens für Wacker wichtig, sollen Zeitlebens für Wacker wichtig bleiben. Infolge seines Studienaufenthaltes in Weimar und auch wegen, entschuldige, dass ich da jetzt so hin und her, Fuhrwerke, und auch wegen seiner Studie und auch wegen dem Geburtsort seiner Frau war Weimar und das nördliche Deutschland viel immer ein wichtiger Bezugsrahmen. Zum Beispiel notiert er eben am 14. Mai 1925, quasi so ein bisschen pathetisch, weil zum ersten Mal hier eigentlich Bilder in die Welt geschickt werden, aber sehr lakonisch. Heute eine Kiste mit Bildern, großes Stillleben, kleines Stillleben, Landschaft und Zeichnungen ans Landesmuseum Weimar zur vierten Thüringer Kunstausstellung abgeschickt, zu der ich eine persönliche Einladung erhalten hatte. Heißt es dazu lapidar im Tagebuch. 1925 gründete sich die Vorarlberger Kunstgemeinde nach dem Ersten Weltkrieg neu und zelebrierte diesen Start mit einer recht großen Ausstellung, in denen laut Katalog insgesamt 207 Arbeiten gezeigt wurden, darunter auch 13 Gemälde von Wacker, sowie 16 seiner Arbeiten auf Papier, darunter auch ein lithografisches Selbstbildnis, von dem der Katalog weiß, dass es sich in der Albertina mittlerweile befindet, dass aber, so meine Recherchen, in der Albertina heute niemand mehr zu kennen scheint. Jedenfalls in der mir zugesandten Bestandsliste taucht es nicht auf. Man wird sagen können, dass wohl nicht das in Bregenz ausgestellte Exemplar nicht mehr zurückgeschickt wurde, sondern dass wahrscheinlich einfach ein anderer Abzug, ein anderer Druck in der Albertina von Anton Reichel, mit dem Wacker ja auch bekannt war, angekauft wurde. Aber man sieht quasi Werbung von Wacker, um zu verdeutlichen, dass man in der Metropole gesammelt wird. Wacker und die Albertina, Wacker und Wien wäre ein eigenes Kapitel. Wacker hatte während seiner eben erwähnten Zeit in den frühen 1920er Jahren in Wien auch Kontakt zu Anton Reichel aufgebaut, der zeitlebens sein Förderer geblieben war. Der in Graz geborene Reichel wurde 1913 Kustos, 19 Kustos Stellvertreter, 1918 Kustos, 1934 Stellvertreter, 1938 Kommissarischer und 1942 Direktor der Wiener Albertina. Der Museumsmann, der auch als Komponist tätig war, verstarb übrigens 1945. Kommen wir zurück zur Bregenzer Ausstellung. Die Liste der Werke der Bregenzer Ausstellung zeigt an, dass darunter auch die beiden heute hier im Museum vereinigten ikonischen Werke, nämlich die beiden Selbstporträts, erstmals und auch letztmals gemeinsam zu sehen waren. Übrigens, Frau Klimesch wurde in Bregenz mit abgedeckter Brust ausgestellt. Jene für das frühe Werk Wackers zentrale Frauenfigur, die sich, wir kommen darauf zurück, mit Wackers Frau Ilse quasi einen Konkurrenzkampf auf der Leinwand und auf dem Papier lieferte. Für mehr als 90 Jahre waren diese beiden großartigen Gebälde nicht mehr gemeinsam zu sehen, bis der Maler in einer Auktion 2018 aus dem Nichts wieder auftauchte. Erorten hat das Bild damals erworben und es uns für die Bregenzer Ausstellung Wacker im Krieg 2018 quasi postwendet geliehen. Dafür nochmals danke. Wackers weitere Ausstellungstätigkeit und Ausstellungsmöglichkeiten wurden getragen von Künstlervereinigungen. Zu nennen sind hier neben der Vorarlberger Kunstgemeinde vor allem die Vereinigung der Kreis, eine internationale Vereinigung von Malern um den Bodensee, die eine rege Ausstellungstätigkeit realisierte und es Wacker ermöglichte, vielerorts seine Sachen zu zeigen im Bodensee-Trelendereck. Ich habe Ihnen aber auch noch einige Bilder mitgebracht, die damals 1925 in Bregenz gezeigt wurden. Dieses hier. Soweit die Bilder mit Bildern überhaupt heute noch greifbar sind. Dann aber konnte Wacker auch ein interessanter Aspekt auch als Tiroler Künstler revisieren, weil er, wie erwähnt, väterlicherseits mit Tiroler Wurzeln ausgestattet war. So waren seine Werke für manche Tiroler Journalisten überraschend, 1925 nicht nur in Bregenz und Weimar, sondern auch in der ersten Ausstellung der Tiroler Kunstvereinigung Waage zu sehen, die in Innsbruck im Salon Unterberger gezeigt wurden. Die Verbindung Wackers zu Ernst Nepo, die damals wohl zustande kam, ist bislang kaum sichtbar geworden. Die müsste aber im Zuge einer neuerlichen Anfrage an die Familie Nepo, die noch im Besitz des Nachlasses ist, vorangetrieben werden. Sie wissen, Sie wissen, es getragen von einem neuen Künstlerbewusstsein, gab es in der Ersten Republik eine Welle von Gründungen, von Künstlervereinigungen, auch in den österreichischen Bundesländern, die alle in den Jahren 1924, 1925 stattfanden. Vor Adelberg war hier, gut zu wissen, keine Ausnahme. Wacker zeigte bei den Tirolern, zu denen er sich auch emotional sein Leben lang hingezogen fühlte, in Innsbruck, das Stillleben mit zwei Puppen, heute im Ferdinandiem und dieses schöne Bild, die Bregenzer Pfarrkirche. In den Innsbrucker Nachrichten erschien eine auch heute noch lesenswerte Besprechung, in der vor allem auch der Humor in Wackers Bildern, der sich in Wackers Bildern zeige, hervorgehoben wurde. So wenig nun zu den ersten und letzten Ausstellungen von Rudolf Wacker, zwischen denen, das finde ich ein extrem wichtiger Punkt, nur knapp 15 Jahre enormer Produktivität und ein intensives Leben lagen. Nicht nur im Bereich der künstlerischen Tätigkeits, sondern auch im Bereich des Reisens, des Feierns, des Lebens, des Hoffens und des Bangens. Es war aber auch ein Leben, das durch das Durchschreiten mehrerer politischer Systeme geprägt ist. Geboren und ausgebildet, wurde Wacker ja bekanntlich in der K&K-Monarchie, er lebte in der Ersten Republik, im Ständestaat, bis hin zur Hitler-Diktatur. Das heißt, ein für mich wichtiger Punkt, Wackers malerisches Oeuvre entstand in Zeiten des Aufbruchs, des Höhepunkts und des Niedergangs der Ersten Republik. Es wäre einmal ein Versuch wert, Wackers ausdifferenziertes und extrem unterschiedliches Bildprogramm mit den politischen Entwicklungen Österreichs eng zu führen. Schon alleine, wenn man sich das Erste und eines der letzten Bilder ansieht, wird deutlich, warum auch immer, dass das Verblühen und Verblassen eines politischen Systems der Aufbruch, das Riskante, hier allegorisch vorgeführt wird. Also, mit was für einer Ideenreichtum 1925 die Bilder erfunden wurden und mit was für einer Kärgheit und vielleicht auch schöner, die letzten Bilder gemalt waren, das sind so die Spanne, in der sich auch der, das klixtopathetisch, der Lebens- und Arbeitsbogen Wackers eigentlich darstellt. Als Wacker starb, eben am 19. April 1939, nennt sein Werkverzeichnis je nach Art der Erzählung mit und ohne Nachträge circa 450 Gemälde. Circa 150 Gemälde fanden zu Lebzeiten keine Käufer. Sie lagerten nach seinem Tod in der Villa in der Bregenzer Römerstraße, wo nun seine Frau Ilse und sein einziger Sohn Romedius, der 1925 zur Welt kam, vor die Aufgabe gestellt wurden, das Erbe Wackers anzutreten, sein Nachleben zu gestalten. Das Nachleben beginnt, die Bilder leben weiter, das Nachleben ist ein Weiterleben. Die jeweilige Gegenwart ist wahrnehmungsleitend und konstitutiv für das Wacker-Bild. Die jeweiligen Interessen bestimmen die kategorialen Voraussetzungen, das Wie, das Wo und das Was, unter denen das Weiterleben der Bilder von Rudolf Wacker überhaupt stattfinden kann. Hier sind Details entscheidend, oftmals der Zufall bestimmend. Wackers Tod im Februar 1939, ein halbes Jahr vor Kriegsausbruch, machte es schwer, gleich mit der öffentlichen Pflege zu beginnen. Es war ihm so aber auch verunmöglicht, im Guten wie im Schlechten, seine politische Position, seine Kritik am Nationalsozialismus zu formulieren. Begraben wurde er, das geht aus den wenigen Nachrufen hervor, nicht nur als geschätzter Maler, sondern auch als ehemaliger Kriegssoldat, neben Vertretern der Vorarlberger Kunstkünstlerschaft, sprach deshalb auch der Obmann der NS-Kriegsopferfürsorge an seinem Grab. Mit drei Schüssen wurde angezeigt, dass wieder, Zitat, ein Krieger, der lange Jahre das bittere Los der Gefangenschaft getragen, zur letzten Ruhe eingegangen ist. Zitat Ende. Wackers Einstellung zum Hitlerismus als national geprägter im Austrofaschismus sich aus unterschiedlichen Gründen immer stärker etablierender Künstler verhinderte nicht, dass die Nationalsozialisten weiter seine Werke ausstellten. Die Provinz diktiert doch hin und wieder anders. Man hat den Eindruck, dass seine Vorarlberger Kollegenschaft bewusst war, dass Wackers Kunst die ihrige weit überstrahlte. Heute spielen seine Werke ohnehin in einer Liga, die für alle anderen damals an den Start gegangenen KünstlerInnen absolut unerreicht blieb. Normalerweise, aber es ist schon in den Jahren 1939-40 normal, richtete die VKG, also die Künstlervereinigung, ihren verstorbenen Mitgliedern im Rahmen ihrer Ausstellungen Schwerpunkte ein. Für Wacker selbst plante man schon 1940 eine Gedächtnisausstellung, die wegen des Kriegsbeginns nicht durchgeführt wurde. Die letzten Arbeiten, die im Abtausch von Monarchie, Erster Republik, Ständestrat, Drittes Reich stattfanden, wurden im Rahmen der Ausstellung gezeigt, die die Vorarlberger Kunstgemeinde mit dem Krieg, mit dem Kreispropagandaamt in Dornen durchgeführt hat. Von Wacker waren zu sehen, der Katalog, und sie waren jetzt bei der Mottofindung und nicht wirklich Ideenreich, steht immer das gleiche Motto von Adolf Hitler wieder im Katalog vorne, gezeigt wurden und das finde ich schon ziemlich spannend, wenn man sich überlegt, quasi Nationalsozialismus, welche Bilder wählt man aus, welche Bilder zeigt man, gezeigt wurde. Dieses finde ich sehr spannende und von der Bildfindung her auch im Kontext von Politik, Nationalsozialismus, Macht, Identität aussagekräftige Bild. Es wurde leider das im Original heute nicht mehr greifbare Bild mit den Käfern gezeigt und es wurde gezeigt eine klassische, wenn man so will, Stadtansicht der Hinterhöfe, diesmal von Goslar, ein Bild, das sich heute in Belvedere in der österreichischen Galerie befindet. Gesichert und für die weitere Geschichte entscheidend ist aber, dass das Werk Wackers nicht durch etwaige Anbiederungen ans Dritte Reich nach der Kapitulation toxisch geworden wäre. Das scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein, wenn wir uns noch kurz dem Nachleben der Werke von Wacker nach 1945 zuwenden. Schon 1946 fand in den Räumen des Vorarlberger Landesmuseums, also der Sprung quasi von der Vorstadtschule ins Zentrum ist damit auch geschafft, in der Tat eine bemerkenswerte große Wacker-Gedächtnisausstellung statt, die die neu gegründete Vorarlberger Bauhütte organisiert hat. Wacker wird so zum abwesenden Gründungskünstler einer neuen Künstlervereinigung. Die Ausstellung vereinigte, das ist der Katalogtitel, also der Katalogtitel, der aufgelegt wurde, die Ausstellung vereinigte 70 Gemälde sowie 45 Zeichnungen. Sie hatte in der Tat eine respektable Größe. Die Gemälde stammten circa zur Hälfte aus dem Nachlass Wackers, zur anderen Hälfte aus eigenem Museumsbesitz beziehungsweise aus Vorarlberger Sammlungen. Zur Ausstellung erschien ein Katalog, in dem erstmals Ausschnitte aus Wackers Tagebuch veröffentlicht und so eine Biografie, ein Bild der Persönlichkeit anhand von Tagebucheintragungen versucht wurde. Zunächst werden mal theoretische Ausschnitte gebracht, gefolgt von eher trostlosen Selbstbeschreibungen, die sich mit trostlosen politischen Betrachtungen abwechseln. Das Image des leidenden, denkenden, resignierenden Malers wurde so konstruiert. Auch des von den Nationalsozialisten verfolgten Malers gelangte so erstmals in Zirkulation und bleibt und bleibt bis heute ein notorischer Aspekt in der Wacker-Biografik. Wacker notierte im Tagebuch für den 25. Mai 1938. Er selbst war aber gar nicht zu Hause, dass zwei Chondarmen im Auftrag der Gestapo eine Hausdurchsuchung durchgeführt haben. Er vier Tage später zur protokollarischen Einvernahme zur Gestapo geladen wurde, dass sich alle Gerüchte, dass er Kommunist sei, rasch auflösten und dass sein Engagement bei der Vaterländischen Front niemanden sonderlich interessiert habe. Er notiert auch, natürlich, dass er im Umkreis der Hausdurchsuchung und Einvernahmen heftige Schmerzen der Nerven der Adern des Herzens bekam. Dieser Eintrag wurde im Ausstellungskatalog so veröffentlicht. Heute Vormittag durch zwei Gendarmen im Auftrag der Gestapo in unserer Wohnung Hausdurchsuchung. Erinnerung an Sibirien. Mittags heftige Armschmerzen, Nerven, Adern, Herz, Samstag 28. Vorladung zur Gestapo. Abends heftiger Anfall, Sonntag 29. Protokolleinnahme in der Gestapo Vorabend erster Leichtangina Pectoris Anfall. Ausgeblendet in den biografischen Skizzen des Katalogs 1946 verständlicherweise und nur hier kurz nachgetragen wurden Wackers Erfolg im Ständestaat, die ihn doch eine ganze Reihe von Ausstellungen und auch Erfolgen einbringen sollten. Bis hin, dass für die neue österreichische Galerie ein Werk angekauft wurde, das zunächst auf der Biennale in Venedig 1934 ausgestellt worden war. Sie wissen es, das war das Jahr, als Österreich erstmals einen eigenen Pavillon hatte und wir sind im Jahrzehnt der Leistungsschauern ein Überblick über das bildnerische Schaffen Österreichs gezeigt wurde. Wacker trat in diesen Jahren der Vaterländischen Frontbrei, wurde Funktionär im Zentralrat der Bildenden Künstler. Man hat den Eindruck, das hat er deshalb gemacht, weil er so sehr günstig zu seinem Freund James Genser nach Wien fahren konnte und erhoffte sich, sein letzter großer Plan zu Lebzeiten vor dem persönlichen gesundheitlichen und politischen Zusammenbruch, eine Professur an der Akademie, für die er vieles tat, die aber letztlich nicht Rudolf Wacker, sondern Herbert Böckel, auch ein Biennale Teilnehmer des Jahres 1934 bekommen hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Nach 1945 und es beginnt so ein bisschen dieser Mythos Wackers als Opfer der Nationalsozialisten stark verbreitet zu werden. 1935, 1945 lesen wir zum Beispiel bei Nepo, dass er zum Zwecke in einem Memorandum, dass Nepo wahrscheinlich zum Zwecke der Selbstentnazifizierung geschrieben hat. Durch mein Wirken war es auch möglich in Notfällen finanzielle Hilfe auch für politische Gegner, zum Beispiel Mahler Rudolf Wacker Bregenz durchzusetzen. Die Ausstellung im Bregenz des Jahres 1946 festigte Wacker als wichtigen Künstler der Vorarlberger Kunstgeschichte. Die Resonanz auf die Ausstellung war vor Ort verhalten. Lediglich ein alter Fan und Follower Wackers, der schon vor dem Krieg sich für Wacker engagiert hatte, hat einen langen Artikel in den Vorarlberger Nachrichten veröffentlicht, in dem er Wacker als überragender Maler darstellt und die nicht zu würdigen. Interessanterweise wurde die Ausstellung noch im gleichen Jahr im St. Galler Kunstverein gezeigt. Bei der Eröffnung in St. Gallen gab es ein Stellich ein der Vorarlberger Politprominenz. In der regionalen Vorarlberger Presse wird vor allem darüber berichtet, welche politische Dimension diese Ausstellung habe. Und hier bahnt sich schon der Weg Vorarlbergs an, dass seine neue Identität im Alemannentum sah und Wacker in diesem Zusammenhang als jemanden bezeichnete, der dem Zitat ganzen alemannischen Volkstamm bedeutende Ehre macht. Zitat Ende. Die Ausstellung wurde angereichert durch fünf Gemälde aus St. Galler Privatbesitz. Oftmals, vielleicht sogar immer, sind es Einzelpersonen, die es schaffen, etwas für einen Künstler zu tun. Durch Überzeugung, Geschick und Engagement. Bei Wacker gibt es, wenn man das so sagen darf, das Dreigestirn Max Haller, Oskar Sandner und Rudolf Sagmeister, die im Nachleben Wackers gestaltend eingegriffen haben. Ich kann mich hier heute nur noch auf den Freund von Rudolf Wacker, den Bregenzer Kommunalpolitiker und Kommunisten Max Haller kurz konzentrieren. Haller hatte in der Wiener Zeitschrift Tagebuch, die von der KPU herausgegeben wurde, 1953 einen Artikel anlässlich des 60. Geburtstages von Wacker mit dem Titel Wer kennt Rudolf Wacker ? veröffentlicht, indem er, wie man klug und präzise das Werk Wackers beschreibt und interpretiert und analysiert und am Ende Folgendes einfordert. Schönes Zitat, die Klickenwirtschaft in Österreich, das mangelnde Interesse an den wahren Werten unserer Kultur ist Schuld daran, dass Rudolf Wacker immer noch nicht den Platz einnimmt, der ihm seiner künstlerischen Leistung wegen gebührt. Wäre sein 60. Geburtstag nicht Anlass genug gewesen, in einer Gedächtnisausstellung das Lebenswerk dieses bedeutenden Vorarlberger Malers auch einmal in der Bundeshauptstadt Wien zu zeigen? Haben wir nicht eine Kulturabteilung des Landes? Haben wir nicht einen Vorarlberger als zuständigen Minister? Es dauerte weitere Jahre, bis sich Hallers Brandrede ausgezahlt hatte. Es war die Initiative der österreichischen Galerie Wacker eine Ausstellung zu widmen, die letztlich 1958 als 44. Wechselausstellung im Belvedere eröffnet wurde. Im schmalen Katalog, der die Ausstellung begleitet, wird Wacker bezeichnet als wenig bekannt gewordener. Zitat Unter den jüngeren österreichischen Malern, deren früher Tod ein abgeschlossenes Urteil über ihr Werke erlaubt, ist der Bregenzer Rudolf Wacker einer der wenig bekannt gewordenen. Garza Rolli, der damalige Direktor, schreibt dann weiter in seiner kurzen Einleitung und nimmt damit Bezug auf den Abdruck der Tagebuch Auszüge der Bregenzer Ausstellung, Zitat, Zitat, Ein Blick auf die ausgestellten Gemälde in der österreichischen Galerie zeigt zweierlei. Zum einen wurden viele Zeichnungen und Linol-Schnitte aus der Kriegsgefangenschaft ausgestellt, dann aber fällt auf, dass, wie schon in der Bregenzer Ausstellung von 1949 kein Bezug auf Arbeiten gemacht wurde, die Marie Klimesch zeigen, also nicht das revolutionierende naturalistische Klebebild, nicht das Selbstbildnis als Maler. So hat zaghaft aber doch neben dem prüden Österreich die Witwe mitgestaltet am Bild, dass man sich vom Maler Wacker machen hat können. Aber, wie hier mein Versuch über Leben und Nachleben zu verdeutlichen versuchte, nicht nur sie. Das Werk von Wacker kam unter die Räder bundesstaatlicher Besonderheiten, nämlich dem Reflex des öffentlichen politischen Vorarlbergs gegen das Zentrum in Wien. So blieb und bleibt Wacker, nachdem das Werk Wackers nach 1945 durch Gedächtnisausstellungen versucht wurde zu platzieren, letztlich, nachdem die Zeit des Wiederaufbaus vorbei war, ein Vorarlberger Künstler, um den sich vorangig Vorarlberger gekümmert haben. Dem aber, und mit dieser Fantasie will ich hier enden, vielleicht der junge Rudolf Leopold in der Ausstellung im oberen Belvedere erstmals begegnet ist und so bei dieser Gelegenheit sein Wackerfieber entfacht wurde. Denn er ist, wenn es um das Nachleben Wackers geht, zumindest hier am Ende, zu dem ich nun gelangt bin, entschieden zu nennen. Neue Namen sind ihm auf der Spur, sie ermöglichen es uns, Wackers Bilder im Original zu studieren und immer wieder neu zu entdecken. Schön, dass wir heute dazu die Gelegenheit haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ob du Hinweise darauf gefunden hast oder kennst, dass Wacker selbst über die Auswahl seiner Werke, die er zur Ausstellung gegeben hat, selbst im Grunde Initiativ wurde, um so eine Art Ausstellungspolitik zu betreiben, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu präsentieren, bestimmte Setzungen, Schwerpunktsetzungen auch vorzunehmen. Im Prinzip hat er wahnsinnig viel geschrieben, aber er hat wahnsinnig wenig geschrieben über sich selbst so programmatische Zusammenhänge wie eigenes, also Wacker hat wahnsinnig viel geschrieben in Briefen, in Tagebüchern, er hat aber wahnsinnig wenig geschrieben über sein eigenes Schaffen und er hat eigentlich kaum etwas geschrieben über warum er Werke wohin geschickt hat. Interessanterweise man kann es ein bisschen umdrehen, manchmal wird zurückgefragt. Also es gibt eben diesen von uns jetzt ja auch zur Edition vorbereiteten Briefwechsel mit Anton Reichel, dem Wiener Akademiemann aus der Albertina, der schreibt dann, die eine Zeichnung heißt Polykuschka, was sollen wir denn, warum schicken Sie mir das? Und er versucht dann im Prinzip zu argumentieren, warum er gerade diese Zeichnung gerne in der Albertina sehen würde. Also sonst ist da eigentlich relativ viel, relativ wenig für diese natürlich sehr wichtige Frage, welche Bilder wann ausgestellt wurden. Hat natürlich was mit ökonomischen Zusammenhängen und werkökonomischen Zusammenhängen zu tun, im Sinne von ich habe die Bilder nicht mehr da, ich habe neue gemacht und zeige die jetzt halt. Okay. Ich darf jetzt Frau Prof. Dr. N. Söll von der Ruhr-Universität in Bochum ankündigen. Ich freue mich schon sehr auf diesen Vortrag. Frau Dr. Söll hat studiert an der Middlesex University in London und der Goethe-Universität Frankfurt, hat 2003 promoviert an der Hochschule für Bildende Kunst in Braunschweig und ist Empfängerin mehrer Stipendien und Förderungen. Das klingt immer, muss immer was dahinter, wenn man Förderungen bekommt, stehen. Unter anderem der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Fulbright-Programms. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Dortmund und der Universität Potsdam. Seit 2011 auch Redakteurin der Zeitschrift für Kunst und Kunstwissenschaften kritische Berichte. Sie hat sich 2014 habilitiert an der Universität Potsdam und ist seit 2015 Professorin für Kunst der Moderne mit einem Schwerpunkt in der Kultur und Geschlechtergeschichte an der Ruhr-Universität Bochum. Ich darf Sie nun sehr verehrte Frau Professor hierher bitten und wir freuen uns schon sehr. Gut, also herzlichen Dank für die Einladung und natürlich für die Betreuung bei Frau Pohl und Herrn Giese mit dem ich auch vorher sprechen konnte. Als erstes geht es um die Arena der Geschlechter Zirkus und Varieté als Bühne der Geschlechter Dynamik. Dann werde ich mich mit dem allseits bekannten naturalistischen Klebebild mit der Hans-Blüher Rezeption und dem Eros bei Wacker beschäftigen und als dritte den Spaßmacher also den Kasperl als alter Ego mir vornehmen. Als antibürgerliches spektakuläres Vergnügen faszinierten der Zirkus mit seiner Menagerie Artisten und Clowns viele Künstlerinnen und Künstler der klassischen Moderne und regte sie zu einer wahren Flut an Werken an, die ich durch diese zwei Beispiele nur andeuten kann. Einmal Max Beckmanns Lithographie Pierrot und Maske von 1920 und George Cross die Seiltänzerin von 1914. Cross Clown blickt nach oben und beklatscht die balancierende Seiltänzerin, die mit ihrem Gesäß auf dem Seil sitzend und einem Fuß darauf platziert, sich in schwindelnder Höhe befindet, ohne 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 das unter ihr ein Netz zur Sicherung gespannt wäre. Der Clown zieht wie ein kleines Kind ein Holzpferd hinter sich, dessen Seil die Schwingung des großen Seiles über ihm nachahmt. Wir, die Betrachterinnen, schauen auf beide Zirkusprotagonisten herab, die nicht in einem runden Zelt auftreten, sondern in einem Zimmer ohne Fenster, das mit einer Blumenvase nur spärlich ausgestattet ist, aber dennoch ein bürgerliches Interieur andeutet. Die Zirkusszene wird also in eine häusliche Umgebung versetzt und so in eine alltägliche Szene verwandelt, die als Metapher für ein prekäres Geschlechterverhältnis interpretiert werden kann. Während die Frau als flexible Artistin sich mit Geschick in der Luft halten muss und zugleich so aussieht, als kippe sie jederzeit vom Seil in die Tiefe, wird der Mann zum applaus klatschenden Zuschauer degradiert, der als Klauen mit Spielzeug und natürlich durch die Perspektive zum Kind mutiert. 1914 von George Cross produziert, wird hier eine Entwicklung und die damit verbundenen Ängste reflektiert, die sich durch die emanzipativen Bestrebungen unterschiedlicher bürgerliche wie proletarischer Frauenvereine schon Ende des 19. Jahrhunderts abzeichnete. Frauen verlangten nicht nur das Wahlrecht, sondern ebenso das Recht auf Gleichbehandlung in Sachen Ausbildung, Eherecht und Zugang zum Arbeitsmarkt und auf dem Gebiet der Kunst einen gleichberechtigten Zugang auch zu den Akademien. Indem Cross also die Frau so prominent als prekäre Seiltänzerin in Szene setzt und sich damit auf eine gefährliche Nummer einlässt, verweist er auf den weiblichen Wunsch nach Selbstbestimmung und Emanzipation, die, wenn erfolgreich, vom Mann nur von unten beklatscht werden kann. Die Frauenfrage war also schon vor dem Ersten Weltkrieg und dem Erlangen des Frauenwahlrechts 1918 eine Sache der öffentlichen Diskussion und natürlich des Streits oder auch oder gerade im Kunstbereich. Wie Sie an dieser Karikatur mit dem Titel Malweiber aus dem Simplicissimus aus dem Jahr 191 sehen, waren die meisten Malerkollegen nicht bereit, Frauen als Kolleginnen zu akzeptieren und so lautet die Unterschrift dieses Blattes entsprechend, es gibt zwei Arten von Malerinnen, sehen Sie Fräulein, die einen möchten heiraten und die anderen haben auch kein Talent. Das ist das Zitat. Wenn also die hagere Dame mit Ambitionen auf den Künstlerberuf hier dem ebenso verkniffen aussehenden männlichen Kollegen beim Malen en plein air über die Schulter schaut, erscheinen die Pinsel in ihrer Hand mehr wie Wurfgeschosse und ihre Haltung eher als Bedrohung des eingefallen und verkrampft wirkenden Kollegen oder Lehrer. Blickt man noch mal zurück auf Gross Seiltänzerin, dann wird deutlich, dass das Motiv der Seiltänzerin auch als Metapher für den Balanceakt der Frauen Emanzipation stehen kann, die Gross als gefährliches Unterfangen interpretiert und für Männer nur eine traurige Nebenrolle eben den Clown bereithält. Mit Blick auf den Clown fragt es sich also, welche Rolle Männer im Drama der Emanzipation einnehmen können. Warum so die sich anschließende Frage, ist das Motiv und die Personage des Varieté, des Zirkus und des Jahrmarkts so beliebt oder besser gesagt so passend, um die Dynamiken im Geschlechterverhältnis des frühen 20. Jahrhunderts durchzuspielen. Wie schon in einem Aufsatz zur Otto Dick's Artistendarstellung dargelegt, ist die Zirkusarena und das Varieté für die KünstlerInnen der Moderne nicht mehr nur ein Ort des Absonderlichen, sondern lockt besonders nach dem Ersten Weltkrieg und der allgemeinen Krisensituation, Sie wissen das alle, politische Umstürze, Inflation und so weiter, also das als Modell für den virtuosen und todesmutigen Umgang mit riskanten Situationen. Mehr als das bürgerliche Theater eigneten sich durch ihren besonderen exotischen, nichtbürgerlichen Status der Zirkus und die Manege als Ort der Gegenkultur, als Ort des Experiments und eben der Extreme. als Aufführungsorte, in der es explizit um die Performance von Körpern und das Ausstellen von Exotismen und Absonderlichkeiten geht, eignen sich also Bilder vom Zirkus und des Varietés für eine künstlerische Verarbeitung performativer Prozesse, unter denen auch das Geschlecht und das Geschlechterverhältnis fällt. Und in die Manege und Varieté präsentierten, die in Manege und Varieté präsentierten Fähigkeiten, Todesmut, Risikobereitschaft, Flexibilität werden praktisch von allen, Männer und Frauen, abgefordert. Zudem arbeiten Frauen und Männer besonders im Genre der Hochseilartisten zusammen, ja, sind für die eigene Sicherheit aufeinander angewiesen. In der Manege werden an beiden Geschlechtern die gleichen Anforderungen gestellt. Dabei sind weiblich konnotierte Flexibilität ebenso gefragt wie männlich konnotierte Kraft, Stärke und Ausdauer und keinem Geschlecht mehr eindeutig zugeordnet. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Artisten in Dicks Aquarellen sich nicht nur körperlich ähnelt, sondern hier buchstäblich auf Augenhöhe miteinander sind. Dicks Artisten und Tänzerbilder stellen eine experimentelle Arena dar, in denen er uns alternative, teilweise utopische und riskante Modelle von Männlichkeit und Weiblichkeit vorführt. Dicks präsentiert uns hier ein Geschlechtermodell, das sich von den tradierten bürgerlichen Rollenmustern absetzt, indem es eine Situation insinuiert, in der Frauen wie Männer risikoreiche Situationen gemeinsam als Paar überstehen. Wenn innerhalb dieses Artistenpärchens die essentielle Zuschreibung für weibliche und männliche Körper und deren Eigenschaften amalgamieren, dann haben wir es in meinem zweiten Beispiel der Artistengruppe, das ist also dann rechts, quasi mit einem Geschlechter-Experiment zu tun. Hier wird uns eine bunte Truppe von Artisten gezeigt, links die Domtöse, dann der Seilartist, eine Frau ohne Arm und ganz rechts dann ein Geschöpft, das sich uns als Amalgam aus weiblichen Elementen wie Schuhe, Frisur, Körperhaltung sowie männlichen Elementen wie Brust und einem Ländenschutz präsentiert. In diesem Blatt erscheint die Manege oder das Varieté als Ort, an dem die Frage nach dem Geschlecht nicht eindeutig beantworten werden kann oder soll. Männer erscheinen übertrieben männlich und inkorporieren zugleich weibliche Elemente, eindeutig als weiblich ausgezeichnete Körper wie der der Domtöse, verströmen Macht und Dominanz oder erscheinen fragmentiert, bis es zuletzt gar keine eindeutige geschlechtliche Zuordnung mehr möglich ist. Solche Uneindeutigkeiten der Geschlechterinszenierung findet man in Rudolf Wackers Werk eher selten. Auf den ersten Blick bekommt man den Eindruck, Wackerspitze Geschlechterbilder eher noch zu. Fangen wir bei Wackers 1924 ergestellten naturalistischen Klebebild an und betrachten das darin von Wackersorgsam und mit einigem Witz orchestrierte Verhältnis von Mann und Frau. Aus dem Zentrum des Bildes blickt uns die rothaarige Frau aus den Augenwinkeln an. Ihr Körper ist teilweise gemalt oder ihre Haut ist plastisch modelliert. Ihre Kleidung ist aus unterschiedlichen Materialien zusammen kollagiert, ihr Haar aufgeklebt. Sie kennen sicher alle die eigene lebhafte Beschreibung Wackers, in der er seine Zusammenstellung der diversen Materialien im Bild. Seinem Freund und ehemaligen Geliebten Josef James Genser beschreibt, Zitat, der Stuhl aus Stoff, der gleichen Bluse und Rock der Figur. Der Kopf ist reliefmodelliert und naturalistisch bemalt. Desgleichen die exhibitionierten Zitzen. Haare aus roter Wolle, braun aus Rosshaar, Zitat Ende. Die Linke dieser exhibitionierten Brustwarzen sticht praktisch heraus und deutet auf eine Schwarz-Weiß-Fotokollage von Sportlern, das könnten Ringer, Boxer oder Bodybuilder sein, die eingerahmt auf dem Tisch vor der Frau steht und als reine Männergesellschaft vielleicht an Backers Kameraden oder Kameradschaften beziehungsweise homosexuellen Liebschaften in der Gefangenschaft erinnern. Neben den Männernkörpern liegt ein süßliches Poesiebildchen oder ein Kistchen mit dem Konterfei einer Frau und altmodischer Frisur mit Hut. Nichts übersehen ist eine weitere Collage, die an der Wand befestigt ist, die, soweit ich das sehen konnte, eine nackte Frau zeigt und vielleicht auch noch ein Kind weiter unten. Also, Wacker versammelt hier also medial vermittelte Geschlechterstereotype, den hypermaskulinen, muskelbepackten Mann, die verfügbare sexualisierte Frau. In der Mitte also zwischen den Männern und Frauentypen die zusammengesetzte Frau, deren exponierte Brüste weder Mütterlichkeit noch Sexiness ausstrahlen. Der grobe Zeigegestus der Brustwarze auf die Versammlung der Muskelmänner wirkt besonders befremdlich oder auch witzig, denn hier bleibt unklar, ob es darum geht, die Männer als Milchbubis herabzusetzen oder ihnen einen sexuellen Reiz zu präsentieren, auf den sie aber nicht antworten können oder wollen. Glaubt man Wackers Angaben, dann verzierte er das Klebebild direkt an der Brustwarze noch mit seinem eigenen Schamhaar, Zitat Wacker. Für die exhibitionierten Zitzen opferte ich meinem eigenen Schwanz Haare, Zitat Ende. Somit amalgamiert, wacker Männerhaar mit Frauenbrust, wodurch die Brustwarze mit etwas Fantasie auch zum kleinen Phallus mutiert, der der Männerriege im Bild entgegengestreckt wird. Damit könnte man die zusammengeklebte Frau im Zentrum entweder als phallische Frau bezeichnen oder in ihrer offensichtlichen Konstruiertheit auch als verkleideter Mann, dessen eigentliches Begehren, Brustwarze oder Penits, sich auf die Männergruppe im Bild bezieht. In Wackers Klebebild ist es also alles andere als deutlich, wer hier welches Geschlecht genau besitzt. Ebenso unklar ist, welche hetero- homosexuellen oder bisexuellen Beziehungen, plural, die Geschlechter hier miteinander unterhalten, denn rechnet man noch mit ein, dass das Modell Marie Klimesh, die Geliebte seines Freundes und eigenen ehemaligen Geliebten in der sibirischen Gefangenschaft, Josef Genser war und Wacker zur Entstehungszeit des Bildes schon mit Ilse Möbius verheiratet ist, wird die Sache wirklich kompliziert oder auch vielleicht interessant. Wacker hat Marie Klimesh in unterschiedlichen Stadien, würde ich sagen, gezeichnet, von ganz angezogen bis ganz nackt, was darauf hindeutet, dass er ein intimeres Verhältnis zu ihr hatte als nur das eines Modells. Zudem taucht das Klebebild in einigen Selbstporträts natürlich hier auf und ist dort zum Beispiel so eingesetzt, dass Marie Klimesh Blick direkt auf das Doppelporträt von Wacker und der Puppe beziehungsweise Gretel als Figur aus dem Kaspertheater fällt. Hier liegt die Interpretation natürlich nah, dass es sich hier um eine Ménage a trois handelt, in der sich Wacker als gequältes Zentrum zwischen zwei Frauen inszeniert, sozusagen zwischen den Frauen Marie Klimesh, Klebebild und Ilse Möbius, die Gretel. Besonders bekannt wird es, wenn man dann noch das Bild im Bild im Bild, ja, mise en en bim, einrechnet, dass hinter Marie Klimesh platziert ist und einen männlichen Akt zeigt, dessen Geschlechtsteil direkt auf Mundhöhe von Marie Klimesh hängt. Dadurch, dass sich Wackers Kopf hier gleich zweimal im Bild wiederfindet und ich rede jetzt über das, was in der Mitte ist, ne, und auch einen unterschiedlichen Gesichtsausdruck annimmt, einmal mit Gretel auf einer Leinwand entsteht der Eindruck der Spaltung des Künstlers in zwei Gemütszustände oder zwei Männer vielleicht. Wir haben es in dieser virtuosen Zeichnung also nicht nur mit zwei unterschiedlichen Frauentypen zu tun, Modell, Hure, Hethere versus Ehefrau, Ehefrau, Gattin und so weiter, ne, sondern auch mit unterschiedlichen Männertypen, Maler und Ehemann, Objekt der Geliebten, Bild an der Wand einerseits und Herrscher über die Puppe, die Ehefrau andererseits. Ich sage Ihnen hier nichts Neues, wenn ich darauf hinweise, dass Wacker an seiner eigenen Sexualität und als Sexualität als Phänomen an sich sehr interessiert war. Er sammelte nicht nur pornografisch Graffiti in der hier gezeigten Mappe, sondern produzierte diese Falluszeichnung nach seinem eigenen Geschlecht und legte diese sogar als kolorierten Druck auf. Auch seine Lektüre und seine Tagebucheinträge zeugen von einem regen Interesse an Sexualtheorien, besonders in Hinsicht auf Homosexualität, die er selbst als Gefangener praktizierte. Von Prüderie oder bürgerlichen Konventionen war er weit entfernt, so sagt es Rudolf Sargmeister und Kathleen Sargmeister in ihrem ersten großen Ausstellungsband zu Wacker im Jahr 1993, wobei Wackers heterosexuelle Beziehung und seine Begeisterung fürs Weibliche in diesem Band immer wieder betont werden. Schließlich heiratete er natürlich Ilse Möbius und er hatte einige auch sexuelle Beziehungen zu sogenannten Malweibern, Sie erinnern sich, eigentlich Kommilitoninnen, die er teilweise in Weimar kennenlernte oder auch danach. Seine Frau war eine sogenannte Kunstgewerberin, ich glaube, ich hoffe, ich liege hier richtig und hatte damit eine Ausbildung auf einer Kunstgewerbeschule durchlaufen, das nehme ich nur an, das weiß ich aber nicht so genau, weil ich noch nicht in diesen Archiven war. Wahrscheinlich hielt Möbius sich und Wacker ähnlich wie Hannah Höch, ihren geliebten Raul Hausmann oder Sophie Teuber-Aab, ihren Mann Hans, so meine Vermutung mit ihrer Arbeit als Kunstgewerberin im angewandten Bereich finanziell über Wasser, ist auch nur eine Vermutung, aber ich nehme es mal stark an, also das ist eine Generation von Mannen, die selber sozusagen groß rauskommen wollen, wo das Geld aber teilweise von den Frauen kommt, die halt die Strickmuster oder die Webmuster und so weiter verkaufen. Wackers Interesse an Sexualität kann man nicht nur an seinem, kann man nicht nur durch seine Tagebuche und Briefe und meist gut dokumentierten Beziehungen ablesen, sondern auch an seiner Lektüre. Er las zum Beispiel die Schriften von Hans Blüer, von denen er begeistert war und die er teilweise zaghaft auch kritisierte. Es lohnt sich an dieser Stelle, sich mit der Rezeption Blüers von Blüers Schriften zu Wackers zu beschäftigen. Wie die Historikin Ulrike Brunotte in ihrem Buch zwischen Eros und Krieg, Männerbund und Ritual in der Moderne treffend feststellt, zählt Blüer neben Freud und Otto Weininger natürlich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zum meist gelesenen zitierten und zitierten Kultur- und Sexualtheoretiker Deutschlands und auch Österreichs, nehme ich jetzt mal schwer an. Begeistert rezipiert wurde Blüer nicht nur von Wacker, sondern auch von Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Gottfried Benn und etwas skeptischer auch von Franz Kafka. Sigmund Freud, mit Sigmund Freud korrespondierte Blüer, aber der sich selbst auch als, sagen wir mal, Psychologe betätigte, ohne eine formelle Ausbildung zu haben und Freud brach aber diese Korrespondenz zu Blüer ab, weil er dessen Antisemitismus dann doch nicht ganz so gutierte. Ganz besonders angetan hatte es Wacker, Blüers Buch, die Rolle der Erotik, habe ich hier, zeige ich Ihnen hier, die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft, eine Theorie der menschlichen Staatsbildung nach Wesen und Wert, publiziert 1917-19. Ironischerweise las Wacker das Buch im Frühjahr 21, zeitgleich mit seiner Arbeit an der hier gezeigten Lithographie des Fallos, deren Vorzeichnung er wahrscheinlich in der Gefangenschaft machte. Wacker machte sich einige Notizen zu Blüers Schrift in seinem Tagebuch und er schreibt, ich zitiere jetzt Wacker, das Tagebuch, beim Steindrucker 13 Abdrücke eines Selbstbildnis mit Hand und 15 von der Fallos-Lithographie gemacht. Das Buch von Hans Blüer, die Rolle der Erotik, wovon mir Renner schon sprach und nun Lilli Gräf den zweiten Band mitgebracht hat, zu lesen begonnen. Ganz großartiges, freies, kluges Werk, voll neue Anregungen und Aufschlüsse. Möchte es vielen geben, Gedenke der Kameraden, mit denen ich die Probleme während der Gefangenschaft so viel erörtert habe, besonders den lieben, klugen James. Zitat Ende. Einige Tage später dann dieser Tagebucheindruck, Eintrag, der Wackers Enthusiasmus für Blüer widerspiegelt und zeigt, in welcher Situation Wacker Blüer rezipiert, Zitat, noch im Blüer gelesen, Begeistungsrausch, geniales Werk, neue Gesichtspunkte, Aufschlüsse, wunderbare Kombinationen und Deutung, ein Ja sagen da sehr, morgens Lilli Tee gekocht, den ersten Kuss gegeben, fühle, dass etwas sehr schönes, freies aufblüht, Zitat Ende. Ich finde es toll, wie das so vermischt wird. Ja, also, was genau sind nun die Thesen Blüers, die hier Wacker so zwischen Tee kochen und Morgenkuss enthusiastisch begrüßt? Zunächst ist mit Eros bei Blüer nicht eins zu eins Sexualität, sondern in der Nachfolge und durch die Lektüre freut es natürlich vielmehr eine allgemeine Triebkraft oder Antriebskraft gemeint. Grob gesagt behauptet Blüer, dass die Kraft des Eros nicht dem dichotoben Geschlechtermodell des 19. Jahrhunderts entsprechend allein der Frau zugesprochen wird, sondern dass der Mann diese Kräfte ebenso für sich beansprucht und diese als homosoziale und homosexuelle Kräfte als staatstragend definiert werden. Also, Keimzelle des Staates ist für Blüer nicht die Familie, sondern der homosexuelle beziehungsweise der homosoziale Männerbund. Wenn man noch daran denkt, dass es diesen Eulenburg-Skandal gab ein paar Jahre davor, wo sozusagen die Homosexualität den Staat bedroht, dann ist diese Umkehrung der Definition noch erstaunlicher, würde ich sagen. Homosexualität und die Tatsache einer libidinösen Bindung zwischen Mann und Mann sind nach Blüer weder ein Verbrechen noch eine Krankheit, ganz im Gegenteil, so formuliert es Ulrike Brunotte. Es geht Blüer, kurz gesagt, darum Homosexualität als speziell virile Form von Männerbündnissen umzudefinieren, die Teil einer hegemonialen Männlichkeit eigentlich definiert durch Heterosexualität sein können. Also, homosexuelle Männer, solange sie männlich sind und nicht affirmiert, haben Teil am Staat und dürfen da auch gestaltend mitarbeiten und man, also viele von Ihnen wissen, Blüer war auch Teil der Wandervogelbewegung und so weiter und so fort. Also, dabei spaltet Blüer spätestens in seinem Buch Erotik in der männlichen Gesellschaft den Eros in zwei Richtungen, Zitat Brunotte, einen groben, sinnlich-irdischen Eros, der ohne Umwege auf direkte sexuelle Befriedigung und damit Sicherung der Gattung zielt und den Mann, männlichen Eros, der viele Umwege kennt, geistbegabt ist, als sublimierter zu schöpferischen, kulturtragenden Taten anspornt. Blüer lehnt, wenig überraschend, die Bestrebung der Frauenemanzipation ab, denn nach Blüer sind natürlich allein Männer zu geistigen Anstrengungen und Werken in der Lage, Frauen seien rein Trieb gesteuert, nur Männer seien fähig und berechtigt, Staatsgeschäfte zu führen. Diese antifeministische Haltung Blüers ist jedoch nicht überraschend, denn, wie Brunotte richtig feststellt, bewegt sie sich, Zitat, auf einer großen Welle männlichen Kampfes, die sich gegen das Erscheinen der Frau im öffentlichen Raum von Arbeit und Politik richtet. Blüers Antifeminismus, den Wacker in seinem Tagebuch übrigens als konservativ und unproduktiv kritisiert, wird er im Laufe der 20er Jahre einem immer drastischeren Antisemitismus Platz machen und das werde ich jetzt als weglassen, weil das führt dann zu weit, die Rezeption der Nationalsozialisten-Ablehnung, Blüers Lieber, also das machen wir jetzt nicht. So, gut. Wenn also Blüers Antifeminismus Wacker nicht überzeugt und Wacker zudem den unangenehmen, eitlen Ton des Buches kritisiert, was ist es dann an Blüers Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft, das Wacker inspiriert? Also warum liest er den denn überhaupt und warum findet er den so toll? Erstens, meiner These, rechtfertigt und normalisiert Blüers Theorie Wackers homosexuelle Beziehung als natürlichen Teil von Männerbeziehungen, die noch zudem staatstragend sein können. Wacker muss sich mit der Lektüre Blüers nicht als effemiert oder krank betrachten, sondern kann seine homosexuellen Erlebnisse als positiv, kraftspendend und kreativ einordnen. Zweitens, liefert Blüer basierend auf Freud auch die Basis für die Vorstellung alles und damit auch seine Kreativität als künstler Stamme aus dem Eros, ist auch nichts Neues, und macht damit natürlich auch seine Auseinandersetzung und Liebschaft mit Frauen zum Gegenstand von Kunst. Drittens bietet die Lektüre von Blüers Erotik eine Bestätigung für männliche Überlegenheit, also auch ganz wichtig für das Ego und das in einer Zeit, wenn Frauen oder Kollegen eben die Malweiber zum ersten Mal auch im Kunstbereich als ernsthafte Konkurrentinnen auftreten. Wenn wir nun zu Wackers ziemlich komplexen naturalistischen Klebebild und den Verwandtenzeichnungen zurückkehren, dann können wir mit einem geschärften Blick auf das Mann-Frau-Verhältnis schauen. Nicht nur bekommt die vor Kraft strotzende Männergruppe auf dem Tisch eine noch deutlichere homosexuelle Note und die Brustwarze mit dem eigenen Schamhaar eine fallische Bedeutung. Zudem, und natürlich ist sie ein Hinweis auf die homosexuelle Beziehung zu seinem Freund, so würde ich das interpretieren. Zudem wird in den Zeichnungen das Durcharbeiten der eigenen Position Wackers angesichts dieser komplizierten Dreiecksbeziehung oder Fuierecksbeziehung bei Gänse ist ja auch noch drin, sehr deutlich. Mit seinen mehrfach auftauchenden Gesichtern, dem integrierten männlichen Akt und der Gegenüberstellung passiver und aggressiver Frauenmodelle erscheint die Arbeit am Klebebild auch als Wackers Arbeit an seiner eigenen eher prekär wirkenden Position als Mann zwischen Homo- und Heterosexualität, zwischen fallischer älterer Frau, Marie Klimesch war 20 Jahre älter, glaube ich, und der eigenen Ehefrau der Gretel. Schaut man in Wackers gequältes, gespaltenes Gesicht, bekommt man hier den Eindruck als Suche Wacker noch nach einer Lösung für diese Konflikte und Spannungen, die sich wie eine Art Kopfkino hinter ihm abspielen. Eine mögliche Bewältigung oder Verhandlungsbasis, so meine These, findet Wacker in der Figur des Kasperl, die, wie wir hier sehen werden, auf spielerisch ernste Weise eine agile und dominante, explizit männliche Position innerhalb der Turbulenzen dieser sexuellen und geschlechtlichen Dynamik anbietet. Im Spiel mit dem Kasper, also als Kasper, ist es Wacker möglichst souverän, beziehungsweise souveränär, mit seiner eigenen Position als Mann zwischen zwei Frauen und einem Mann umzugehen, ohne dabei mit einer guten Portion Ironie und Selbstzweifel das eigene Scheitern aus den Augen zu verlieren. So, und jetzt habe ich die Ehre zum ersten Mal, glaube ich, dass jetzt eigentlich könnte man das auch weglassen und sich hier aufs Original konzentrieren. Gucken Sie hin, wo Sie möchten. Ja, ist ein Privileg, das hier vom Original sprechen zu dürfen. Das Klebebild taucht ebenfalls in einem Selbstbildnis auf, in das sich Wacker selbst als Kasper inszeniert, womit wir dann endlich beim angekündigten Thema und letzten Teil des Vortrags wären. Die Frage ist, was der Kasper als Männerrolle zur Positionierung Wackers im Geschlechterverhältnis beiträgt. Schauen wir uns zunächst das Bild Selbstbildnis nochmal genauer an. Noch in einer expressionistischen Farbpalette gemalt, verarbeitet und kommentiert Wacker in diesem Selbstbildnis nicht nur unterschiedliche Bildkonzepte der Avantgarde, das heißt natürlich Verhältnis Bildraum, Bildfläche, Abstraktion versus Gegenständlichkeit und diverse Mischformen. Er greift Marie Klimisch Porträt erneut auf, setzt ihren Kopf fast auf Augenhöhe mit ihm und reproduziert das Collage, das Collagebild als Gemälde im Gemälde, sodass das Klebebild zur Malerei transformiert wird und durch seine Positionierung am Bildrand buchstäblich an den Rand gedrängt wird. Als gegenständliches Bild in einem Gemälde, in dem es vor abstrakten oder geometrischen Formen nur so wimmelt, siehe die Palette, die angedeutete Staffelei oder den Fußboden, wirkt das Porträt von Marie Klimisch nun definitiv veraltet, würde ich sagen, als Bild oder vielleicht auch als Beziehungsmodus, je nachdem, den es auch zu überwinden gilt. Ihre Brustwarze sticht zwar ebenso deutlich hervor wie im Original, dadurch, dass Wacker das Bild mit seinem Arm jedoch praktisch von sich weghält oder ein Begriff ist, es mit der Vorderseite gegen die Wand zu lehnen, bekommen die Betrachterinnen das Gefühl, Frau Klimisch, damit auch die Collagetechnik wird ad acta gelegt. Während also Frau Klimisch abtritt oder abtreten soll, so könnte man sagen, tritt Wacker als Kasperl auf. Der Maler ist allerdings nicht das erste Selbstporträt Wackers, in dem er sich als Spaßmacher zeigt. Wir sehen hier vier Selbstporträts, in der sich Wacker mit Hilfe der Kappe und einer übertrieben großen Nase und diesen zugespitzten Ohren als die bekannte Handpuppenfigur inszeniert. Im Fall des Selbstporträts mit Rasierschaum kommt noch eine Assoziation mit dem Clown hinzu, denn das halbweiße, traurige Gesicht ruft eben diese Beziehung zu dieser Clown-Auftritt auf. Dazu kommt in diesem Bild, wie in vielen weiteren Gemälden und Zeichnungen, dass Wacker nicht nur sich selbst als Kasperl inszeniert, sondern noch eine Szene zwischen Kasperl und Gretl als Handpuppenfigur ins Bild einfügt. Da gibt es ja auch einige Stillleben. So, also damit doppelt sich Wacker eigentlich in diesen Bildern. Er spaltet sich wie in der Zeichnung. Zugleich produziert Wacker Szenen, in denen der Kasperl praktisch in einer Spielszene mit Gretl und Großmutter auftritt, wobei man davon ausgehen muss, dass auch hier Wacker als Kasperl sich selbst meint, sprich, dass der Kasperl als alter Ego Wacker fungiert. Mit den Worten von Rudolf Sargmeister kann man also ohne Übertreibung sagen, dass Kasperl eine wichtige Identifikationsfigur für Wackers Mitte der 20er Jahre wahr. Hier spielen Vorstellungen vom Künstler als Gaukler, Kasperl oder Narr, so sagt Sargmeister, als nicht ernstgenommene Außenseiter der Gesellschaft, als einer, dem eine gewisse Narrenfreiheit oder daraus auch Wirkungslosigkeit zugeschrieben wird. Zitat Ende. Eine entscheidende Rolle. Sargmeister macht auch darauf aufmerksam, dass der Kasperl für Wacker ganz unverhohlen den lüsternen Mann symbolisiert bzw. darstellt. Schließlich ist der Griff Kasperls an das Geschlecht Gretels in der gezeigten Zeichnung ziemlich eindeutig und wenig verklausuliert. Bevor wir uns nun dieser Kasperl-Darstellung genauer zuwenden, möchte ich mit einem Ausflug in die Geschichte des Figurs des Kasperls und des Kasperl-Theaters machen, auch um Ihnen zu zeigen, dass diese Figur am Anfang des 20. Jahrhunderts einigen Veränderungen unterworfen war. Und hier stellt sich für mich die Frage, ob wir es allein mit einem Wandel des Kasperls zu tun haben oder ob dieser Wandel nicht vielmehr eine größere Krise von Männlichkeit reflektiert und sich diese Krise im Wandel der Figur des Kasperls widerspiegelt. Die Geschichte des Kasperl-Theaters ist trotz seiner ephemeren Natur gut aufgearbeitet. Das Geschlechterverhältnis innerhalb des Puppenspiels hat jedoch, soweit ich das recherchieren konnte, noch weitgehend seine Aufarbeitung, wundert mich nicht. Wie so oft wird die Männlichkeit des Kasperls in der wissenschaftlichen Literatur bisher nicht thematisiert, weil sie als selbstverständlich als Norm erscheint und damit zugleich der blinde Fleck des wissenschaftlichen Nachdenkens über den Kasperl als geschlechtliche Figur ist. Es ist ein Gemeinplatz der Geschlechterforschung, dass bis zur Entstehung einer kritischen Männlichkeitsforschung Anfang der 90er Jahre meistens nur Frauen als Abweichung vom Mann der Norm und damals als Geschlecht wahrgenommen und beforscht wurden. Im Folgenden wird es also darauf ankommen, den Kasperl nicht nur als Figur, sondern auch als Mann wahrzunehmen, denn auch Rudolf Wackers Interesse am Kasperl, so meine These, beruht auf seiner Rolle als Mann innerhalb eines volkstümlichen Rollenspiels der Geschlechter. Ich zeige Ihnen hier stellvertretend drei Abbildungen, die illustrieren, dass die Kasperlfiguren, das dazugehörige Spiel, wie wir sie heute kennen, ihren Ursprung ungefähr am Anfang des 19. Jahrhunderts haben, was jedoch nicht heißt... Halleluja! Okay, das war also für alle, die jetzt von außen sich eingeklinkt haben, das war die Tür klingelt, also ja. So, okay. Also drei Abbildungen, Ursprung des heutigen Kasperltheater, wie wir es kennen, Anfang des 19., was aber nicht heißt, dass nicht schon im 18. Jahrhundert Puppenspiele und ähnliche Figuren in ganz Europa wie den Hans Wurst, den Punch, Pulcinella und so weiter gab und diese von der italienischen Comedia dell'arte und anderen Volkskomödien inspiriert waren. Ich kann hier nicht auf die gesamte Geschichte des Handpuppenspiels und auch nicht auf das Marionettenspiel eingehen, sondern möchte mich auf die Veränderung des Kasperltheater Anfang des 20. Jahrhunderts konzentrieren. Wie Anke Meyer, eine Theaterwissenschaftlerin feststellt, handelt es sich beim Kasperl nicht um eine Figur, sondern eher um ein Spielprinzip mit unterschiedlichen Varianten. Der Kasperl im heutigen Puppenspiel, der Kindern häufig als vorbildhaft und moralisierend entgegenkommt und als guter Mensch Konflikte löst, hat wenig mit dem Kasperl zu tun, wie Wacker ihn kannte. Dieser war bis Anfang des 20. Jahrhunderts, laut Herr Anke Meyer, gefräßig, faul, versoffen, geil, gewalttätig und insgesamt unbeherrscht, in des Wortes doppelter Bedeutung unbeherrscht. In dem noch von der Reformpädagogik unbehelligten früheren Kasperlaufführung zeigt sich der Kasperl als einer, der sich weder von der Obrigkeit, Richter, Henker, Polizist, noch von seiner Familie und auch seiner Frau oder irgendeiner anderen Moralvorstellung eingrenzen oder bestimmen lässt. So ist es zum Beispiel in vielen Stücken dem Kasperl, der ursprünglich für Erwachsene konzipiert war und nicht für Kinder, möglich, ohne Konsequenzen das eigene schreiende Kind mit Schwung aus dem Fenster zu schmeißen und bei jeder Gelegenheit mithilfe seiner Pritsche alle anderen Figuren quasi aus dem Feld zu schlagen. Kasper agiert, Zitat, schlau, unerschrocken, hochgradig, autoritätsallergisch. Kasper bleibt befehlsresistent, reagiert spontan, wortwitzig und weiß, sich aus jeder Zwangslage zu befreien, so formuliert es Anke Meyer. Zudem erscheint Kasper unsterblich wie der Harlekin, er kommt immer davon und wird dafür bejubelt. Mit seiner Pritsche teilt er gewalttätig aus und scheint jedoch immun zu sein gegen die Schläge anderer. Sein groteskes Erscheinungsbild mit großer gebogener Nase, die von den Vogelmasken des italienischen Karnevals herkommt, Spitzenohren und Zipfelmütze deutet er schon an, dass Kasperl die Normen durchbricht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so ist sich die Puppenspielforschung einig, setzt dann allmählich die bürgerliche Reinigung und die Indienstnahme des anarchischen Spaßmachers für moralisierende Zwecke ein. Und es werden immer mehr Stücke für Kinder konzipiert, wie die des Münchners Franz Potschi, mit dem Ziel, auf ein Kinderpublikum erzieherisch einzuwirken. Dazu kamen die uns bekannten Standardfiguren Großmutter Gretel, der treuherzige Seppel und so weiter. Die Figur des Kasperls wurde weiter domestiziert. Initiatoren waren hier besonders die Reformpädagogik und die Jugendbewegung wie der Wandervogel, wo auch Herr Blüher engagiert war, die das Kasperltheater nach dem Ersten Weltkrieg für ihre Zwecke umdeuteten, was in eine Entsexualisierung und Verkindlichung des Kasperls mündet. Mit den sogenannten Hohensteinern, und da sehen Sie eins ganz links, geleitet von Max Jakob, ist der Kasperler dann so, wie wir ihn kennen. Das heißt, ein Spielprinzip, das das Kinderpublikum aktiviert und dazu motiviert, gemeinsam mit dem Kasper diese bösen Taten aufzuklären oder zu verhindern oder ähnliche Geschichten durchzumachen. Das künstlerische Puppenspiel, Handpuppenspiel mit einer erzieherischen Grundlage, die den Kasperl als Vorbild und seine Rüppelhaftigkeit als verzeihlich und kurierbare Schwäche handhabt, ist geboren und dient seither eher als Vehikel für die Einrichtung eines moralischen Konsens als das Ausleben von anarchischen Fantasien, die sich gegen jegliche Form von Obrigkeit und die Frauen wenden. Dieser Konsens ist jedoch auch einer, der ideologisch instrumentalisiert und manipulativ genutzt werden kann und so dient dann, das Kasperltheater nicht nur als Werkzeug der Kriegspropaganda im Ersten und Zweiten Weltkrieg an der Front, gab es wirklich Puppentheater, sondern wird auch von den unterschiedlichen politischen Fraktionen, Nationalsozialisten, Sozialisten in den Dienst der Revolution oder Reaktion gestellt. Da werden wir jetzt aber auch nicht weiter drüber nachdenken. Als sich also Wacker Anfang der 20er Jahre mit dem Kasperl beschäftigt und ihn als sein alter Ego erwählt, ist dieses Figur oder Spielprinzip demnach im Umbruch begriffen und changiert zwischen dem anarchischen, geilen, unkontrollierten, gewalttätigen und zugleich unsterblichen Mann, der vor einem erwachsenen Publikum mit allem davon kommt und dem domestizierten Held, der mit den Kindern gemeinsame Sache macht und das Böse besiegt. Dass dieser Kasperl ein Mann ist, ist selbstverständlich und bleibt unhinterfragt. Somit kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass es sich beim Wandel des Kasperl auch um eine Reflexion eines Wandels oder einer Krise von Männlichkeiten handelt. Ich spreche hier absichtlich im Plural, weil sich hier verschiedene Vorstellungen von Männlichkeiten vermischen und ablösen, die eng mit anderen Faktoren wie soziale Klasse und so weiter zusammenhängen. Grob gesagt wird aus dem Kasperl, aus dem Pöbel, dessen ganze Sehnsucht auf ein einfaches, verantwortungsloses Leben ohne Arbeit zielt, der und der primitiven Lebensgenuss und ein Dasein ohne Anpassung an eine Gesellschaft will, ein gutbürgerlicher Erzieher oder Kumpel, der als Vermittler zwischen Kinder- und Erwachsenenwelt auftritt. Diese Entwicklung bahnt sich eben schon im 19. Jahrhundert an, nimmt dann aber Fahrt nach dem Ersten Weltkrieg auf und fällt zusammen mit einer größeren Krise hegemonialer Männlichkeit, die besonders im deutschsprachigen Raum durch den verlorenen Krieg, die wirtschaftliche und politisch prekäre Lage und die aufkommende Frauen-Emanzipation ausgelöst wird. Ohne hier auf die Details dieser Krise der Männlichkeit und ihren Einfluss auf männliche Künstler eingehen zu können, so wie ich das schon getan habe in meinem Buch, kann man verkürzt sagen, dass die 20er und 30er Jahre der Zeitraum sind, an dem auf ganz unterschiedlichen Ebenen eine Resouveränisierung von bürgerlichen und kleinbürgerlichen Männern angesichts des von ihnen verlorenen Terrains hingearbeitet wird. Dazu gehört auch, so könnte man sagen, die Rehabilitation des Kaspers als Erzieher, der in den späten 20ern seine rebellischen anarchischen Anteile endgültig verliert. Denn der Kaspal des 19. Jahrhunderts durch List und Gewalt handlungsfähig ist und dadurch versucht, mehr oder weniger erfolgreich seine Gelüste aller Art zu befriedigen und zugleich seine Frauen zu beherrschen, dann ist der domestizierte Kaspal ab den 20er Jahren vielmehr auf Kooperation und Verhandlungen oder Indoktrination aus. Also man fragt sich, welche Männerrolle Rudolf Wacker mehr interessiert hat und welche in den Kaspalbildern zum Tragen kommen. Also ich denke, es ist eben ein widersprüchliches Amalgam der beiden. Die anarchische, pöbelhafte und rebellische Version ist dir genauso zugegen wie die bürgerliche Vermittlungsfigur. Im Vergleich zu Dicks Visionen der gemeinsamen Trapezarbeit auf Augenhöhe und Geschlechterexperimenten im Varieté, genau, hier nochmal das, nehmen sich Wackers Kaspal-Inszenierung jedoch einigermaßen traditionell aus. Der Mann, Künstler als Kaspal, steht als gequälter und quälender im Zentrum. Thema ist, wenn auch spielerisch vermittelt, weiterhin die Beherrschung der Frau von Gretel. Von einer Verwischung der Geschlechtergrenzen wie in Dicks Artistenriege kann also keine Rede sein. Vielmehr geht es im Sinne von Wackers Blüherrezeption um eine Neubestimmung der Rolle des Mannes in einer aus den Fugen geratenen Welt, in der Frauen Anteile am öffentlichen und professionellen Leben beanspruchen und Homosexualität auch als konservativ staatstragend definiert wird. Ähnlich wie bei Max Beckmann, der sich in dieser Lithographie als Pirot mit Pritsche mitsamt Kind und Maske inszeniert, sollte man aber nicht den Fehler machen zu glauben, die Figur des gewalttätigen Spaßmachers würde hier eins zu eins übernommen oder Wacker hätte sich mit dieser zu 100% identifiziert. Vielmehr ist der Kaspal eine mit spielerischer Selbstreflexion eingenommene Verhandlungsfigur, so würde ich sagen, dies den Künstlern ermöglicht, ihre Position als Mann innerhalb eines destabilisierten gesellschaftlichen Gefüges und eines dynamisierten Geschlechterverhältnisses durchzudenken oder vielleicht sogar ein bisschen zu überdenken. So und jetzt bin ich gleich am Schluss. Dieses Bild hängt hier auch, gerade ein paar Schritte entfernt. Wenn Romedius, der vierjährige Sohn Wackers 1933, einen aufblasbaren Kasperl von Gensers Frau Trude geschenkt bekommt, bedankt sich Wacker mit den folgenden Worten, Zitat. Hab herzlichen Dank für das Männchen, keinen Schritt ohne Tritt, sagt er. Romedie hat eine Riesenfreude und ich nicht weniger, denn schon ist ein Stillleben begonnen, worauf es figuriert, Zitat Ende. Anfang der 30er Jahre ist der Kasperl also kein widersprüches alter Ego mehr, sondern nur noch eine aufgeblasene Spielfigur. Durch eine dünne Schnur im Bildraum suspendiert und am Fuß mit einem phallusähnlichen Ventil ausgestattet, das an die exponierte Brustwarze der Marie Klimisch erinnert, ist der Kasperl hier wahrlich ein Männchen, dem sehr gut wie keine Handlungsspielraum mehr bleibt. Während in den Kasperlbildern der 20er Jahre der Kasperl in Aktion und in der Auseinandersetzung mit weiblichen Figuren auftritt, bekommt der Gummimann, wie Wacker ihn auch noch nennt, nur zwei stumme Vögel zur Seite gestellt, die einerseits seine Starrheit und Künstlichkeit betonen, wie der Vogel unten und ihn andererseits wie einen schablonhaften Luftikus erscheinen lassen, gelber Vogel oben. Vorbei also die männliche spielerische Dynamik und Aggression. Der Auftritt, kein Schritt ohne Tritt, wird von Wacker mit einem Griff an die Stechpalme ersetzt, deren Spitze enden dem Männchen buchstäblich die Luft rauslassen werden. Kasperl scheint für Wacker seine Attraktion als Reflexions- und Verhandlungsfigur als Spaßmacher alter Ego und Rebell verloren zu haben und damit scheint sich auch die Puppenbühne zu schließen, auf der unterschiedliche Formen von Männlichkeiten in all ihren Widersprüchen zwischen Begehren, Aggression, Scheitern, Ohnmacht, Abhängigkeit und Beziehung zu Frauen von Wacker reflektiert werden konnten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen rasanten Ritt durch die Männlichkeitskonstruktionen. Ich hätte eigentlich nur eine ganz kleine Frage, nämlich diese Diskrepanz zwischen den Kasperlfiguren, die ja triumphieren in dem Kasper-Theater tatsächlich und diesen Selbstbildnissen, die man hier sieht, die ja den Wacker als melancholische Figur zeigen. Können Sie dazu noch etwas sagen zu dieser Diskrepanz? Sie meinen jetzt die Melancholie, die so Mundwinkel nach unten, ja dieses gequälte Selbst-Ich, also ich denke, es ist schon eine Reflexion der Zerrissenheit, so würde ich das vielleicht interpretieren und auch, ich meine, es ist erst mal eine Selbstinszenierung mit Betonung auf Inszenierung und es ist ja immer so, es entsteht ja immer eine Spannung, wenn man erst so eine Art Spaßmacherfigur präsentiert, die dann aber wieder konterkriert, indem die dann schlechte Laune hat, in Anführungsstrichen. Und diese Zerrissenheit zwischen diesen Frauen, dass das natürlich in dem Sinne keinen Spaß machen kann, ist klar. Oder wenn er da jetzt lachen würde, würde die ganze Konstruktion zusammenfallen, würde ich sagen. Also in diesen Zeichnungen zum Beispiel zwischen Ilse und Marie und so. Herzlichen Dank für den Vortrag, super inspirierend. Eine kleine Nachfrage, vielleicht zur Diskussion. Ich habe eigentlich, ich fahre mal anders an, diese Wacker-Bilder verfügen ja über ein sehr konzentriertes Figuren-Repertoire. Also es gibt den Kasperl, es gibt den Fuchs und so weiter und so fort. Und mir wäre jetzt eigentlich am ersten, ich muss darüber nachdenken, nie in den Sinn gekommen, also den Wacker auf diesen beiden Bildern, die jetzt hinter dir sind, links und rechts, ihn hier als Kasperl zu sehen. Ich hatte immer den Eindruck, es gibt einen Unterschied auch zwischen dem im Bild gemalten Kasperl als Figur der Literatur, der Kunst, vor allem der Theatergeschichte und dem wie er halt sich jetzt da quasi als Künstler auf der einen Seite und auf der anderen Seite als selbst, wenn man so wieder präsentiert. Also was macht dich, wenn ich so direkt fragen darf, so sicher, dass wir hier diese beiden Leute als Kasperlfiguren anschauen sollten? Also erst mal die Physiognomie, ich würde sagen einfach die Nase und die Ohren und natürlich die Kappe und so weiter. Also ich finde, das sind ziemlich eindeutige Anspielungen auf die Figur. Also das war sozusagen meine erste Assoziation, als ich das mir angeschaut habe. Und dann ist natürlich hier auch, also rechts ist der Kasperl ja auch in einer anderen Version gleich noch im Bild, also es ist praktisch immer der Kasperl in unterschiedlichen Stadien, würde ich sagen, des Auftritts vorhanden. Und ich würde auch nicht sagen, dass es immer nur 100 Prozent eindeutige Identifikation ist, das habe ich ja auch am Ende gesagt, sondern dass es so eine Art Verhandlungsort, Verhandlungsperson ist, in die man sich so ein bisschen reindenken kann, in der man sich Teile nimmt und die dann sozusagen mit der eigenen Situation abgleicht. Also die sozusagen die Zerrissenheit zwischen zwei unterschiedlichen Frauen, wie reagiert man auf so eine problematische Situation, welche Rolle spielt Gewalt? Sich durchsetzen, was natürlich auch noch durch die Kriegserfahrung kommt, spricht dann überhaupt diese, sagen wir mal, Unsicherheit, was jetzt Homosexualität, Bisexualität, Heterosexualität, so wie wir das jetzt formulieren würden. Ich glaube, er würde noch nicht mal sagen, dass es sich wirklich um Homosexualität oder Bisexualität handelt, weil diese Termini, die wir heute verwenden, damals gar nicht so griffig waren, in dem Sinne gar nicht so extrem entwickelt wie heute. Also ich denke, das ist eben so eine Figur, aus der man sich Teile nimmt, Versatzstücke und die dann sozusagen durchspielt. Ja, so würde ich es vielleicht formulieren. Ich fand es sehr interessant, von dieser Seite diese Bilder, die doch sehr kodiert sind, zu entschlüsseln und das eröffnet auch einen neuen Zugang zu Wacka, beziehungsweise auch zu der Zeit, in der er gelebt hat. Ich habe eigentlich nur so ergänzend, weil es mir in den Sinn gekommen ist, ich lese gerade die Lektüre von Florian Illis, Liebe in Zeiten des Hasses, wo ja recht anekdotenhaft die verschiedenen Liebesbeziehungen von bekannten Kulturschaffenden sich ja manchmal übertrieben und ausgeschmückt, aber doch im Kern so, dass es eine Zeit, eine Jahrzehnte darstellt, wo diese Fragen der Sexualität, der freien Liebe, der Möglichkeit, die Geschlechter auszuloten, sehr präsent waren und natürlich auch eine Mischung ist aus starkem Egoismus und starker Verlässlichkeit des eigenen, wie auch des anderen Geschlechts. Also, dass er einfach sozusagen ein Zeitgeist war und das finde ich ganz interessant, dass man auch Rudolf Wacker, der ja in Berlin auch in der Kunstszene gewesen ist, dann die Erfahrungen des Krieges, dann zurück in die Provinz, wo doch das normale Umfeld sicher eher ein normales, sozusagen bürgerliches Leben geführt hat, sich dann mit diesen Themen auseinandersetzt und dafür diese Bildsprache findet. Also, das ist eine interessante Ergänzung, auch wenn es natürlich jeder unterschiedliche Blickwinkel haben kann und auch sagen kann, das ist vielleicht kein Kasperl oder es gibt noch andere Intentionen dazu. Also, vielen Dank dafür, dass Sie das da von dem so aufgeschlüsselt haben. Ja, ich möchte auch ein herzliches Dankeschön sagen. Mich persönlich fasziniert diese Interpretation schon sehr, diese quasi schizophrene Selbstdarstellung, indem er sich in vielen Bildern als Person, speziell in den Porträts, aber auch als alter Ego den Kasperl zeigt. Und ich habe in meiner Beschäftigung mit Wacker auch immer das Gefühl gehabt, dass er sich selbst zu domestizieren versucht. Und wenn man jetzt Ihren Gedankengängen folgt, eines der letzten Kasperlbilder, wie dieses aufgeblasen Aufblaspuppe, dann ist diese Domestizierung ja auch wirklich gelungen. Ich glaube, dass Rudolf Wacker einer jener Künstler ist, der ähnlich Kopien oder auch anderen im 20. Jahrhundert durch die eigene Kunst, durch die eigene Profession zu einer Art Selbstheilung ansetzt, beziehungsweise mit sich selbst ins Reine kommt. Und für diesen Anstoß, der vielleicht nicht ganz so gewollt war oder vielleicht doch, möchte ich sehr herzlich danken. Da würde ich gerne noch was zu sagen. Also man läuft ja immer so ein bisschen Gefahr bei Wacker, das so sehr auf ihn als Person zu fokussieren. Und mein Versuch war eigentlich der, das so ein bisschen zu weiten. Also Männerrolle an sich, also Krise der Mänglichkeit als solche. Und es eher andersrum zu sehen. Also jetzt nicht unbedingt auf die Couch zu legen. Das will ich nochmal betonen. Wenn man ja dann diese Tagebücher liest, dann sind die so explizit und so offen, ja. Denkt man so, ah gut, da kommt man jetzt so ganz nah dran. Das hat auch was extrem voyeuristisches. Und das hat einen Sog. Und ich sage nicht, dass ich dem widerstanden hätte. Nein, also ich bin da voll auch natürlich mit auf die Couch so ungefähr. Aber ich würde schon sagen, dass der als Mann ganz ähnliche Probleme durchmacht wie viele Künstler der neuen Sachlichkeit, die sich eben mit den Malweibern, mit den Konkurrentinnen, mit der neuen Situation, mit dem Krieg, das müssen die verarbeiten als Männer und müssen eine neue Form von Männlichkeit, eine neue Form der Modernität und so weiter entwickeln. Und das betrifft nicht nur ihn und das ist nicht nur eine psychologische Sache, die man sozusagen Privatismus selber dann irgendwie in seinen Bildern ausmalt, sondern das ist immer auch eine größere, sagen wir mal, gesellschaftliche Auseinandersetzung, die sich da auch noch widerspiegelt. Also das ist ganz wichtig. Gerade bei so einem Künstler, der einem so alles so aufblättert, so. Ja. Vielen Dank. Ich freue mich jetzt sehr, Dr. Alexander Klee vom Belvedere ankündigen zu dürfen. Als Kunsthistoriker, als Student der alten Geschichte und klassischen Archäologie an der Universität Tübingen und an der Universität Saarbrücken seine Ausbildung erfahren haben. Ich glaube, sie haben auch in Saarbrücken promoviert. Sie waren zwischen 1997 und 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Galerie Schlichtmaier im Schloss Detzingern in Grafenau, sind Gründungsmitglied der Adolf-Hölzl-Stiftung in Stuttgart und betreuen diese seit 2005, das Archiv der Adolf-Hölzl-Stiftung seit 2005 und auch das Werkverzeichnis des Malers. Seit 2010 dürfen wir uns als Wiener freuen, ist der Kurator für den Sammelbereich der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Belvedere und nicht nur des 19., auch des beginnenden 20. Jahrhunderts. Ich darf Sie nun, lieber Herr Dr. Klee, hervorbitten, uns Ihren Beitrag zu liefern. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich für die Einladung bedanken, hier reden zu dürfen. Das ist natürlich auch für mich eine Auszeichnung, aber eine große Freude, in der Sammlung mit solchen herausragenden Werken von Rolf Wacker sprechen zu können und auch unter solchen Fachkapazitäten, wie wir es jetzt auch hier schon erlebt haben. Eine politisch linke und eine rechte Sachlichkeit Rudolf Wackers Werken als Zeitdokument. Ich bin mir jetzt hier durchaus im Klaren, dass ich hier ein Thema anschneide, zu dem sich hier im Raum ausgewiesene Spezialisten befinden, wie Olaf Peters, der sich mit dieser Problematik schon intensiv auseinandergesetzt hat. Und dennoch stellen sich mir bei der Heterogenität der neuen Sachlichkeit beziehungsweise des magischen Realismus, denn die Definition des Begriffes was ist neue Sachlichkeit, was ist dieser Realismus, ist immer noch sehr stark in der Diskussion. Immer wieder die Frage, wieso taucht diese Malerei erst in den 1920er Jahren auf? Und was ist an ihr politisch links oder rechts? Ist es der Stil oder ist es die Biografie der Künstler? Schon Gustav Friedrich Hartlaub, der Kurator der legendären Ausstellung Neue Sachlichkeit in Mannheim, sieht die Künstler vereint unter dem Merkmal der Gegenständlichkeit. Aber er unterscheidet zwei Gruppen. Ich sehe einen rechten, einen linken Flügel. Der eine, konservativ bis zum Klassizismus, im Zeitlosen, wurzelfassend, will nach so viel Verstiegenheit und Chaos das gesund körperlich-plastische in reiner Natur, nach der Natur, vielleicht noch mit Übertreibung des erdhaften, rundgewachsenen Wiederheiligen. Also es ist schon sehr viel Kulturpessimismus, hört man, wenn Verstiegenheit und Chaos, das ist natürlich die Nachkriegszeit, erspricht es 1925. Der andere Flügel, Zitat Hartlaub, grell, zeitgenössisch, weniger kunstgläubig, eher aus Verneinung der Kunst geboren, sucht mit primitiver, feststellungsnervöser Selbstentblösung, Sucht, Aufdeckung des Chaos, wahres Gesicht unserer Zeit. Also dieser Kulturpessimismus der Zeit spricht allein schon aus diesen Worten bei Hartlaub. Die Frage, welchem Flügel der Kunst Wacker zuzurechnen ist und seine Kunst, gilt auch für sein Werk, inwieweit sich in dessen Bildern Stellungnahmen zum Zeitgeschehen wiederfinden beziehungsweise Erstellung zum Zeitgeschehen nimmt oder intendiert. Dabei möchte ich nun vom Werk Wackers ausgehend auch weitere Positionen beleuchten. Auf den ersten Blick lassen sich Wackers Gemälde nicht in der Eindeutigkeit erschließen, wie es bei Georges Gross oder bei Otto Dix möglich ist. Doch lassen Sie sich entschlüsseln. Ich habe jetzt hier absichtlich kein politisches, oder kein Stillleben mit politischen Intentionen genommen, sondern ein Stillleben, in dem die Ikonographie vergleichsweise einfach zu entschlüsseln ist, um das Prinzip einfach von Wacker darzustellen. So handelt es sich hier, wie gesagt, um keine politische Anspielung, aber es ist beispielhaft für die ikonographische Vorgehensweise. So sehen wir hier eine Gurke in einer weißen Schachtel. Und ursprünglich dachte ich immer, als ich mich noch nicht intensiv mit Wacker beschäftigt habe, die Schachtel heißt Lotte ist nichts Besonderes. Wenn man aber weiß, dass seine Frau Lotte heißt, in der Schachtel eine Gurke steckt, dann ist das eine ganz klare erotische Anspielung. Und genau bei dem geht es auch mit dem Trichter im Krug. Auch hier haben wir wieder eine ganz klare erotische Anspielung. Die sind auf den ersten Blick für jemanden, der jetzt dann ganz unbefangen und ohne Kenntnis des Werks herangeht, denkt man ja, ein Stillleben mit völlig unverfänglichem Obst und Gemüse. Ein vergleichbares Stillleben, was ich jetzt hier nicht zeigen werde, das nur ein Jahr später entsteht, mit einem barocken Engel, einer erloschenen Kerze, einer Zeitung, die auf die ersten Maiunruhen in Berlin hindeutet, kann als Stellungnahme gegen die katholische Amtskirche und die konservativen Parteien gedeutet werden. Auch in diesem Stillleben nützt er die gleiche weiße Schachtel. Also diese Schachtel taucht nicht nur einmal auf, sie taucht in vielen Stillleben auf, mal nur mit einer Nummer, in diesem Fall, den ich hier zeige, eben mit dem Namen Lotte. Er wird also ikonografisch bezeichnet. Auch in diesem Stillleben von 31, die man politisch Bezug nimmt, ist diese Schachtel zu sehen, jedoch ohne Inhalt als leere Hülle, neben einem in einer Vase steckenden Mohnstrauß, der vollkommen vertrocknet ist, und Mohn, daraus wird Opium hergestellt, und wie Rudolf Sargmeister und Katalin Sargmeister Fox richtig deuten, kann das als Opium für das Volk gedeutet werden. Dennoch, sowohl die erotische Überspitzung wie die politische Stellungnahme bleiben doch sehr jugendfrei und diplomatisch in diesen Fällen. Er schreibt an seinen Freund, Robert Götzker, es sind nicht Landschaften heute die Schoßkinder der Reaktion, das sind sie. Die Landschaft, schreibt Wacker, ist ein scheinbar neutraler Boden. Auch Stillleben können es sein. Aber sie müssen wirklich still sein. Die meinen, obwohl sie doch so still gemalt sind, haben die Stillleben zu viel Gegenwart, Spannung, versteckte Frage. Zuweilen denke ich übrigens, ob man sich nicht noch mehr verstecken sollte. Untendenziöser, unangreifbarer, unangreifbar werden sollte, das Spiel noch verborgener treiben, um umso wirksamer zu bleiben. Also, Rudolf Wacker bleibt trotz aller politischen Stellungnahme doch sehr, sehr diplomatisch, sehr versteckt. Wer es lesen will, kann es lesen, aber man muss die Ikonographie dann doch genau kennen. In diesem Sinne deutlicher wird er aber bei dem kleinen Puppenköpfchen. Das befindet sich hier in der Sammlung Ordner. Sie können es hier hinten dann auch noch im Original betrachten. So, Puppenköpfe haben normalerweise was ganz posierliches, süßes. Kinder spielen gern damit. Es ist etwas sehr anheimelndes. Aber hier ist das Puppenköpfchen nicht mehr süß, es ist nicht mehr niedlich. Dem Betrachter gegenüber ist es offen, verletzt. Zerstört die hübsche Puppenfrisur. Es ist wie kahl geschoren. Man kennt das aus Vorgehen gegen zum Beispiel Frauen, die fraternisiert haben. Denen wurde der Kopf rasiert. Also diese Kopfrasur hat hier auch stattgefunden. Es ist deformiert, letztlich gebrochen und schaut ins Leere. Die Stellungnahme hat hier an Eindeutigkeit gewonnen, jedoch für die Bewahrung der menschlichen Würde. Es ist keine politische Bezugnahme. Damit bezieht Wacker Stellung gegen die Diffamierung und die Verfolgung, die er in Deutschland und Österreich beobachtet. Wacker hatte in München die diffamierende Ausstellung Entartete Kunst gesehen und war entsetzt. Durch seine Freundschaft mit Robert Götzinger seit 1931 engagiert sich Wacker verstärkt gegen die Nationalsozialisten, hatte mit ihm doch auch er einen Partner gefunden, mit dem er sich austauschen konnte. Die Vor- und Nachteile des Bolschewismus hatte er aber schon während seiner Kriegsgefangenschaft in Russland kennengelernt und war auch gegenüber dem Marxismus skeptisch. 1933 schließt sich sogar der Vaterländischen Front bei. Das ist eine Organisation, die dem Ständestaat sehr nahe steht, die als letzte Möglichkeit ansah, den Nationalsozialismus in Deutschland zu bekämpfen. Es ist also deutlich, dass Rudolf Wacker zwar politisch Stellung bezieht, aber nicht als aktiver Propagandist gegen oder für eine bestimmte politische Richtung, sondern bezieht sich Stellung gegen ein inhumanes Vorgehen. Interessant und wichtig für den Kopf und die Interpretation bei Rudolf Wacker ist, dass das Bild Anteilnahme beim Betrachter auslöst. Das ist für ihn ganz wichtig. So, im Vergleich möchte ich jetzt auch hier aus der Sammlung, Sie können es unten zeigen, ein Werk von Franz Sedlacek zeigen. Das ist von 1929, also es ist noch in einer politisch vergleichsweise harmlosen Zeit gemalt. Es zeigt aber einen Vortragenden, der vermutlich über ein zoologisches oder paläontologisches Thema spricht, auf welches das Skelett hinweist. Er steht dramatisch beleuchtet vor gebannt lauschenden Zuhörern. Seine hervorquellenden Augen, der aufgerissene Mund und der Zeigestab machen das eigentlich langweilige Thema eines paläontologischen Befundes zu einem reißerischen Auftritt. Wie ein Demagoge reißt hier der Redner seine Zuhörer mit. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine politische Stellungnahme. Wiewohl Sedlacek von seiner politischen Orientierung als ausgesprochen reaktionär einzuschätzen ist. Im Unterschied zu Wacker nimmt der Betrachter hier keinen Anteil an der Szene. Die Szene selber wirkt eher wie eine Karikatur. Man bleibt sehr distanziert in dem Ganzen. Hier jetzt das ungleiche Paar eigentlich, Rudolf Wacker und Franz Sedlacek. Der Unterschied wird hier noch deutlicher, betrachtet man Sedlaceks Landschaft mit Malern. Vom erhöhten Standpunkt aus sehen wir auf eine Landschaft, die Anmutung der Malerei eines Frangelico oder eines Konrad Witz besitzt, jedoch mit blockartiger Architektur. Der Maler selbst unten porträtiert diese Landschaft, die an sich schon sehr unwirklich wirkt. Der beobachtete Maler bei der Schaffung seines Bildes bzw. seiner Weltsicht wird dokumentiert. Der Betrachter behält auch hier eine sehr große Distanz. Also eigentlich das diametrale Gegenteil von dem, was wir bisher bei Wacker erlebt haben. Dagegen Rudolf Wacker, der 1936 einen alten, abgenutzten Haubenstock porträtiert, von der Zeit und seinen Besitzern gezeichnet und maltretiert. Da könnte es sich schon um eine politische Stellungnahme des maltretierten Menschen handeln. Lässt sich so interpretieren. Gleichmütig blickt dieser Haubenstock vor sich hin. Die Blume als sinnliche Schönheit in der Vase ist uns abgewendet und die Kinderzeichnung dahinter wirkt wie ein Spiegel oder ein seelisches Abbild. Der fragile Spielzeugvogel wirkt hier als Betrachter im Bild, der in seiner leuchtenden, grellen Farbigkeit hoffnungsvoll zu schweben scheint. Als Bildbetrachter nimmt man hier wieder Anteil. Zusammenfassend, die distanzierte Landschaft Sedlaceks und die auf den Betrachter einwirkende Anteilnahme bei Wacker machen solche beiden Werke eigentlich und Künstler miteinander unvereinbar. Beiden gemeinsam ist jedoch die Bedeutung der Maltechnik ein sehr konservatives Element, die Sedlacek oft detailliert und auf der Bildrückseite beschreibt und Wacker in seinem Tagebuch betont. Beide, dies sei auch angemerkt, sind auch der Fehler, die ihnen in der Maltechnik unterlaufen können, bewusst. Also beide haben eigentlich einen sehr konservativen, handwerklichen Ansatz, der eher von einer persönlich konservativen Einstätzung des politischen Systems sprechen könnte. Und dennoch haben beide ähnliche Vorbilder oder Verwandte in den italienischen Valori Plastici, deren Ausstellungen Wacker mehrmals 1921 in Berlin besuchte und sich mit diesen intensiv beschäftigte. Jedoch handelt es sich jetzt nicht um einen Italiener. Bei den beiden Bildern, die hier gezeigt werden, handelt es sich um zwei Werke vom Schweizer, von Basler, Nikolaus Stöcklin, einem Basler Maler, der schon 1925 in der Mannheimer Ausstellung Neue Sachlichkeit mit einem ganzen Werkblock prominent vertreten war. Wir haben hier drüben diese sehr zurückhaltend, distanziert gemalte Landschaft und unten den Haubenkopf. Die Tessiner Landschaft im spätgotischen Stil, spätgotische Landschaften vermittelt mitten im Weltkrieg, denn das Bild ist 1917 gemalt, eine friedliche Landschaft, eine Idylle, in der die Menschen im heraufziehenden Frühling mit der Arbeit beginnen. Man sieht unten noch den sich zurückziehenden Schnee. Daneben, auch von ihm gemalt, der scheinbar achtlos labil abgelegte Haubenstock auf einem mit einer einfach drapierten Stuhl, schaut uns hilflos mit seinen leeren Augen an. Wie bei Wacker ist der Raum einfach aufgebaut, dessen Fluchtlinien den Kopf als Bildzentrum hervorheben. Wacker kannte Stöcklins Werk spätestens seit 1926 und besaß auch Schriften über ihn. Beide Werke sind schon 1917 entstanden und vor den maßgeblichen Ausstellungen der Neuen Sachlichkeit und vor dem Kriegsende zudem in einer Schweiz, die vom Trauma und von politischen Unsicherheiten nicht tangiert ist, gemalt worden. Somit ist hier eigentlich eine politische Ausrichtung der Malerei nicht auszumachen und dennoch beide Bilder sind vom gleichen Maler miteinander vereinbar. Um erneut auf die politische Interpretation von Bildern zu lenken, sei hier auf Albert Paris Gütersloh und Sergius Pauser hingewiesen. Gütersloh, der mit den Nationalsozialisten sympathisierte, porträtiert hier seine Tochter Alexandra. Versonnen, geistesabwesend, blickt sie vor sich hin, ihre Individualität wird hervorgehoben, durch Lichtreflexe wird sie überhöht. Man nimmt hier als Betrachter, zumindest meiner Einschätzung, an dem Bild Anteil. Man baut einen Bezug zu der porträtierten Person auf. Darunter Sergius Pauser, der kein Parteigänger der NSDAP war, aber den belasteten Louis Trenker porträtiert. Distanziert, beobachtend, am Betrachter vorbeischauend wird Trenker charakterisiert. Den Blick hat er in die Ferne gerichtet über die Alpenwelt, die wir als Betrachter ebenso im Blick haben. Wir haben ja also eine ausgesprochen distanzierte Haltung. Und gerade wiederum das Umgekehrte, der Paris Gütersloh, der sehr viel Engagement für seine Tochter hier aufzeigt, selbstverständlich, und Sergius Pauser, der kein Parteigänger der NS war, bleibt hier sehr distanziert. So, jetzt sind wir wieder hier im Original. Das Selbstporträt in den Haubenkopf. 1924 porträtiert sich Wacker in einer sehr eigentümlichen Weise. Der Bildraum ist verschränkt durch verschiedene Diagonalen. Er wirkt instabil, bedrückend. Wie im 1920 erschienen oder aufgeführten Film Kabinett des Dr. Caligari gefangen. Sowohl der Maler als auch die wiedergegebene Materialkollage von Frau Klimisch blicken uns entgegen. Die unwirkliche Situation verstärken die geometrischen Elemente des Bildes. Selbst die Paletten, die Farben der Palette bestehen aus geometrischen Formen. Die Bedeutung der Flächen wird auch im Gemälde lädierter Kopf deutlich. Zwei Flächen, nur zwei Flächen bilden gemeinsam mit dem Haubenstock und dessen Verschattung den Bildraum. Abstraktion und Gegenständlichkeit sind in diesen beiden Bildern vereint. Der Oberkörper des Malers, auch die Frau Klimisch und hinten dran ein Tuch, bilden einen gegensätzlichen Raum zu dem sehr geometrischen Umfeld, in dem diese Figur des Selbstbildnisses des Malers eingemalt ist. Wie der Haubenstock ergänzen eben dieser Kopf, die Frau Klimisch und das Tuch den Raum und die Raumkonstruktion. Wacker schreibt selber 1924 über Stillleben. Ich male Stillleben zum ersten Mal eigentlich. Denn Puppen, die früher immer der Hauptakzent waren, sind ja Lebewesen für mich. Auch Blumen, Flaschen, Krüge, Zwiebeln, Zitronen, Hering, Spielkarten und so weiter. Ihre naturalistischen Formen in Kontrast zu abstrakten Dreiecke, Vierecke, Ellipsen etc., die ich in anderen Bildteilen verwende, zugleich um die Fläche zu beleben, linear und farbig, und um eben überhaupt alles zu bewegen. Also hier haben wir eine ganz geometrische Vorgehensweise, eigentlich dem Neusachlichen letztlich widersprechend. Hier möchte ich ergänzend sagen, dass Kandinsky in das Kunstblatt in einer Umfrage, in der sich auch Hartlaub über die kommende Ausstellung der neuen Sachlichkeit äußert, über einen neuen Realismus, Kandinsky antwortet hier schriftlich, Zitat, Die Periode des kommenden Realismus, den ich den ersten wahren Realismus nannte, ist berufen, wichtige Dienste zu leisten, Befreiung des Menschen vom konventionellen, vom engen, vom hassvollen, Bereicherung seiner Empfindung und Lebenskraft. Diese Periode wird andererseits der letzten Trennung der Kunst von der Natur dienen und so wird der Realismus der Abstraktion dienen. Man sieht aber beim Wacker, beides ist doch in gewisser Weise vereinbar. So, der Kontrast zwischen der raumbildenden Figur und dem flächigen Hintergrund, also jetzt hier was, Entschuldigung, dass ich übersprungen habe, weil ich sehe hier nicht die Nummerierungen, ja. Hier haben wir jetzt ein ganz anderes Beispiel, ich zeige Ernst Stöhr, das ist ein Mitglied, ein Gründungsmitglied der Wiener Sezession und wenn wir diese Abstraktion auch, die wir jetzt bei Wacker festgestellt haben, auch hier betrachten, so stellen wir fest, der Kontrast zwischen der raumbildenden Figur und dem flächigen Hintergrund ist kein neues Phänomen. Es ist kein von Kandinsky entdecktes Phänomen, es ist kein von Wacker entdecktes Phänomen, es ist ein Phänomen, was schon wesentlich länger, und das muss nicht auf die Sezession beschränkt sein, wesentlich länger existiert. Die Figuren sind vom flächigen Hintergrund, wie in den beiden Beispielen der Sezessionisten Ernst Stöhr. Das eine ist aus Versacrum selber, wo er auch die Gedichte dazu geschrieben hat und das andere ist Mondnacht im Besitz des Belvedere. Die figurative Malerei wurde aber in dieser Zeit der Sezession durch ein neues Fortschrittsverständnis, welches sich beispielsweise in Meyer-Gräfes Schrift der Fall Böcklin äußert, als anachronistisch diskreditiert. Wir haben hier das gleiche nochmal, wir haben hier den Pavillon von Mies van der Rohe mit der Skulptur Morgen. Also es ist nicht nur so, dass es um 1905, 1906 in der Sezession solche Formauffassungen gab, der Flächigkeit oder Ornamentalität gegen die Figur, sondern das gibt es auch nochmal wesentlich später und gilt da auch noch als ausgesprochen modern. Mit dem Aufkommen der neuen Sachlichkeit wird das Gegenständliche wieder in der Kunstgeschichte salonfähig, bis es durch ideologische Vereinnahmung erneut aus dem kunsthistorischen, kunstkritischen Blickwinkel genommen wird. Ich zeige hier nochmal von Rudolf Wacker die Arbeit, die wir hier auch im Raum sehen und wir haben hier genau das gleiche Phänomen wie gerade beim Barcelona-Pavillon. Man kann sogar überspitzt sagen, wir haben die gleiche Marmorart. Also es sind ganz ähnliche Phänomene hier anzutreffen, die in der ungegenständlichen Kunst damals anzutreffen sind. Die Unterscheidung zwischen der nun dann später diskreditierten figurativen Malerei durch den Nationalsozialismus, ich führe absichtlich den Franz Lenk vor, aber von 1929, da war er noch nicht nationalsozialistisch diskreditiert. Die Unterscheidung zwischen nationalsozialistischer Malerei und deren Gegnern erscheint, wie hier im Fall von Franz Lenk und Rudolf Wacker, schwierig. Ich glaube, es wird ganz offensichtlich, dass man hier nicht sagen kann, es sind zwei unterschiedliche ideologische Strömungen, die sich hier in Bildern dokumentieren. Man kann Wacker hier kein sozialistisches oder humanistisches Weltbild unterstellen. Resümierend, das dichotomische System der kunsthistorisch-kunstkritischen Beschreibung der neuen Sachlichkeit, dies in einem klassischen und veristischen Teil zu unterscheiden, begünstigt eine Interpretation, die einer Dialektik folgt, nicht die einer kontinuierlichen Entwicklung. Und deshalb habe ich auch dieses Bild von 17 gezeigt und das von Stöhr, weil sie wesentlich früher sind. Auch Franz Roh, Auflistung der Unterschiede zum Expressionismus, wie laut, still, erregend, vertiefend, warm, kühl, urtümlich kultiviert, also urtümlich der Expressionismus, kultiviert die neue Sachlichkeit, tradieren diese dichotomische oder diese dialektischen Gegensatz herbei. So ist eine solche Argumentation erschwert die kunsthistorische Argumentation einer Kontinuität der Entwicklung gegenständlicher Kunst. Der politische Neuanfang in Deutschland, Roh war Mitglied der Münchner Räterepublik, erfordert eine neue Kunst, keine Kontinuität. Gegen dieses Neue, für die Kontinuität, sprechen aber Werke eben wie von Stöcklin oder vom Tschechen Jan Sirsavi oder von Alexander Karnold, die schon in den frühen 1910er Jahren entstanden. Ebenso die Koinzidenzen, die 1905 zum Bruch der Klimtgruppe mit dem Rest der Sezession, den eher gegenständlichen Malern führt, oder die schon angeführte Diskussion um Arnold Böcklin, wobei 1903 in der Sezession die Etablierung des Impressionismus gerade in Wien stattgefunden hat, durch Julius Mayer Gräfe. Also diese Diskussion um Böcklin, diese Diskreditierung letztlich von Böcklin führt auch zu einer Diskreditierung einer anachronistisch-figürlichen Malerei. 1918 als Scheidepunkt. Gustav Hartlaub schließt das Vorwort zur Ausstellung. Neue Sachlichkeit, dass der Künstler enttäuscht, ernüchtert, oft bis zum Zynismus resignierend, fast sich selber aufgebend, nach einem Augenblick grenzenloser, beinahe apokalyptischer Hoffnungen sich mitten in der Katastrophe auf das Besinnen, was das Nächste, das Gewisseste, das Haltbarste ist, die Wahrheit und das Handwerk. Ich habe vorher schon vom Handwerk bei Sedlacek und Wacker gesprochen. Wir haben auch hier wieder diese, wie sagt man, Neuanfangsstimmung, diesen Kulturpessimismus nach 1918. Gilt diese besondere Betonung des Handwerks sowohl für Wacker wie für Sedlacek, so muss die Interpretation des Neuanfangs nach 1918 bis in die 1920er Jahre relativiert werden. Allein angesichts der massiv einsetzenden Unterhaltungsindustrie, unter anderem der maßgeblich durch Filme, deshalb habe ich vorher den Caligari erwähnt, beeinflussen stark das Schaffen der Künstler. Die Wiederholung des Traumas des Ersten Weltkriegs galt es zu überwinden, nicht zu pflegen. Also wir sagen, es gibt Werke, die den Ersten Weltkrieg thematisieren, aber wer möchte den Ersten Weltkrieg immer wieder in Bildern repetiert sich selbst im Ersten Weltkrieg und in der Lage dessen sehen, die Künstler sind eher orientiert auf einen Neuanfang. Deshalb muss man eher in der Modernisierung die Intention der Künstler sehen, nicht in einem Kulturpessimismus, wie Hartlaub hier argumentiert. Denn nicht nur in Deutschland wird neue Sachlichkeit gepflegt. Wie es Ihnen aufgrund neuer Forschungen zur gegenständlichen Kunst der 1920er und 30er Jahre zeigt, ist es ein internationales Phänomen. Das heißt, auch in Ländern und bei Künstlern, die nicht vom Weltkrieg betroffen waren, finden sich neue sachliche Strömungen. Es ist also keine Reflexion des Weltkrieges oder des Weltkriegsphänomens. So wäre die Frage zu stellen, ob die gegenständlich orientierte Malerei erst mit dem Aufkommen der sogenannten neuen Sachlichkeit wieder einen innovativen Entwicklungsschritt genommen hat oder ob es nicht vielmehr die Kunstgeschichte bzw. die Kunstkritik ist, die gegenständlich orientierte Malerei wieder zur Kenntnis bzw. in die Avantgarde-Diskussion aufnimmt. Denn durch diese Ausstellung oder diese Schriften von Meyer-Gräfe und die Diskussion um 1905 war diese Malerei zu dem Zeitpunkt weitgehend diskreditiert. Die kontinuierliche Entwicklung gegenständlicher Malerei erscheint mir erkennbar und nachvollziehbar. Die Diskontinuität mit der Grundlage des sich in jeder neuen Kunst repetierenden Geniegedankens erscheint mir dagegen von der Kunstgeschichte bzw. von der Kunstkritik bestimmt. Danke. Applaus Ja, vielen Dank für den sehr differenzierten Vortrag. Meine Frage ist relativ simpel, weil Wacker natürlich selber diesen Zuschreibungen aufgesessen ist. Wenn man die Tagebücher liest, identifiziert er sich natürlich mit dem rechten Flügel der neuen Sachlichkeit, mit Georg Schrimpf und Alexander Kahnold. Also die simple Frage ist eigentlich, wie kann man Wacker selbst in seinem Positionsgeschäft als Künstler, weil ich glaube, dass er auch sagt, Abstraktion geht gar nicht. Und er sagt all das, was Sie jetzt sozusagen herausgearbeitet haben, was sozusagen ambivalent bleibt. Also er selber hat ja, was mich auch erstaunt hat, als ich mich mit ihm beschäftigt habe, er hat zu Pormann, er hat so Egerlins Kontakte gepflegt. Das sind jetzt gerade die progressiven Maler. Aber er hat wohl auch Kandinsky Schriften sehr genau rezipiert. Er hat diese Dreiecke und das, ob gelb, das Dreieck repräsentiert. Das hat er auch sehr genau studiert. Also er vereint eigentlich beide Komponenten ineinander. Insofern, und ich glaube auch nicht, dass er sich parteipolitisch positioniert hat, selbst wenn er tendenziell eher links anzusehen ist, er ist eher ein Grundhumanist. Und zwar ein Grundhumanist, nicht in dem konservativen Sinne der Wertebewahrung, sondern ein Humanist im Sinne des, sich des Menschen zuwenden. Insofern vermittelt der Wacker nach meiner Einschätzung eigentlich ein vergleichsweise fortschrittliches Bild der neuen Realismus, neuen Sachlichkeiten, magischen Realismus, was auch immer der Name ist. Aber dieses Bild, wenn man sich mit neuer Sachlichkeit beschäftigt, ist man sehr salopp, sehr schnell dabei, immer die neue Sachlichkeit auf diese deutsche Sicht zu beschränken. Es gibt jetzt neuere Forschung, gerade in Tschechien, New Realism von Ivo Haban. Da wird das vollkommen egalisiert. Es gibt auch keine deutschsprachige neue Sachlichkeit, wie man das lange in Tschechien angenommen hat. Es gibt durchaus auch eine tschechischsprachige neue Sachlichkeit in Tschechien. Also man kann hier auch noch nicht mal ethnisch unterscheiden. Und das, was immer gewollt ist, was wir vorher schon von Ihnen gehört haben, über Repräsentation von Tirol oder von Vorarlberg, so sehen sich die Künstler nicht. Die Künstler sehen sich, und das ist immer meine Intention, auch eher kosmopolitisch. Künstler können nur, wenn sie lokal arbeiten und sich lokal sehnvoll, folkloristisch arbeiten. Kunst gleitet in die Folklore ab. Kommunikation, Kunst ist ein Kommunikationsmittel. Das heißt, es muss verständlich sein. Und dazu muss man ein breiteres Publikum finden. Ein Roman ist nicht für eine Person oder nur für eine Ortschaft geschrieben, sondern in einem Roman versucht man möglichst viele, eine große Leserschaft zu erreichen und zu begeistern für seine Intention. Und ich glaube, das strebt der Wacker einfach auch an. Herzlichen Dank. Ich glaube, Sie haben da quasi den Stier bei den Hörnern gepackt, nämlich wenn es um das politische in der Zwischenkriegszeit geht. Das finde ich natürlich total wichtig und ist aber total schwierig. Und wir werden auch heute keine Antwort darauf finden, wer ist links und wer ist rechts. Ich möchte nur vielleicht einen Punkt noch setzen und mal nachfragen, nämlich zum Begriff des Handwerks. Und mir scheint ja so meine Privattheorie zu dem Begriff des Handwerks, im Gegensatz zu dem, wie man das auch immer bei Wacker und all diesen Können der Malerei sieht, dass wir doch irgendwie davon ausgehen müssen, das haben Sie, finde ich, sehr schön, auch mit diesem Neubeginn betont, nach dem Ende nicht nur des Ersten Weltkriegs. Ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, nach dem Ende vor allem der Monarchie. Das heißt, Österreich wurde neu gedacht und es kam ja quasi mit diesem Neuanfang, mit dem republikanischen Neuanfang auch ein ganz neuer Künstlerbegriff ins Spiel. Und der Künstlerbegriff zeigt sich eben nicht nur dadurch, man sieht es ja auch bei dem Bild, dass sich Künstler eben, würde ich sagen, nicht als Clowns, sondern auch als Handwerker darstellen, also mit Arbeitsjacke im Atelier arbeitend. Und da kommt, finde ich, immer auch so in der Form von Selbstverständnis, da wird das Handwerk, kriegt natürlich in dem Zusammenhang eine extrem wichtige Bedeutung, weil quasi wer erschafft auch eine neue Epoche in der bildenden Kunst, auch eine neue Epoche quasi im politischen Selbstverständnis neu, wenn nicht der Handwerker quasi als Gründungsmythos oder als Gründungsfigur von irgendeinem Bauhütten für Fantasien. Also ich glaube, das Handwerk darf man nicht nur so, das wollte ich hinaus, nicht nur so quasi aus akademischen, maltechnischen Gründen sehen, sondern, finde ich, vor allem auch als Selbstverständnis, wie man sich als Künstler neu quasi in der Zwischenkriegszeit positioniert. Also das wäre mein erster Punkt. Und der zweite Punkt, was ja total wichtig, was Sie gesagt haben, dass die Malerei ja quasi sich zwar von der Aufgabe der Darstellung der Wirklichkeit befreien kann, weil es endlich mal die Fotografie gibt, gleichzeitig aber dann auf einmal den Konkurrenzdruck, nicht nur die Inspiration des Films sich gegenüber sieht, weil der auch Bilder produziert. Und da finde ich, beim Wacker gibt es einfach, finde ich, eine zentrale Stelle, als er nämlich den Panzerkreuzer Potjomkin sieht. Und mehrmals gesehen, und da sagt er, und da gibt es auch, wenn man sich die Szenen anschaut, da werden auch so Bilder, also so Gegenstände gezeigt auf dem Schiff, das Besteck, die Teller, und sie werden so hineingeschnitten, so als ganz Bilder. Und er sagt, genau so will ich eigentlich malen, wie Eisenstein quasi hier die Wirklichkeit abgesetzt hat, also die Dinge zum Sprechen bringen. Dieser Einfluss von Filmen finde ich total wichtig. Und ich finde dann auch, natürlich ist der dritte Punkt, darf ich sagen, dass man Wackers Werke auch quasi wie Filmbilder sehen kann, weil er dadurch, dass er so ein konzentriertes Figurenrepertoire hat, wie das Gelbe Vögelchen, das Sie ja auch gezeigt haben, das kommt ja an mehreren Bildern vor, als wären das wie Filmstills, die quasi so durch die Welt fliegen und Wacker eigentlich, würde ich jetzt überspitzt sagen, Filme machen wollte und damit auch Anschluss zu haben an die 20er Jahre, aber halt nur Bilder machen konnte. Also das Handwerkliche habe ich deshalb erwähnt, weil es eigentlich ein sehr retardierendes Moment ist. Es ist ein antimodernistisches Moment und das ist ganz typisch. Es ist hier in Wien vor allem zu finden. Die Bauten, die die Stadt Wien damals hat bauen lassen in den 20er Jahren, sind durch die starke Einbeziehung des Handwerks, um das Handwerk wieder auch ein bisschen auf die Füße zu helfen, nach dem Krieg sehr stark gemacht worden. Das war kein industrielles Bauen. Also diese Industrie, anti-industrielle, anti-modernistische Haltung, steckt auch bei ihm letztlich drin. Das war jetzt der Punkt, um den es jetzt ging. Ich würde auch gerne noch nicht nur Danke sagen im Namen von uns allen, sondern vielleicht auch darauf hinweisen, dass für mich Rudolf Wacker ja in sich eine Entwicklung durchmacht, wie sie die Malerei insgesamt durchmacht. Er kommt vom Expressionismus und endet in einer sachlichen. Und ich möchte jetzt bewusst dieses Wort neu nicht verwenden, denn es ist keine neue Sachlichkeit, sondern es ist eine Sachlichkeit, wie sie es seit dem 17. Jahrhundert gegeben hat, die aber daraus resultiert, dass eine ganze Künstlergeneration auch die Frustration dieser großen Katastrophe im ersten Krieg irgendwie beantworten musste. Vor dem ersten Krieg hat man das Gefühl gehabt oder die Empfindung, die Vorstellung gehabt, die Welt kann mit der Emotion, mit der Expression, mit einer sehr gefühlsbetonten Malerei erklärt werden. Und die Frustration war sehr groß, wie man gesehen hat, dass die überhaupt keinen Einfluss hatte, sondern dass 20 Millionen Menschen in Europa verstorben sind. Und diese Rückbesinnung, die Dinge wieder anzuschauen, die Details, die Kleinigkeiten wieder anzuschauen, ist eine Entwicklung, die man ja im Werk Rudolf Wackers ganz deutlich sieht. Insgesamt kann ich meiner Vorstellung nach ja auch erkennen, dass er einen Weg weg von den Menschen und hin zu den Dingern unternimmt. Es gibt also in den 30er Jahren da zwar noch einige Porträts, aber es ist in Wirklichkeit ein sich verstärkt den Dingern zuwenden. Und wenn wir dieses Stilleben, das da unten ist aus dem 24 oder 25 Jahre, das Sie auch gezeigt haben, ist das ein erstes mit sich am Rand als Selbstporträt, ist das ein erster Hinweis darauf, dass ich glaube nicht, dass ich den Menschen vertrauen kann, ich glaube, ich muss den Dingern vertrauen. Die Dinge sind, also ein Lob, vielleicht sogar der Naturwissenschaft, die Dinge, die ich messen kann, die ich abbilden kann, darin liegt die Wahrheit. Und zu diesem wunderbaren Thema des Antagonismus, die Sie also bei diesem einen Bild mit dem Haubenstock so schön zum Ausdruck gebracht haben, die graue und schwarze Hintergrund. Das ist natürlich ein großes Thema der Zeit um und nach 1900, kommend von Alois Riegel aus seiner römischen Spätindustrie über Worringer bis hin zu Kantinski, der dann von Abstraktion und Einfüllung spricht. Und auch das begleitet und zeigt Rudolf Wacker in einem für mich sehr Bedeutenden. Ich darf mich auch bei Ihnen, lieber Herr Dr. Klee, sehr, sehr bedanken und darf das Mikrofon noch einmal weitergeben. Ja, ich möchte mich auch bedanken, Entschuldigung, aber mich treibt immer noch diese Frage um mit dem angeblich Konservativen des Handwerks. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, sondern ich würde dann vielleicht... Also was mich daran so ein bisschen umtreibt ist, dass man auf der einen Seite ein schlagendes Zitat von Karl Einstein als linken Kritiker hat mit Blick auf Otto Dix, der dann sagt, naja, Otto Dix ist ein malender Reaktionär, das bezieht sich auf das Handwerkliche, am linken Motiv, das bezieht sich auf das Progressive seiner Bildthematik. Und auf der anderen Seite hat man so Phänomene wie die rheinischen Progressiven, die extremen Wert als ganz linke Künstler auf eine handwerkliche Gestaltung fast einen Mauern von Bildern legen, wo ich wirklich so... Also sozusagen, wo ich einfach hinterfragen möchte, dass man, sagen wir mal, so eine bipolare Sicht, sondern ich glaube, das ist eine viel kompliziertere Sicht und ich glaube zum Beispiel auch, weil wir dieses wunderbare Selbstbildnis als Maler da sehen, es ist natürlich ein Bild, was davon lebt, dass es genau eine Spannung erzeugt zwischen etwas, wo es sich nicht entscheiden möchte, sondern wo es im Grunde ja vorführt, dass es beides auch kann und gleichberechtigt kann und so. Und das wäre mir vielleicht nochmal so ein Punkt, wo ich Sie nochmal fragen würde, wie man es, ich sage jetzt mal, nochmal so vielleicht anders denken oder verkomplizieren könnte mit einfach diesem vielleicht auch Selbstwiderspruch einer sogenannten linken Kunst, ich will die jetzt gar nicht Sachlichkeit oder politisch nennen, sondern die vielleicht auch in sich zerrissen ist und gar nicht weiß, wie sie umgehen damit sollen. Also das ist ein sehr komplexer, ja, kann ich nur beistimmen, das ist ein sehr komplexer Punkt. Was ich jetzt wiedergegeben habe mit der Handwerklichkeit als Konservatives, das ist ein Diktum, was natürlich ausgegeben wird von linken Positionen, ganz klar. Das neue Bauen in Deutschland ist ein industrielles Bauen, das handwerkliche Bauen in Österreich ist ein konventionelles Bauen. Das ist natürlich ein Punkt, der ist sehr stark zu hinterfragen, ob das so bei der Malerei auch seine Richtigkeit hat. Es ist nur so, was ich einfach damit zeigen wollte, was ist eigentlich konservativ? Beide haben Wert auf Handwerklichkeit gelegt. Kann man das nur sagen, es ist eine linke oder kann man das nur sagen, es ist eine rechte Position? Ist dann Wacker eigentlich ein Grund konservativer? Das ist alles nicht mit der Eindeutigkeit zu belegen. Für mich war jetzt aber der entscheidende Punkt, dass eigentlich, und da sind wir wieder bei der Argumentation, ist Handwerklichkeit links oder ist Handwerklichkeit rechts? Ist es konservativ oder nicht? Wer legt diese Wertschätzungen letztlich fest? Und da sind wir vor allem bei der Kunstkritik, aber auch bei der Kunstgeschichte, die eben die neue Sachlichkeit propagandistisch verfolgt haben als ein Neuanfang. Das hat vielerlei Gründe. Das hat beim Franz Roux, wie ich gesagt habe, ganz klar, er wollte ein Neuanfang. Und es ist natürlich immer einfacher, wenn man so argumentiert als Kunstkritiker oder als Kunsthistoriker, ein Genie zu produzieren. Wir haben in Deutschland, das ist ein Thema, was mich permanent beschäftigt, bis zum heutigen Tage noch eine Genie-Kunstgeschichte zum großen Teil. Wir haben keine Kontinuitäten-Kunstgeschichte. Kontinuitäten werden nicht gesucht, denn wenn jemand Kontinuitäten sucht, ist er letztlich nur ein Nachfolger, ein Plagiateur seines Vorgängers. Das ist eine Wertung. Das ist eine Wertung, die durch die Kunstgeschichte bis zum heutigen Tage stattfindet. Der Künstler muss was gänzlich Neues schaffen. Und was es mir letztlich ging, war dieses gänzlich Neue, mit dem die neue Sachlichkeit verkauft, oder einfach als Label darzustellen, dass man einfach hier versucht hat, ein Produkt neu an den Mann zu bringen, um es wieder salonfähig zu machen, ganz kommerziell gesprochen, nachdem man es vorher in den 1905er Jahren und später total diskreditiert hat. Dass wir eigentlich einen großen Nachholbedarf haben in der Bewertung der gegenständlichen Malerei, eben eines Arnold Böcklins im Vergleich zu einer Malerei der Impressionisten. Und gerade das, ich kann das jetzt hier nicht extemporiert ausführen, gerade das hat exzessiv Meyer Gräwe in der 1903er Ausstellung der Wiener Sezession verfolgt, der die Impressionisten damals als neue Malrichtung durchgesetzt hat und damit letztlich die figurale Malerei diskreditiert hat. Deshalb steht eigentlich der Fall Böcklin in der Nachfolge ganz logisch. Und es ist auffällig, wenn man Meyer Gräfes Schrift verfolgt, es ist nur ein Beispiel der Meyer Gräfe, über die, ich weiß nicht wie die populäre Schrift heißt, die Kunst unserer Zeit. Im ersten Auflage ist die Wiener Sezession drin, in allen Nachfolgenden ist sie weg, weil sie ist zu konservativ. Mittlerweile sage ich nicht meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern liebe Wackerfreunde. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Ich freue mich jetzt besonders auch auf die nächsten drei Vorträge. Der erste wird uns von Prof. Dr. Olaf Peters präsentiert. Er arbeitet an der Martin Luther Universität in Halle-Wittenberg. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Philosophie und neuere Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum hat er 1996 dort auch promoviert, war dann Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und zwischen von 1998 bis 2004 Assistent am Kunsthistorischen Institut der Universität Bonn. In den folgenden beiden Jahren war er Member des Institute for Advanced Study in Princeton, hat sich dann 2004 habilitiert an der Universität Bonn, war von 2004 bis 2006 Oberassistent am Kunsthistorischen Institut der Universität Bonn. Was uns fasziniert, weil Oberassistenten kennen wir nicht, da sagt man immer den Österreichern nach, sie haben so viele Titel. Aber immerhin Oberassistent, was dann sofort 2006 dazu geführt hat, dass man aus dem Oberassistenten einen wirklich ordentlichen Universitätsprofessor nicht aus ihnen gemacht hat, sondern sie sind es geworden, und zwar für neueste Kunstgeschichte und Kunsttheorie eben an der Martin Luther Universität Halle in Halle-Wittenberg. Ich darf nur Sie, sehr verehrter Professor, bitten, uns mit Ihrem Vortrag zu beglücken. Dankeschön. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und wirklich die fantastische Organisation. Das macht wirklich eine große Freude, hier zu sein und so umsorgt auch zu werden, also ganz herzlichen Dank für alle, die daran beteiligt waren und sind. Also, mein Thema bringt mehrere Dinge miteinander in Verbindung, nämlich den Künstler Rudolf Wacker, den man als einen der wichtigsten Maler der neuen Sachlichkeit viel zu lange aus meiner Sicht unterschätzt hat. Das Motiv der Puppe, das für die Moderne und hier vielleicht insbesondere für den Dadaismus und den Surrealismus von wichtiger Bedeutung auch gewesen ist und dann schließlich die neue Sachlichkeit, deren komplexe Vielschichtigkeit man doch immer wieder in Erinnerung rufen muss, denn allzu oft begegnet man ihr auch heute noch mit zum Teil ideologisch eingefärbten Vorurteilen. Sie wird dann, das war so eine Forschungsposition der 70er Jahre, aber die wird manchmal auch noch so kolportiert, dann zu einer reaktionären Kunstsprache eines sogenannten weißen Sozialismus. Im frühen Herbst 1923 hat sich Wacker intensiv mit der neuen gegenständlichen Kunst befasst, die bald schon als neue Sachlichkeit bezeichnet wurde. Als Leser von Paul Westheims Kunstblatt war der Maler über den damals aktuellen Kunstdiskurs gut informiert und hatte Westheims wichtige Umfrage zum neuen Naturalismus, ein weiteres Schlagwort der damaligen Zeit für dasselbe Phänomen, die neue Sachlichkeit, wie sie dann heißen sollte, aufmerksam verfolgt. Wacker notiert dazu in seinem Tagebuch am 23. Oktober 1923, Zitat, Malerei, Problem der neuen Gegenständlichkeit. Es wäre zu bezeichnen als neue Gegenständlichkeit und berührt sich mit dem, was ich mir selbst letztens beim Malen der Puppen und in folgenden Porträtversuchen, was mir dort durch den Kopf ging. Blättert man jetzt im Tagebuch einige Seiten zurück, dann stößt man auf einen Eintrag von Ende September des Jahres 1923 mit der unterstrichenen Überschrift beim Malen von Puppen. Auch den möchte ich vorlesen. Ich liebe sie so, weil sie so lebendig sind und wie Symbole sind. Sie scheinen in eine Komposition gebracht, Beziehungen zueinander zu haben. Sie unterhalten sich miteinander. Sie agieren gemeinsam um ein gemeinsam Empfundenes. Andererseits aber ist dies alles wie Schwindel, eine bloß äußere Gebärde. Sie bleiben bei genauerem Zusehen beziehungslos, jede bleibt in sich selbst verschlossen, ist im Grunde nur mit sich beschäftigt, für sich beschäftigt, so sind diese Puppen ein Gleichnis. Im Alltag sind die Menschen so, sie schneiden doch nur Grimassen. Und in seiner Tiefe, wie oft fühlen wir das Leben so? Alles bleibt im letzten Gebärde, Gleichnis und Sehnsucht. Wir können uns nur die Hände reichen, nicht ausfließen in die Welt, nicht völlig ineinander überfließen, wir Menschen dieser Erde." Wacker, das sollte das erste Zitat zeigen, greift den von der Kunstkritik geprägten Begriff ohne Kommentar auf, um dann die eigene Position als eine reflektierte, wohl überlegte, denn das ist wirklich etwas Faszinierendes, was man auch den Tagebüchern entnehmen kann, es wirklich sehr reflektiert und wohl überlegt damit zu verbinden. Wacker sieht in der Diskussion seiner Zeit die eigene künstlerische Suche zumindest teilweise aufgegriffen. Er spricht von einer Berührung zwischen eigenen Gedanken beim Malen, zumal beim Malen der Puppen, und dem Schlagwort neue Gegenständlichkeit. Seine Bilder würde man zu dem Zeitpunkt, deshalb zeige ich Ihnen so ein bisschen auch die Entwicklung, die ich auch hier umreißen möchte, würde man eigentlich zu diesem Zeitpunkt eher dem Expressionismus zuordnen. Die starken Farben, Kontraste, der ungeglättete Farbauftrag zu dem Zeitpunkt, die summarischen Farbflächen. Zwei Jahre später hat sich das grundlegend geändert, wenn man die stilistische Entwicklung beobachtet, angesichts identischer Themen und Motive. Das Zitat verbindet darüber hinaus die Puppe als Motiv der Malerei mit der Porträtmalerei, den folgenden Porträtversuchen, wie es bei ihm heißt. Der Übergang und Durchgang vom Expressionismus zur neuen Gegenständlichkeit oder neuen Sachlichkeit erfolgt also, so scheint mir das Zitat nahezulegen, durch die Puppenbilder oder über die Puppenbilder. Zunächst vielleicht über das Bildnis Ilse von 1923 mit Perlenkette und Blume als Porträt und das singuläre naturalistische Klebebild. Da haben wir ja schon einiges gehört von Frau Klimesch von 1924. Und dessen Titel nimmt als ein weiteres Synonym eben der neuen Sachlichkeit, zur neuen Sachlichkeit, den Begriff des Naturalismus aus dem zeitgenössischen Kunstdiskurs auf. Und von dort führt er zum Bildnis Ilse von 1926. Also das wäre ganz grob skizziert, diese Entwicklung. Aber hier geht es mir weniger um diesen stilistischen Wandel, der schnell blauen Reiter, Kubismus und Virismus durchläuft, sondern um die Nähe von Puppe und Mensch. Diese Nähe betrifft auch die Möglichkeit, eigene und andere Befindlichkeiten auszudrücken. Das heißt, es geht auch anhand der Puppenbilder um das Inszenieren zum Beispiel von Handlung und auch der Erfindung von Handlung beispielsweise und dann die Frage danach, was für eine Aussagekraft besitzt das. Zuweich will ich kurz eine Differenz Wackers zur übrigen neuen Sachlichkeit andeuten. Dort findet man Versuche der Karikatur. Etwa wenn der von Wacker sehr geschätzte Otto Dix die Familie Trillhase in eine etwas gespenstisch wirkende, marionettenhaft starre Konstellation zwingt. Das sehen Sie als zweites Bild auf der linken Seite. Oder wenn Anton Rederscheid die Arme des jungen Mannes rautenhaft vor den dunklen Körperpanzer spannt, auf dem ein ausdrucksloses Gesicht aufsitzt. Oder Otto Umber, genannt Umbo, der nimmt die Puppe direkt als Motiv der Fotografie auf, um etwas anzüglich Massenkonsum, Sexualität, Körperchoreografie der Massenkultur zu charakterisieren, zu thematisieren mit diesem Titel Das neueste Angebot. Das heißt karikierende Zuspitzung, automatenhafte Depersonalisierung oder wahrenhafte Nivellierung treffen wir im Wackerswerken aus meiner Sicht im Kontrast zu denen der neuen Sachlichkeit so nicht an. Trotz der Tatsache, dass er ein Protagonist, eine zentrale Figur der neuen Sachlichkeit ist. Seine Puppen sind trotz des forcierten neusachlichen Stilidioms gegen solche Tendenzen aus meiner Sicht geradezu auf berührende, möchte ich fast sagen, anrührende Weise gefeiert, imprägniert, immunisiert. Wenn Sie die Puppen in Wackers Bildern verkörpern aus meiner Sicht im Bild eine Leiblichkeit und Verletzlichkeit, die wir in neusachlicher Porträtmalerei so meines Erachtens kaum oder gar nicht antreffen. Neusachliche Malerei verpuppt oft, verlarvt den Menschen mitunter oder ergeht sich einfach auch nur in Details, was sozusagen Falten und so weiter betrifft. Wackers Puppen hingegen verlebendigen sich regelrecht zu Geschöpfen mit Geschichte, mit Schicksal. Das ist ja von Herrn Klee auch schon angedeutet worden und ich denke, dass einige Aspekte, die ich hier ausführen möchte, eben auch an Enne Söll oder eben auch an Ihre Ausführung, Herr Klee, auch sich ganz gut anschließen. Freilich nicht immer, aber doch mit einer mir erklärungsbedürftigen Häufigkeit taucht das auf. Eine Facette der Erklärung verweist meines Erachtens auf einen extremen, auch hier würde ich sagen menschlich stark berührenden Fall, im engeren Kontext der österreichischen Kunst. Ich will mich also der Thematik über einen kurzen Umweg nähern, nämlich Oskar Kokoschkas Puppe, die berühmt berüchtigt ist. Sie ist das Produkt der unglücklichen Liebe, gescheiterten Liebesbeziehung des Künstlers zu Alma Mahler, mit der der Mahler zu Beginn der 1910er Jahre zusammen war. Die traumatisierende Trennung versuchte Kokoschka zunächst im Bild des irrenden Ritters zu verarbeiten, das 1915 entstand und einen, ich zeige es Ihnen jetzt hier nicht, einen gelenkpuppenhaft verrenkten Künstler verzweifelt in einer düsteren Landschaft zeigt. An die Münchner Puppenmacherin Hermine Moos, die sehen Sie da auch rechts kniend oben, schrieb Kokoschka im Sommer 1915, Zitat, ich sandte Ihnen gestern durch meinen Freund Dr. Pagel eine lebensgroße Darstellung meiner Geliebten, welche ich Sie bitte rechtgetreu nachzuahmen und mit dem Aufgebot ihrer ganzen Geduld und Sensualität in Realität umzuschaffen. Zitat Ende. Die Puppe wurde Realität, aber trotz zahlreicher Versuche erfüllte der Fetisch, als den Kokoschka die Puppe bereits im September 1918 bezeichnete, seine Funktion kaum oder gar nicht. Im April 1919 spricht Kokoschka seine Enttäuschung aus und von der Puppe als ein Ding, als einem Fetzenbündel mit klaffenden offenen Stellen an Rücken und Schenkeln. Sie sehen als zweites Bild links, das ist die Vorzeichnung, die er der Puppenmacherin gibt, im Grunde nach dem Motto, so soll das dann aussehen, ist dann aber enttäuscht und da sehen Sie ein Selbstbildnis von ihm auf der rechten Seite, wo er der Puppe etwas zu erklären versucht. Statt der Illusion einer Geliebten hält Kokoschka also eine defekte Monstrosität in Armen. Trotz dieser Nichterfüllung des Wunsches zählt Sigrid Metgen Kokoschka zu den Erben Pygmalions. Der antike Bildhauer hatte sich in sein eigenes Werk verliebt und die Göttin Venus verwandelte die Statuen einen Menschen aus Fleisch und Blut. Kokoschka hatte einen traumatischen Liebesentzug zu verarbeiten und beauftragte einen kompensatorischen Fetisch, der nie und auch nicht oder ich würde fast sagen kaum in den dazugehörigen Bildern, die also jetzt um diese Puppe entstehen, zum ergänzenden, vervollständigenden Komplementär des Malers avancieren konnte. Mit Blick auf die neue Sachlichkeit ergibt sich für mich aber nicht nur ein Bezug zu Wacker, auf den werde ich gleich zurückkommen, der auch noch zu spezifizieren ist, sondern auch zu Otto Dix. Meines Wissens ist noch keine Verbindung zwischen Kokoschkas Selbstbildnissen und den paradigmatischen Selbstbildnissen von Otto Dix herausgearbeitet worden. Dix stammte bzw. war in Dresden künstlerisch sozialisiert worden, Kokoschka lehrte an der Dresdner Kunstakademie und war eine zentrale und nicht unumstrittene Figur. Selbstbildnis mit nacktem Modell und Selbstbildnis mit Muse von 1924 sind aus meiner Sicht auch zwei entscheidende programmatische Bilder von Otto Dix, die wiederum auf Oskar Kokoschka referieren. Im ersten Fall präsentiert der modisch gekleidete Dix ein schamlos entblößtes Modell, im zweiten Fall malt der Künstler noch im Bild an seinem Werk und zwar im Bild selbst und wird von dem höchst lebendigen Akt als Modell und Muse zugleich inspiriert. Das heißt, der Pygmalion-Mythos ist hier mehrfach variiert. Ein Wechsel von der Bildhauerei zur Malerei hat natürlich stattgefunden. Ein Rollentausch von Lebendigkeit und Starre findet statt. Das Leben inspiriert die Lebendigkeit der Kunst oder die Lebensnähe der Kunst und nicht ein lebloses Kunstwerk weckt den Wunsch danach, verlebendigt zu werden. Nicht eine Göttin, sondern immer schon der Maler verlebendigt das Kunstprodukt und der Verismus bedrängt uns förmlich mit der Schilderung einer drastischen Sexualität. Farbigkeit und Spiel der Hände, Entblößung und Bekleidung verbinden die Bilder von Kokoschka und Dix, und zwar in beiden Fällen auf unterschiedliche Art und Weise. Hier würde ich jetzt zum Beispiel sagen, dass auch die Farbigkeit dieses intensive Blauen eine durchaus wichtige Rolle gespielt haben mag. Es gibt aber noch ein zweites Bild, auch das hat einen Dresdner Kontext. Da verändert Kokoschka die Proportionen der Figuren und macht sich zu einer Art künstlerischen Quasimodo im Kerker oder im Turm des Dresdner Ateliers mit einer nur noch fragmenthaften Esmeralda, die er berühren muss, um arbeiten zu können, während Dix, zumindest bildimmanent, scharf kalkulierte Distanz walten lässt. Ein brillantes dämonisches Zwischenspiel liefern Stillleben im Atelier, das die Abhängigkeitsverhältnisse erneut invertiert und Melancholie von 1924 bzw. 1930, das andere zeige ich Ihnen gleich. Kokoschka ist im Bann der kleinen nackten Puppe auf der linken Seite. Die zu ihm aufschaut, während er fast sonnamen Buhl agiert. Inspiration ist hier Not, Zwang möchte man fast annehmen. Dass Dix wiederum Zwang ausübte und seine Modelle beherrschte, zeigt die Marionette des üppigen Aktes auf der rechten Seite. Wenn der Maler das ostentativ ins Abseits gedrängte Modell zum Leben erweckt, das vermag die neue Sachlichkeit vom malerischen her natürlich, dann aber nur durch den An- oder Aufruf durch den Maler. Die gefledderte Atelierpuppe mit dem Schleier der Muse ist zum toten Ding herabgesunken. Das Modell wiederum wächst als dämonisches Zerrbild unkontrollierter Fruchtbarkeit aus dieser Puppe fast heraus. Deshalb ist auch die Parallelführung der rechten Oberschenkel von beiden Modell als auch Puppe wichtig, die Leiblichkeit und Stofflichkeit in Verhältnis zueinander setzen. Kokoschka gelingt das durch das Inkarnat, das von der Puppe auf die berührende Hand und den Kopf des Malers überspringt und die malende Hand noch nicht erreicht hat. Diese hält den Pinsel ungelenk, spreizt den kleinen Finger wie Dix Modell und wirkt unbelebt. Das heißt, da sehen wir im Grunde umgekehrt, die Puppe verlebendigt den erstarrten Maler Kokoschka. Das ist auch eine Reflexion über die, zu sagen, was löst die Puppe, die ich mir habe machen lassen bei mir als Maler, der eigentlich versteinert ist, aus. Das letzte Beispiel, bevor ich zu Wacker komme. Mit seiner Melancholie von 1930 wagt Dix als Zeitzeuge den Blick auf die Katastrophe. Albrecht Dürer und Hans-Baldum Grin, Golgatha und Alexander Schlacht von Altdorfer werden abbreviatorisch aufgerufen, um das zeitgleich entstehende Kriegstryptychon, an dem Dix zu dem Zeitpunkt malt, gewissermaßen in dem Bild als ein allegorisches Kürzel zu flankieren. Die blinde Atelierpuppe wagt den Blick aus dem Atelierraum in die Feuersbrunst. Zukünftiger Schlachten möchte man sagen. Der modische Akt balanciert ein prekäres Gleichgewicht zwischen Leben und Tod, dem er selbst dann verfallen wird. Rudolf Wacker nun hat die Malerei von Dix sehr genau und auch kritisch beobachtet. Sein Selbstbildnis von 1927 antwortet auf das von Dix aus dem Vorjahr und stellt dessen glatter Synthese von Modernität und Tradition. Dix zitiert dort ostentativ Dürer. Ein Bild, ich möchte sagen, konstruktiv gespannter Sachlichkeit entgegen. Dix Schützengraben hat Wacker in seinem Tagebuch eindrucksvoll beschrieben. Den zeige ich Ihnen nochmal hier, ist verloren. Das Selbstbildnis von 1926 und das Atelierbild mit Modell, das ich Ihnen gezeigt habe, sah Ende im Januar 1927 in der Kästner Gesellschaft in Hannover. Dort hingen auch Schützengraben und das zweite Elternbild, heute im Besitz des Sprengelmuseums, und von Wacker als das Monument eines Sohnes gewürdigt. Die Internationale Kunstausstellung sah Wacker allerdings schon in Zürich im September 1925 und dies für unser Thema etwas wichtiger. Und hier seien zwei Bemerkungen aus dem Tagebuch auch zitiert. Bei der ersten heißt es, schließlich zwei Bilder von 1925, ihm gemäßer, also es bezieht sich auf Dix Malerei, ihm gemäßer auf Holz gemalt, ein Stillleben, sachlich grotesk wie ein Schatten eines Friedhofs, das letzte der Maler und sein Modell, ein üppiger Akt mit der Sinnlichkeit, Fleischeslust eines Rubens und der exakten Technik früherer Meister gemalt, ein Teufelskerl dieser Dix. Zweitens, seine Tochter von 1924, ein blondes Kind in rotem Kleid inmitten von Blumen, ein heiteres Bild, das an Runge erinnert, nach all dem Entsetzlichen von Kriegs- und Nachkriegszeit, wie ein Anfang zu neuem, frischen, selbstherrlich, auf einem kleinen, unberührten Fleck heiter aufgebauten Leben. Eine Mutter und Kind von 1924 auf derselben Linie, in der Spannung weiter, mir bleibt in Erinnerung das rote Strickjerkchen des Säuglings. Vielleicht darf man das zum Kinderbild Gesagte von Wacker hier nicht nur hervorheben, sondern auch auf Wackers Puppenbilder zu übertragen versuchen. Nach dem Krieg auf kleiner begrenzter Fläche frisches Leben aufzubauen und dies als agierendes Personal selbstherrlich. So agieren vielleicht die Puppen in Wackers Bildern. Und dann ist da auch noch der Hinweis auf den Farbwert und die Textur des roten Strickjäckchens. Die offenbar besonders fesselten und Wackers Aufmerksamkeit erregten. Ich will eine Beobachtung Wackers zu Dix herausgreifen, die uns dann zur Puppenthematik überleitet. Zitat, eine seiner wichtigsten Triebfedern, die Erotik. Hinter der Anklage oder der scheinbar unbeteiligten Sachlichkeit steckt sie. Scheint mir ganz sicher, dass hinter seinen Gespenstern vom Bösen noch eine Lust mit am Werke ist, sein Ekel ebenso Genuss ist und dass seine Lust nicht im Formalen allein haftet, zum Beispiel, weil es Reiz hat, die bläulichen Adern im Fleisch zu malen oder das Zerschrumpfte einer welken Brust, eine andere wie ein eitriges Geschwür zu malen oder die Schamhaare schön einzeln zu zeichnen, sondern aus erotischer Beteiligung am Gegenständlichen herrührt. Zitat Ende. Diese letzte Bemerkung, dass eine erotische Beteiligung am Gegenständlichen hier konzediert wird, scheint mir für das Thema wichtig. Das heißt, neue Sachlichkeit oder neue Gegenständlichkeit, Erotik, Magie werden zusammengedacht in diesen Äußerungen von Wacker. Und es scheint doch kaum zufällig, dass Wacker nach der ausführlichen Reflexion, die ich hier vorgelesen habe, des Ausstellungsbesuchs in Hannover, ein neues Bild beginnt, Ilses Puppe mit Interieur. Und dass er eine Besprechung Wilhelm Hausensteins über den Maler Konrad Witz, deshalb zeige ich Ihnen das rechte Bild, zitiert, und zwar folgende Passage von Hausenstein, am Ende ist die Sachlichkeit eine Form der Innigkeit gewesen. Und dann ruft er eben auch jene Passagen auf, die die Begriffe Wirklichkeit, Geheimnis, Tatsächlichkeit, Magie, Objektivität und Staunen zusammenbringt. Lassen Sie mich zwei strenge skizzieren. Erstens den gerade angedeuteten und dann noch einen zweiten, der uns zu Dix zurückführt und neben Erotik und Geheimnis eben auch eine politische Dimension andeuten soll. Das war ja auch schon Thema heute. Die hier zu sehende Puppe hat Wacker schon früh und dann häufiger gemalt, die sogenannte blaue Puppe. Ich wähle sie hier, ich hoffe, das habe ich richtig aufgefasst. Ich wähle sie hier, um Wackers überragende Fähigkeit zur Bildkomposition, zur Verdichtung und Öffnung, zur Erzählung durch formales Arrangement anzudeuten. Links verbindet er Puppe und Fixativfläschchen durch scheinbare Berührung oder auch durch die gespiegelte beziehungsweise durchscheinende Puppenhand in der bräunlichen Flüssigkeit des Fläschchens. Zahlreiche Korrespondenzen verbinden Puppe und Fläschchen weiter, spitze Mütze und Metallverschluss beziehungsweise Öffnung, das Brustband und die Beschriftung der Flasche, die geknickten Extremitäten und der rote Blasebalk. Die Spitze des Fläschchens hängt dann, die graue Unterlage auf dem Bild, an den dunklen Hintergrund des Bildes, wie ein Nagel ein Bild an die Wand heftet und fixiert das Ensemble auf der stark gekippten Fläche, sonst käme nämlich alles ohne Halt auf dem Bild ins Rutschen. Auf der rechten Seite ist das entschärft, Wacker gewährt eine stärkere Aufsicht, der Kopf der Puppe lehnt an eine leicht gewählte braune Hintergrundfolie, die geöffnete, wenn auch leere Streichholzschachtel ist unerreichbar, der ausgestreckte Arm des Püppchens ist leere Geste, der Puppenblick geht ins Leere und diese selbst wird durch ein Draht gewissermaßen zurückgebunden, der die leichte Tendenz nach links auch dann wieder aufhängt, festigt. Wacker lässt den Unterschied, das Unterkleid der Puppe leicht hochrutschen und ein rotes Band an den Schenkeln wird so entblößt, es korrespondiert mit der roten Sonne auf der Zündholzschachtel, deren hellblau wiederum die Augen der Puppe aufnimmt. Das heißt, gebändigte Lebendigkeit, Lebensdrang wird rigider Geometrie in dem Bild gegenübergestellt, wobei die Puppe ein latentes Motiv der Erotik, ihr ein latentes Motiv der Erotik beigemessen wird, aber wie ich meine, verhalten. Verhalten, aber doch anwesend ist die Erotik auch in einem, das kann ich Ihnen nur als Schwarz-Weiß-Bild zeigen, einem erzählerischen Puppenstillleben, dass die Bildbetrachtung, das ist ganz häufig auch, haben wir auch schon heute gehört bei Wacker der Fall, dass die Bildbetrachtung autoreflexiv inszeniert. Die Puppe vor der Zeichnung beugt sich von über und der Stoff der Kleidung rutscht dadurch auch relativ weit hoch, finde ich. Die auf einen Sockel gestellte, versehrte Figur rechts steht hingegen aufrecht distanziert, sie ist allerdings entkleidet und bedeckt sich. Also erneut Entblößung und Verdeckung, Öffnen und Verschließen oszillieren hier, thematisch dann auch noch in das Feld der Kunstbetrachtung, wobei uns die Kinderzeichnung mit offenen Armen entgegentritt. Backers gemalte Bildreflexionen in Form kontrastiver Kombinatorik wären ein großes Thema in seiner Malerei, oder sind es und wären ein großes Thema für die Analyse und belegen, und das ist mir wichtig, vielleicht auch darauf hinzudeuten, einfach sein künstlerisches Reflektionsniveau. Also es gibt wirklich wenige Künstler in der Zeit, die so reflektiert ihre Bilder auch angelegt haben. Strahlen Backers Bilder von Puppen nun Erotik aus und kommt ihnen gar ein Fetischcharakter zu, wo doch Kokoschkas Puppe als eine möglicherweise geeignete Hinwendung an das Thema zu erachten war, zumindest von mir. Vermutlich darf man das unmittelbar verneinen, wenn man Fetischisierung als sexuelle Besetzung von Gegenständen auffasst. Kokoschkas Puppe sollte in diesem Sinne als Fetisch fungieren. Einmal Malers sexuelle Ausstrahlung sollte auf das Ding Puppe übertragen werden, übergreifen. Wackers Puppen scheinen mir selbst im Fall der Ilse Puppe so nicht zu funktionieren. Wohl aber kann das Ding Puppe erotische Attribute besitzen. Das heißt, Dinge und Personen sind nicht kategorial getrennt, sind nicht in einem sich ausschließenden Sinne in Wackers Bildern zu verstehen. Nicht die Verschiebung von der Person auf den wie auch immer benutzten Gegenstand der Person, also Schnürstiefel, wenn wir an Rudolf Schlichter denken, oder ein Kleid, ist hier zentral, sondern die Erotisierung des Gegenstandes, die Sexualisierung der Puppe vielleicht. War Kokoschkas Puppe wirklich ein Fetisch oder nicht doch eher so etwas wie eine Art Sexdoll für ihn? Sind Wackers Puppen nicht eher Mitwesen als Automaten oder bloße Substitute? Und impliziert nicht die Auffassung einer neuen Sachlichkeit, die wir bei Wacker finden, als eine innige Sachlichkeit nicht zumindest diese Möglichkeiten? Schäfchen mit Puppe von 1934, ich finde eine malerische Preziose, ist hier ein ambivalentes Beispiel. Das Bild vereinigt konstruktive Abstraktion und neue Sachlichkeit, strukturiert die Bildfläche mit mathematisch präzise, schafft monochrome Felder, das haben wir auch schon gehört, kontrastiert sie mit malerisch-stofflichen Texturen, wenn man sich das Fell des weißen Lammes anschaut, den Blumentopf, den Topf selbst, das Haar der Puppe und eben malerischen Details. Ist die Puppe hier erotisches Opfer im Kontrast zum sich zuwendenden Unschuldslamm in Verbindung mit dem stacheligen Phallus des Kaktus? Die gespreizten Beine, der nach hinten gedrehte Kopf, der duldende Blick und die auf dem Arm geronnenen Haare scheinen mir das zu signalisieren. Die Zeichnung im Hintergrund verbindet das Puppenstilleben mit der Gewalt der Erfahrung des Krieges. Dix Nelly in Blumen als selbstherrliches Agieren oder gar konstruktives Neuschaffen nach dem Krieg lässt sich hier meines Erachtens nicht mehr assoziieren. Die Puppe wird christologisch symbolhaft flankiert als Opfer inszeniert. Und diese Opferrolle wird innerbildlich durch ikonografische Verweise auf Krieg, die Zeichnung an der Wand und Vergewaltigung, das wissen Sie alle, wird heute wieder in der Ukraine als Waffe eingesetzt und Passion, nämlich Lamm und Dornen des Kaktus, verbildlicht. Die Puppen des Freiburger Malers und Grafikers Rudolf Dischinger sind Puppen. Mädchenpuppen, nackt mit leicht roten Mündern und roten Wangen, aber doch vorrangig bewegliches Spielzeug. Farbton und Bewegungsmotiv der Beine lassen das obere Püppchen zwar als belebter als die untere erscheinen, aber ich würde sagen, es gibt einen kategorialen Unterschied auch in der Darstellung dieser vergleichbaren Puppen. Der Surrealist Hans Bähmer, ebenfalls Zeitgenosse Wackers, inszenierte seine Puppen im Stroh. Ein grotesker doppelter Unterleib mit vier Beinen, leichte Rötungen beleben die Figurenfragmente und lassen uns etwas unbehaglich zwischen Dorferotik einerseits und Lustmordthematik andererseits schwanken. Auch die etwas mehr und komplizierten Puppe mit Oberkörper, Kopf und Haaren, die zeige ich Ihnen hier nochmal, provoziert diese Ambivalenz. Das heißt die Erotik des entblößten Gesäßes und auch die Erotik des zurückgeneigten Kopfes, der auffordernden Charakter besitzt, aber auch auf der anderen Seite die Versehrtheit und Hintfälligkeit der Puppe, die fast einen Mumiencharakter in der Fotografie verleiht. Und Wackers nackte Puppe, die ich jetzt auch nochmal zeigen möchte von 1935, bleibt demgegenüber eine Puppe, auch wenn sie selbstständig zu stehen scheint, Mund und Wangen ebenfalls gerötet sind, die blauen Augen lebendig scheinen und das Haar wild gekräuselt ist. Und dennoch sind es eben Disproportionen, die Drähte oder auch ein verrutschter genähter Haaransatz, die von vornherein eigentlich jede Illusion bei einem solchen Bild unterminieren. Dazu, und das will ich nur ganz kurz zeigen, entstehen idolhafte Puppenstilleben, die ich jetzt mal ausblende, die die Puppe auf Sockeln und dem Betrachter beunruhigend frontal dämonisch entgegentreten oder dann anstarren. Die ausgesprochen überlegt konstruierten Bilder, die eine subtile Farbpalette gegen das kompositorische Kalkül auch ins Feld führen, rufen nach einem weiteren expressionistischen Vergleich, den blende ich jetzt auch mal aus, der ist, ich möchte ihn trotzdem erwähnen, nämlich den zu den exotischen Stillleben von Emil Nolde. Das ist ein Strang, der hier wirklich nur benannt werden soll, aber das wäre, glaube ich, eine faszinierende Untersuchung auch oder auch eine schöne Ausstellung. Jetzt komme ich nochmal zu einer Werkgruppe abschließend, die wir schon kurz gesehen haben, die Haubenstockbilder. Wir leiten den letzten Teil meines Beitrags ein. Verbunden werden sie mit den Bildern der blauen Puppe zum Beispiel durch ein Stillleben, das zeige ich Ihnen jetzt nicht, mit Helm von 1930, auf dem Wacker eines seiner Werke als Bild im Bild zeigt und dem Haubenstock einen historischen Militärhelm aufsetzt. Und auch der innerbildliche Vergleich zwischen der stark beschädigten Figur, die Wacker auf einem Spaziergang fand und den von ihm so geliebten Kinderzeichnungen, taucht in diesen Bildern immer wieder auf. Also das haben wir schon gehört, wie häufig auch ein und dasselbe Material immer wieder variiert wird. Wichtig ist mir ein letzter Aspekt, der uns zur Zeitgeschichte und Politik führt. Wacker dreht den Kopf auf einem der Bilder zum Thema in das Profil und isoliert ihn. Er vermeidet ostentativ jeden innerbildlichen Vergleich. Keine Zeichnung, kein weiterer Gegenstand, sondern der Haubenstock vereinzelt vor einer monochrome Hintergrundfläche. Die proportionale Aufteilung der Bildfläche nach Maßgabe des Idealmaßes des mathematisch berechneten goldenen Schnitts ist so Kontrastfolie für die beschädigte, abgeplatzte, gerissene Holzfigur. Raul Hausmanns mechanischer Kopf ist hier ein naheliegendes dadaistisches Gegenbild und wirkt eigentümlich illustrierend im Vergleich. Zitat, der gewöhnliche Mensch hat nur die Fähigkeiten, die ihm der Zufall auf dem Schädel geklebt hat. Das Gehirn ist leer, denn offensichtlich hat der Geist unserer Zeit nur numerische Bedeutung. Wackers Kopf, der Haubenstock, ist nun gerade kein mechanischer Kopf, auch wenn er vielleicht maschinell hergestellt wurde. Dem Allgemeinen stellt Wacker auf sehr betonte Weise das Individuelle entgegen. Diesem Haubenstock fehlt die Nase, fehlen größere Farbpartien, fehlt der Hinterkopf. Das Individuelle ist einzigartig, aber auch versehrt und gefährdet, fast zerstört. Das Individuelle wird der genauen Beobachtung ausgesetzt. Der Kopf wird positioniert und so auch einer möglichen Objektivation unterworfen. Innerbildlich ist das durch den goldenen Schnitt nahegelegt, der schließlich ein bildkompositorisches Ideal vorstellt, aber auch im Übrigen auf den menschlichen Körper und seine Proportionen angewandt wurde. Der Geist der Zeit, zur Zeit der Bildentstehung, nahm mit Blick auf das Individuum immer stärkere, normierende, exkludierende Züge an, die in Vernichtungspolitiken mündeten. Sowjetunion und Drittendes Reich waren dabei, totalitäre Termitenstaaten zu errichten, wie Max Beckmann das 1938 in London, mit aller Schärfe als große Gewaltsame, das Individuum zerstörende Tendenz seiner Zeit in einer Rede über Malerei kritisierte. Ich fürchte, wir leben noch oder wieder in dieser Zeit, die lange verdrängtes Vokabular wie Angriffskrieg oder Völkermord heute mit neuen aktuellen Ereignissen assoziieren lässt. Backers Puppen waren nie Fetische und sind doch zum Teil sexuell aufgeladene Dinge. Sie gewinnen aber eigene Statur als Akteure in den Bildern und werden deshalb fast manchmal festgebunden, in jedem Fall aber immer kunstvoll in der Bildfläche arrangiert. Das als ein Kriterium positioniert Wacker neben der Malweise in der neuen Sachlichkeit der 20er Jahre, die ihm sehr konstruktive Züge auch aufweist. In den 1930er Jahren greift er dann aber mit der Stellvertreterfigur der Puppe auch sich dramatisch verändernde Zeitumstände auf. Dix ließ seine Atelierpuppe warnend in das Inferno zukünftiger Kriege starren. Wacker stellte dem zur Herrschaft gekommenen Rassenwahn das individuelle Gegenbild biografischer Spuren, auch körperlicher, entgegen. Dabei droht das sich Bestimmende selbst in Form dieses Puppenbildes auf der linken Seite zu zerspringen. Der fragende Blick des Malers, ich sage nochmal, das Selbstbild ist gezeichnet, auf der rechten Seite, dem die Puppe mit erhobenem rechten Arm im Nacken sitzt, findet Gegenbilder in scheinbar autonom agierenden Puppen, die mit dem linken offensichtlich bewusst den falschen Arm der damaligen Zeit heben. Wenn sie dann noch schreiten, dann zeichnet sich eine neue Art von Kinderkreuzzug auch ab bei diesen Puppen. Wackers Puppe ist ein selbstbestimmtes Gegenbild. Keine Automate, keine Olympia, keine Marionette am Faden des Malers, wie bei Dix oder gar des Führers, der damals selbst marionettenhaft und manchmal auch schmierkomödiantisch agierte. Wie heute waren damals die Künstler oft die hellsichtigsten Kommentatoren der Wirklichkeit und deshalb will ich mit Wackers Selbsteinschätzung anlässlich der Ausstellung Eine artete Kunst in München im Sommer 1937 enden. Das sind auch nochmal zwei Zitate. Erstens, immer wieder stellt sich heraus, dass ich nur von den Bildwerken angesprochen werde und nur die Liebe, welche im eigentlichen Sinne romantisch, im Gegensatz zur klassischen Form sind, also immer das Krause, Groteske, Überschwängliche, Aggressive, aus dunklem Grund Wuchernde, in Form, Farbe, Komposition, ja selbst im Gegenständlichen. Dieses Zitat ist mir wichtig, weil es unseren Blick auf die neue Sachlichkeit als Phänomen differenzierter werden lässt, die eben nie nur affirmative Schilderung bestehender oder nicht zu hinterfragender Verhältnisse war, wie dieses eingangs zitierte Schlagwort vom weißen Sozialismus suggerieren wollte. Das zweite Zitat lautet, Und dieses Zitat ist mir wichtig, weil es entgegen heutiger Fachdiskussionen zur NS-Kunst oder zur Zeitkunst der Zwischenkriegszeit, ich denke, die Maßstäbe wieder etwas zurecht rückt. Wenn wir etwas über Kunst und die Zwischenkriegszeit erfahren wollen, dann sind wir immer, nicht auch schließlich, entscheidend auf die nichtkonforme Kunst zurückgeworfen, die uns Kunst und individuelle Betroffenheit vor Augen führt und ich denke, dass Rudolf Wackers Werk hier einen zentralen Rang beanspruchen kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich frage mal, gibt es Fragen? Bemerkungen, Kommentare, Kritik? Also ich hoffe, es waren nicht zu viele Bilder, ich habe ein bisschen viele Bilder gezeigt, aber ich hoffe, dass Sie so ein bisschen die visuelle Argumentation nachvollziehen konnten zu dem, was ich versuchte auszuführen. Also danke für den schönen Vortrag und die vielen Bilder und die vielen differenzierten Zugänge zu den Bildern. Meine Frage geht natürlich hin zu diesem weißen Sozialismus und zu diesem Helmut Lehten, den du ja auch nicht so magst. Du hast jetzt praktisch in deiner Argumentation hergeleitet, dass eben diese Fetischisierung bei der Puppe nicht stattfindet, bei Wacker, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie würdest du denn praktisch im Hinblick auf Lehtens übliche Thesen, Kälte, Abstraktion, Distanz unter den Menschen? Wie würdest du das denn sehen für einen Künstler, der in der inneren Emigration sitzt und sozusagen eigentlich Abstand nimmt von allen möglichen Dingen und vielleicht widerständig bleibt, indem er das tut? Ja, ich glaube, meine Probleme, also was ich jetzt versucht habe mit dem Vortrag so ein bisschen anzudeuten, ist, dass ich einfach gerne ein bisschen versuchen würde, es zu verkomplizieren, was nicht heißt, dass ich eine Antwort auf die Fragen, die ich mir selber vorlege oder die andere gestellt habe oder besitze, sondern dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich das ganze Phänomen Neusachlichkeit, das hat Lehten zweimal in Büchern gemacht, nehme ich einmal mit, das ist weißer Sozialismus und das andere ist dieses Konstrukt, dieses philosophische Theorem der kalten Person, wenn ich das so gewissermaßen überstülpe, dann sehe ich an den Bildern zwangsläufig vorbei. Ich kann kein theoretisches Konstrukt der Kunst aufoktroyieren und dann denken, ich komme zu irgendeiner Art von angemessener Beurteilung von sehr komplexen Bildern. Das ist sozusagen mein Kernproblem damit und mit diesem speziellen Autor. Was ich dann sagen würde und das wäre auch so ein bisschen so ein Rückbezug vielleicht zu dem Vortrag von Herrn Klee, das wäre im Grunde so der Versuch zu machen, zu gucken, wo finde ich die Widersprüche, wo finde ich sozusagen Dinge, die in der Zeitkritik der Kunstgeschichte der Zeit konstruiert wurden, in der Kunstgeschichte danach und so weiter, aber wo ich Widersprüche finde und zwar auf meinetwegen Ebenen von bestimmten politischen Lagern und Konstrukten und solchen Begrifflichkeiten, aber auf der anderen Seite eben auch Widersprüche in den Bildern. Deshalb würde ich sagen, natürlich gibt es sozusagen Momente von Fetischisierung auch in den Puppenbildern von Wacker, aber ich würde das erstmal minimieren im Kontrast zu Figuren wie Bellmer oder Kokoschka, da würde ich sagen, das ist was fundamental anderes, das ist sozusagen, das ist nicht dasselbe und das fundamental andere zeigt sich in der Tatsache, da lasse ich mir eine Puppe nähen, interessanterweise mit Materialien, die ganz ähnlich der Materialien sind bei dem Klebebild, bei diesem naturalistischen Klebebild, was ich auch schon interessant finde, warum werden die identischen Materialien benutzt, woher weiß man, was das für Materialien sind, ist das zwangsläufig so, dass ein Klebebild die Materialien benutzen muss, die Kokoschkas Puppe nachweislich hatte, also würde ich mal sagen, nicht unbedingt. Also das wäre so ein Aspekt, der mir da wichtig wäre und Puppe ist nicht gleich Puppe, auch nicht in den 20er Jahren, sondern die kriegt eine andere Textur, das ist wichtig, ob das eine glättete Oberfläche ist, ob die Risse als Risse vielleicht sogar auch in einem Krakelee eines Bildes sogar spürbar werden, ob das vermieden wurde und so weiter und so fort. Deshalb würde ich einfach auch da sagen, wenn ich über Puppenbilder der 20er Jahre nachdenke, wenn ich sehe, wie Bähmer seine Fotos koloriert hat, dann ist das auch eine andere Farbigkeit, Rötung von Wangen und von Mündern, als ich die bei Wacker finde. Mir wäre einfach wichtig, die Differenzen erstmal eher zu benennen, bevor ich gewissermaßen etwas kurzschlusshaft gewissermaßen sagen würde, ist alles dasselbe, ist alles dasselbe Phänomen und in den 20er Jahren wird über Puppe halt so gedacht und das ist alles sexualisiert und so weiter und so fort. Und der letzte wichtige Punkt wäre mir, den kann ich hier nicht ausführen, den habe ich vielleicht auch selbst noch nicht wirklich verstanden, das wäre das Phänomen bei den Puppenbildern und diesem Stillleben insgesamt, inwieweit man über solche Dinge nachdenken kann, dass die Dinge einen selbst ansprechen, dass die Dinge auch eine Autonomie gewinnen und agieren, und weshalb können die denn zu solchen Personen werden, deshalb ist mir der Unterschied zu dem Dishinger so wichtig. Das sind Dinge, die haben den Maler, den Zeichner aufmerken lassen, dann zeichnet der die, aber hier passiert was anderes, also unbelebte Dinge, das Denken eines Körpers nicht als eine Einheit, sondern das Denken auch des menschlichen Körpers, der gewissermaßen fragmenthaft aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist, ist natürlich etwas, was ich über der Puppe wiederfinde, die evidentermaßen so konstruiert ist. Also das wären jetzt so ein bisschen Antwortversuche auf deine Frage, aber das ist auch gleichzeitig so ein bisschen so ein Andeuten, was ich mir bei der Vorbereitung des Themas, wo ich dachte, ja ist ja ganz klar, du hast ja die Bilder im Kopf und du hast deine These im Kopf, wo ich auch einmal gemerkt habe, oh da kommst du ein bisschen ins Schleudern, weil das ist ja ein super interessantes Thema, was du dir da selber gegeben hast, aber du hast es noch gar nicht so richtig verstanden, sondern du müsstest versuchen, es in die und die und die Richtung, aber eben auch vielleicht philosophische Richtungen, die dann eher was mit Gestalttheorie und Phänomenologie zu tun hätten, als irgendeinen anderen Diskurs oder so. Das würde mich daran dann interessieren, das merke ich, aber insofern war ich ein bisschen erschrocken, als dann so ein Publikationsdatum schon genannt wurde, weil ich dachte, ja ich stelle das hier so ein bisschen vor und dann diskutieren wir das. Das habe ich mich ein bisschen verschätzt, würde ich sagen. mich hast du schon überzeugt, also ich glaube, dass die Puppen anders konzipiert sind bei Wacker als bei Kokoschka, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und die haben auch mehr, die haben so eine unheimliche Form vom Agency, da würde man ja heute so neumodisch sagen, die sind auf eine Art und Weise, das ist jetzt paradox, aber lebendiger. Gleichzeitig sind es aber doch schon immer alles weiblich kodierte Puppen. Die sind klar auch sexualisiert, würde ich schon sagen, mit den Posen und den Haaren und so, dass man so ganz einfach vom Fetisch auch nicht runterkommt. Oder wenn es das dann nicht ist, was ist denn dann sonst? Also gibt es einen anderen Begriff, den man da nehmen kann, um eben diese sexuelle Konnotation in den Griff zu kriegen, wenn es der Fetisch eben nicht ist? Ich muss dich im Grunde zurückfragen, weil du dich da tatsächlich besser kennst. Für mich war jetzt maßgeblich die Fetisch-Definition, die ich vorgelesen habe, dass Gegenstände sexuell besetzt werden und zwar in so einem fast psychoanalytischen oder wie auch immer Sinne. Und ich würde das davon trennen, weil ich sehe, dass die Puppen sexualisiert werden. Aber das ist für mich nicht identisch mit dieser sexuellen Aufladung. Deshalb wären für mich, also Kokoschka oder von mir aus auch Rudolf Schlichter, wären so Gegenbeispiele, wo ich jetzt wirklich sagen würde, also da sehe ich auch von einer, sagen wir mal, psychischen Analyse her, sehe ich tatsächlich diesen Fetisch-Charakter der Puppen. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil du hast das ja wunderbar gezeigt, wie kompliziert seine Sexualität ist, dass Sexualität ein Thema ist in den Bildern, ist klar, aber ich würde diesen Sprung, den würde ich jetzt gewissermaßen nicht machen und deshalb würde ich diesen Begriff des Fetisch, aber so wie ich ihn verstanden habe oder erst mal angelegt habe, würde ich da erst mal rausnehmen. Also insofern wäre das für mich eine Kontrastfolie. Auf der anderen Seite, da müsste ich auch noch mal genauer gucken, halte ich dieses Kokoschka-Beispiel für so prominent, auch für so absurd, abwegig, wahnsinnig. Der fuhr mit der Puppe durch die Gegend, der ging mit der ins Theater und dann wird die irgendwann im Blutrausch, wird die dann geopfert und liegt dann da auf dem Müll quasi mit Rotwein überschüttet. Das ist natürlich wirklich eine irre Geschichte, weil sie bringt alle Themen, die wir bei den anderen Künstlern finden, Dicks, Maler und Modell, Lustmord, all das ist da quasi vorgezeichnet bei dieser Geschichte mit diesem Umgang, mit dieser Kokoschkas, mit dieser Puppe. Und das war da, das können wir auch den Tagebüchern Wackers, Kokoschka, den hatten die Leute auf dem Schirm, weil das so ein grandioser Maler war. Wir denken ja gar nicht mehr über Kokoschka als Maler der 20er Jahre nach, da hören wir ja auf, weil Kokoschka ja sozusagen für diese psychologischen Porträts um 1913 oder wann das ist, 14, 15 so steht und dann ist das irgendwie, und dann kommt diese Kuriosität mit der Puppe, aber natürlich hat ein Wacker oder ein Dicks Kokoschka als Koloristen wahrgenommen, der ist natürlich unglaublich, das ist ein unglaublicher Maler und Maler interessiert natürlich erstmal Maler und so. Er hat jetzt seine Frage nur halb beantwortet, also ich denke tatsächlich, ich würde diesen Begriff des Fetischs eben da nicht anwenden wollen, weil ich glaube, dieses andere würde ich stärker machen wollen. Also für mich hat das weniger was mit, darf man das sagen, sexualpathologischen, ich weiß nicht, sozusagen Phänomenen zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, dass die Dinge eben, wie du sagst, diese Agency, diese Rolle in den Bildern annehmen können und das hat für mich, ist für mich ein ganz anderer Zugang. Also so ein bisschen salopp oder platt gesagt oder, die Dinge blicken dich eben auch an und dann machst du mit denen etwas. Du, deine Aufmerksamkeit wird von den Dingen angeregt und nicht du wendest dich mit Aufmerksamkeit diesen Dingen unbedingt zu. Und ich glaube, dass so eine Art von Prozess bei Wacker viel wichtiger ist als das andere. Jürgen? Okay, ich weiß gar nicht, ob ich es mit meiner Frage nochmal ansetzen soll oder das so stehen lassen kann, wie du das sagst. Die Puppen sind natürlich zentral im Werk, das geht vom Anfang bis zum Ende durch und ich komme ja von der Literaturwissenschaft hier und ich dachte mir immer, man muss es mal zeichentheoretisch beobachten. Also was sind die Puppen überhaupt? Die kommen ja tatsächlich quasi aus einer Stilllebentheorie heraus und sie bewegen sich ja bei Wacker, finde ich, ganz stark in diesem Stilllebenskontext. Also was quasi die Schachtel, das kann man ja ersetzen im Prinzip, man könnte, die Schachtel war, aber ist jetzt halt die Puppe und wird mit anderen Dingen in Konstellationen gebracht und bietet, wem auch immer uns, der Gegenwart, der Zukunft, der Vergangenheit an, mach was draus, lies es. Und lies es ist ja quasi der Begriff, okay, lesen kann man nur zeichnen und es gibt unterschiedliche Zeichen. Und ich würde dich, ob das irgendwie produktiv ist, um zu sagen, okay, was sind das eigentlich, sind das Allegorien, sind das Symbole, ist das metonymisch zu verstehen, ist das metaphorisch zu verstehen, sind das realistische Sachen. Und ich, also ich habe da natürlich auch keine Antwort drauf und was ich immer sozusagen bei Wackers Puppen sehe, sind natürlich immer Puppen, das ist danach. Also das ist danach, es ist mit diesen Puppen irgendwas geschehen. Also er macht eigentlich, finde ich, dass da Wacker viel, also ich komme nochmal auf den Film zurück, viel so mit Suspens auch arbeitet. Du weißt nicht, wer diese Puppe fetischiert, fetischiert hat. Feti was hat? Fetischisiert hat. Du weißt nicht, wer die eine Puppe geschändet hat. Du weißt nicht, warum dieser Kopf so aussieht, wie er aussieht. Also Wacker gibt quasi, also wie ein Film, wie ein Filmstil bietet er dir irgendetwas an, einen Gegenstand, in dem unendlich viel Geschichte auch drinnen ist. Also diese Form von, wenn man so will, von Synchronicität und Diachronicität. Das finde ich, ist ganz ein zentraler Begriff, natürlich in der Meilerei überhaupt, aber gerade wenn es um solche Figuren geht, die irgendetwas erfahren haben von außen. Ja, aber ich würde trotzdem mit den Beispielen, die ich gezeigt habe, würde ich sagen, ja, und das gilt für ganz viele, und dann würde ich aber sagen, bei dieser Puppe mit dem Lämmchen, würde ich sagen, da kann ich es aber vielleicht doch wirklich sehr, sehr weit aufschlüsseln, und zwar ikonografisch, überraschend weit. Und ich würde auch bei diesem Puppenbild sagen, und deshalb habe ich ja auch irgendwie, also das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Rücklesen von, wie agieren die Puppen eigentlich in den 30er Jahren, wenn der diesen ganzen Wahnsinn der Nazis irgendwie zur Kenntnis nimmt, und vielleicht sich auch in Form der Puppenbilder ansatzweise dagegen sträubt, wehrt oder sowas. Und ich würde halt so weit gehen, zu sagen, da sehe ich so etwas, wo ich das andere auch wieder ein bisschen sozusagen als zentral und wichtig, aber vielleicht auch als früheres Phänomen in seinem Werk und sehen würde, und wo ich hier sagen würde, hier kriegt es jetzt einen anderen Charakter und nimmt es eine andere Dimension an. Also das wäre, deshalb würde ich nicht sagen, es ist eben nur das, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, es sind vielleicht zwei, drei, vier unterschiedliche Ebenen, wo wir über dieses Stillleben und die Puppe und ihrer Funktion in dem Stillleben irgendwie denken müssen. Aber es ist wirklich sehr voll und tut mir leid. Ich möchte auch noch eine Bemerkung machen, die mir jetzt vor allem im Laufe der Diskussion nach dem Vortrag und im Laufe der Diskussion so aufgefallen ist, ob nicht und auch die Frage des Dr. Thaler jetzt, was sind die Puppen eigentlich? Ich habe so das Gefühl, es ist irgendwie eine Form der Identitätsübergabe. Als würde er, er ist ein sehr überlegter, sehr denkender, sehr, 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 sich die Dinge wirklich gut vorstellen, normaler, ob es nicht der Versuch ist, sich auch mit seiner persönlichen Sexualität, die Möglichkeit ist, dass alle diese Puppen mit ihm zu tun haben. Wenn wir einmal, und ich sage das jetzt ein bisschen unsauber und unendurchdacht, aber mir ist das jetzt so aufgefallen, wenn wir alle Puppendarstellungen jetzt mit dem kleinen Kärtchen um den Hals, das bin ich selber, aber ich traue es mich nicht, mich selber wirklich zu zeigen, sondern ich nehme da jetzt etwas, dann gibt es für mich eine ganze Menge oder gäbe es für mich einige Wege der Erklärung. Er ist ja einer, der sich flüchtet, der sich herausnimmt, immer mehr herausnimmt, in meiner Vorstellung, speziell in den 30er Jahren, und Ersatzlösungen anbietet. Und Sie haben das wunderbar ja erläutert, diese vielen Kombinationen und Interpretationen dieser Bilder. Er hat sich ja nicht einfach hingesetzt und angefangen zu malen, sondern hat viel, viel überlegt, auch die Kombinationen. Und er bringt sich für mich auch, er hat ja in der Zeichnung sehr viel Selbstporträts und so weiter auch gemacht, er bringt sich für mich hier unter Umständen in der Form der verwandelten Identität als Puppe ein. Ich weiß nicht, ob das ein Ansatz ist, darüber nachzudenken, aber ich spüre es irgendwie jetzt. Es muss so etwas sein. Ja, ich glaube, er ist immer anwesend, natürlich, aber wie hoch der Grad einer Selbstidentifikation des Malers mit der Puppe ist, da wäre ich vorsichtig, weil ich dann doch denke, da nimmt die Puppe häufig einen anderen Charakter an. Aber es ist immer auch eine Selbstthematisierung, denke ich. Und zwar vielleicht tatsächlich, weil ich ein bisschen dazu neige, dieses Spielzeug ein bisschen zu vermenschlichen. Da passiert etwas, deshalb auch vielleicht dieser, das ist ja ein widersprüchliches Zitat, was ich vorgelesen habe, wo er den Symbolbegriff für die Puppe benennt. Das ist ja widersprüchlich und er macht da so einen komischen Sprung, weil er im Grunde von seinen Bildern redet, wo diese Beziehungen zwischen den Dingen in dem Stillleben gestiftet werden, aber die Realität sieht anders aus. Und trotzdem wird, glaube ich, in den Bildern etwas verhandelt, was in der Realität wahrgenommen wird. Und das führt dazu, dass es, glaube ich, nicht wirklich eindeutig ist. Also, weil diese Zitate, die sind durchaus auch schwierig irgendwie. Und auch so ein Zitat zu Dix, es ist das rote Jäckchen. Also was bleibt davon übrig? Auf einmal ist das fundamentale malerische Interesse, das lenkt die Aufmerksamkeit. Und das, was er erinnert, ist dieses Phänomen, die Datierung falsch, völlig egal. Das Entscheidende ist, da habe ich was gesehen, das habe ich so noch nicht gesehen. Wo hast du denn schon mal so ein gemaltes Strickjäckchen gesehen? Aber das behält er sich. Und das lässt er dann auch in seine Bilder der Zeit dann auch, denke ich, einfließen, wenn es um die Materialität, die Darstellung von Materialität geht. Dann mag es dann auch die aufblasbare Kasperlepuppe sein und mag dann auch Plastik sein. Das ist dann eben nicht das rote Strickjäckchen. Aber das Sensorium für Materialität und Anwesenheit von Materialien auf dieser nivellierenden Fläche der Malerei, das ist bei ihm geweckt und extrem subtil vorhanden. Das wäre, aber es führt ein bisschen weg, also ich bin immer so ein bisschen geneigt, immer stärker tatsächlich diese etwas pauschalisierenden Urteile zu Phänomenen, sei es ganze Stile oder sei es die, meinetwegen ein Charakter eines Künstlers oder die Bildproduktion des Künstlers, da mich eigentlich ein bisschen zurückzuziehen und zu sagen, lass uns doch mal dieses eine Bild wirklich genau ansehen und wir werden dann überrascht sein, was wir da alles sehen an unterschiedlichen Sachen und das verbietet diese sozusagen Verengung auf. Das ist so ein bisschen so, wo gehe ich jetzt vielleicht, oder wo ich jetzt so ein bisschen ein bisschen hin argumentieren wollte. Ich habe es ja vorhin bei mir versucht, ein bisschen anzusprechen, die hat ja nur 15 Jahre oder so gearbeitet intensiv, das heißt, man hat den Eindruck, wenn man ein bisschen nachdenkt, kann man das ganze Werk so in eins fassen. Das funktioniert irgendwie, das ist nur so, aber ich glaube, dass man mit dem Durchgang durch diese ganzen 15 Jahre Produktivität, ich glaube aber doch auch, dass man wirklich jedes Bild einzeln anschauen muss und zum Beispiel, und dass die unterschiedliche Qualitäten haben und dass auch so Puppenbilder natürlich in unterschiedliche Richtungen gehen, zum Beispiel das eine Bild mit dem Lämmchen, das ist ja wirklich ein tolles Bild, da sage ich natürlich sofort, okay, das ist eigentlich ein Selbstporträt, weil, wenn ich jetzt so ein Beispiel bringen kann, woran man das natürlich auch ablesen kann und als Literaturwissenschaftler sage ich halt, nicht nur Autobiografien sind Autobiografien und nicht nur Romane sind Romane, sondern es geht natürlich alles mit den Aussagemöglichkeiten quer durch den Gemüsegarten. Also Satz für Satz, Ding für Ding, Bild für Bild und dann fertig. Und bei diesem Bild sind natürlich die Zeichnung im Hintergrund Tomsk und das Lämmchen mit dem grünen Band, das sind natürlich die Nationalfarben der Stadt Tomsk, kann ich als Erklärung anbieten. Also das Grün-Weiß kommt davon und der Kaktus hat natürlich auch was mit Zeitgenossenschaft zu tun. Also man muss es quasi, man kann es auch ganz anders lesen. Man kann es auch ganz anders lesen. Und man kann aber, finde ich, man muss auf diesen Bildern, glaube ich, so ein bisschen monarchisch die verstehen, die sind sozusagen in sich selbst ja auch irgendwie schlüssig und es wird, glaube ich, ganz schwer, wenn man versucht, so Entwicklungslinien oder so die Puppen zusammenfassend gattungstheoretisch zu sehen. Ja, vielen Dank. Sehr spannend. Wirklich war wunderbar. Vielen Dank. Ich freue mich jetzt, einen weiteren Beitrag anzukündigen, einen weiteren Vortrag von Frau Dr. Judith Elisabeth Weiß, Kunsthistoriker und vor allem auch Ethnologin aus Berlin nach dem Studium der Kultur, Anthropologie, Kunstgeschichte und Komparadistik in Mainz und Tübingen. Ich werde Sie nachher fragen, was Komparadistik ist. Jetzt habe ich das so mal locker von mir gegeben. Haben Sie promoviert an der Universität Heidelberg von 1999 bis 2011 waren Sie in diversen Museen, sowohl im Bereich des Kulturmanagements als auch als Kuratorin für moderne und zeitgenössische Kunst tätig. Von 2011 bis 2020 waren Sie Postdoktorandin am Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung in Berlin. Und zuletzt leiteten Sie ein Forschungsprojekt zu Bildmodellen der Natur mit einem besonderen Fokus auf Pflanzenbilder. Etwas, was uns ja bei Wacker immer wieder entgegentritt. Und Ihr aktueller Forschungsschwerpunkt ist die kulturelle Bedeutung von Pflanzen. Sehr verehrte Frau Doktor, ich darf Sie bitten. Ja, vielen Dank, lieber Herr Giese, für die freundliche Einführung. Vielen Dank überhaupt für diese wunderbare Tagung in diesen wunderbaren Räumen hier. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und je weiter fortgeschrittener so eine Tagung und je später man dran ist, umso schöner wird es eigentlich, weil dann schon so viel gesagt wurde, an das man einfach andocken kann. Also Sie werden jetzt viele Bilder sehen, die wir schon gesehen haben und ich betrachte die Pflanzen. Ich freue mich sehr, dass die Pflanzen im Werk von Rudolf Wacker, im Werk von Rudolf Wacker, Berücksichtigung auch bei dieser Tagung gefunden haben. Und natürlich kann es hier nicht um Blümchenbilder oder um einhegende Gartenidyllen gehen. Ich habe in meinem Vortrag zwei Teile vorbereitet, ganz einfach. Die Stilleben, die Gattung der Stilleben, den ganz prominenten Ausschnitt des Oeuvres von Wacker bilden und in denen sich die Pflanzenwelt sozusagen als stillgestelltes Momentum, als unbewegtes Dasein präsentiert, wie der Name eben schon sagt, als Natürmord. Und demgegenüber öffnet sich der Raum der Landschaft, mit der der Künstler buchstäblich Land schafft. und uns die Beschaffenheit seines geschauten Fragments wachsender Natur vor Augen führt. Und am Ende stellt sich dann natürlich auch die Frage, welchen Zusammenhang es zwischen diesen unterschiedlichen Gattungen bei Rudolf Wacker gibt. Denn ganz augenscheinlich ist es ja so, dass die Pflanze als Mittlerin zwischen ihnen taugt. Wackers Stillleben enthalten zunächst mal ein ganz traditionelles Moment. Wenn man die mit oder ohne Blumen gefüllten Vasen betrachtet, bereits in den Gemälden der italienischen Malerei des 14. Jahrhunderts und in der altniederländischen Malerei des frühen 15. Jahrhunderts tauchen mit den Vasen stilllebenhafte Versatzstücke auf, die sich dann im 16. und 17. Jahrhundert zu einer eigenen Gattung verselbstständigen sollten. Die rezeptiven Anleihen hier sind unübersehbar. Bei Wacker im Besonderen und in der Neuen Sachlichkeit im Allgemeinen kommt aber noch etwas hinzu, nämlich die diskrete Obsession der Dinge. Es ist die Obsession, immer wieder auf dieselben Dinge zurückzugreifen. Zu den Gegenständen, die Wacker gesammelt hat, gehört auch der rumänische Krug, der mit oder ohne Blumen als einer der Hauptakteure seines Repertoires der Gegenstände durch das Oeuvre geistert. Entdeckt hat er ihn in Hermannstadt, wo er sich auf Einladung eines Studienfreundes zwei Monate aufgehalten hat. Hier hat er in seiner Begeisterung für die Volkskunst viele Erinnerungsstücke erworben, die später zum Bildgegenstand werden sollten. Mal ist es die leere Vase, die hervortritt, mal sind es die Blumen in der Vase, die das Gefäß zurücktreten lassen. Präsenz und Absenz, Hervorhebung und Diskretion werden in vielfältiger Weise durchexerziert. Das simpelste Objekt ist fantastischer als alle Erfindungen, so die Äußerung von Rudolf Wacker. Und weiter sagt er, wir wollen das Objekt selbst sprechen lassen und uns hinter ihm verbergen. Die Sprache der Dinge ist lauter als die der Menschen. Lassen wir einmal getrost unser Seelchen schweigen, es hat Raum genug in der lebendigen Struktur eines jeden Dinges. Und der Kunstkritiker Franz Roh setzt geradezu poetisch hinzu, dass im Pflanzenstillleben alle Magie in den Leib der Dinge selber kriechen müsse. Pflanzen sind für Wacker zwar Lebewesen, aber sie sind Lebewesen, so wie Puppen Lebewesen sind. Davon haben wir schon gehört. Das hat er auch so in seinem Tagebuch notiert. Es geht um die ästhetische Brechung einer bildhaften Evidenz eines Gegenstandes. Bei Wacker findet sich dieses Spiel mit der Evidenz der Dinge und ihrer künstlerischen Verwandlung immer wieder. Zum Beispiel auch dann, wenn er gezeichnete Bilder als Zitate in den Bildraum hineinfügt. So, als ob man eine Realitätsebene der Dinge und eine ästhetische Ebene hätte. In der Neuen Sachlichkeit folgen die Stillleben diesem Muster der Platzierung unverbundener Dinge oft auf neutralem Grund und oft vor einem monochromen Hintergrund. Es geht um die reine Faktizität der Dinge, die empirisch erfassbar sind. Und deshalb sind die Pflanzen auch nicht ikonografisch deutbar. Die Legitimation der Pflanzendarstellung leitet sich nicht aus ihrer Symbolik oder aus tradierten Bedeutungsschichten ab. Die Austauschbarkeit der Pflanzen thematisiert Wacker in seiner Christusserie, die er innerhalb einer Dekade angefertigt hat. Dem an Leid und Körperqual kaum zu übertreffenden Torso Christi, dem das Blut zwischen die Fußzehen fließt, stellt er unterschiedliche Blumen zur Seite. Von der Topfpflanze hier über Lilien, die in der christlichen Ikonografie im Zusammenhang mit Maria für Keuschheit stehen, mit Rosen als Passion der Liebe und 1936 ist es ein verwelkter Herbststrauß, den er neben die Schmerzensgestalt platziert und so auf eine emotionale Stimmigkeit beider Bildgegenstände zielt. Diese Inszenierung einer scheinbaren Beliebigkeit der Dinge bestimmt die Stillleben der Neuen Sachlichkeit. Übereinandergelegt ergibt sich dennoch eine motivische Konstanz der Dinge und nebeneinandergelegt entpuppt sich diese motivische Konstanz als ein tiefes Durcharbeiten der ästhetischen Bedingungen der Malerei, denn mit der je anderen Blume in ihrer Farblichkeit, in ihrer Größe, in ihrer Platzierung als Kontrapunkt zur Figur verändert sich auch die bildgebende Kraft der Schmerzensgestalt. Wacker selbst spricht von einer Diskrepanz im Gegenständlichen, als Ausdruck einer chaotischen entgötterten Zeit. Im Reich der Flora findet sich eine Pflanze, die der künstlerischen Verdinglichung in der Neuen Sachlichkeit ja ihrer Anti-Ikonografie in besonderer Weise entgegen kam. Der Fotograf Albert Renger-Patsch hat sie folgendermaßen charakterisiert. Die Körper bilden Kugeln, Zylinder, Prismen, Kristallformen, fast geometrische Plastiken, aber mit jenem feinen Unterschied des organisch Gewachsenen. Die Rede ist vom Kaktus. Albert Renger-Patsch hat die stacheligen Begleiter ab 1922 systematisch fotografisch in Szene gesetzt. Für Rudolf Wacker spielten Kakteen wie für alle Maler der Neuen Sachlichkeit eine große Rolle. Er züchtete auf dem Dachgarten seines Hauses besondere Kakteen-Sorten, was in den 20er und 30er Jahren en vogue war. Die kunstvoll gestalteten Kakteen-Fenster dieser Zeit sind fotografisch dokumentiert. Kakteen gehörten zum Interieur wie Bilder an die Wand. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wird ihr Vermögen der stacheligen Abwehr und zugleich ihr exotischer Reiz in Kunst, Literatur und Musik gefeiert. In der Neuen Sachlichkeit amonciert der Kaktus schließlich zur Konkretion eines Kunstprinzips. Die allgegenwärtigen Kakteen-Fenster werden zum bevorzugten Sujet einer Zwitterform zwischen Natur und Geometrie, zwischen vegetabiler Tektonik und gebauter Architektur, zwischen Gewachsenem und Konstruiertem. Entsprechend werden Sukkulenten und Kakteen in der Rhetorik der Zeit als pflanzliche Kristalle herausgestellt. Das Kakteen-Fenster begegnet auf zahlreichen Gemälden der Neuen Sachlichkeit als Reflex auf die fotografisch dokumentierte Alltagsrealität, etwa bei Georg Scholz, Georg Schrimpf oder Eberhard Fiegener. Das pflanzliche Objekt besticht durch seine kristallische Präzision und zeigt sich gleichzeitig als eine im Blumentopf eingehegte Natur, deren stachelige Wildheit domestiziert ist. Es entspricht dem, was der bereits erwähnte Franz Rho als Charakteristikum der neuen Sachlichkeit hervorkehrt. Es handelt sich, sagt Rho, um eine neue Festigkeit und Statik des Bildaufbaus, der sich der oft geradezu vulkanischen Dynamik voriger Kunst entgegenstellt. Es handelt sich um eine neue, geheimnisvolle Nüchternheit, um Schnittigkeit, gekappte, beinahe asketische Stränge des Bildgefüges. Im Blick aus seinem Atelier lässt Rudolf Wacker die strenge Architektur der Häuser in Korrespondenz mit der asketischen Geometrie der Kakteen treten. Im Motivrepertoire der Kunstgeschichte changieren Fenster zwischen Metapher und Alltagsrealität und haben als Bildfenster mit Blick auf einen Ausschnitt der Welt eine große Karriere hinter sich. Es ist das transitorische Moment des Fensters, die Schwelle zwischen innen und außen, zwischen öffentlichem und privatem Raum, der hier in Szene gesetzt wird. Das Versprechen der Kunst ist dabei selbst wie ein Fenster, das drinnen von draußen separiert und Einsichten in betulich gefügte Ordnungen und gleichzeitig Aussichten auf deren Aufhebung schafft. Denn mit einem winzigen Detail setzt Rudolf Wacker das Fenster als Ort der Schwelle und des Übergangs außer Kraft. Wie hereingewirbelte Schneeflocken erscheinen die beiden weißen Blütenknospen auf dem linken Gewächs. Und überhaupt sind es der schmelzende Schnee auf den Dächern und die aufkeimenden Kakteenblüten, die ein narratives Moment ins Bild bringen. Hier wird ein Status quo durchbrochen. Hier geschieht etwas, auch wenn dieses Etwas ohne Zutun des Menschen geschieht. Und wieder gerät der Charme der Dinge in den Blick. Während Alexander Karnold gleichsam eine Konkordanz der Formen von Dingen erstellt, kugelig und bauchig, stachelig und glatt, leer und gefüllt, bringt Wacker eine ironische Perspektive ein. Ins Repertoire der Gegenstände nimmt er neben dem stacheligen Kaktus eine Skulptur des heiligen Sebastian auf, der mit Pfeilen durchbohrt ist. Pfeilspitzen, die durch die Haut getrieben werden, Kakteenstacheln mit Widerhagen spitz wie Nadeln, Dinge, die Verwundungen hervorzurufen drohen, mit denen die Kulturgeschichte vollgefüllt ist bis an den Rand. Dinge, mit denen wir uns heute wie damals umgeben. Auch das grandiose Gemälde Stillleben mit Stechpalme, das haben wir schon öfter gesehen heute, rückt das spitze Ding in den Blick, mit dem sich das feixende Kasperl den Finger zu pieksen droht. Aber nicht nur dies würde die abgebildete Stechpalme bewirken. Bei der kleinsten Berührung würde es die Figur mit großem Knalleffekt zerreißen und nur noch die traurigen Hautlappen des Kasperls würden von der vorwitzigen Gestalt zeugen. Den aufblasbaren Figurenballon haben die Wackers für den vierjährigen Sohn Romedius geschenkt bekommen und Wacker schreibt in einem Dankesbrief, Romedy hat eine Riesenfreude und ich nicht weniger, denn schon ist ein Stillleben begonnen, worauf es figuriert. Dieses Bild ist als Ausdruck eines höchst gefährdeten Gleichgewichts, einer fragilen Balance von Stabilität und Labilität und damit eines bildlichen Kommentars auf die Zeitgeschichte in die Forschungsliteratur eingegangen. Und in der Tat tauchen in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts Begriffe wie Riss, Schnitt, Bruch, neben destruktiven Akten wie Zerreißen, Zerteilen, Spalten und Attributen wie etwa Spitz, Scharf, Brüchig als dominante Kreativitätsmetaphern in der Flut künstlerischer Manifeste und poetologischer Traktate der Avantgarde auf. Es sind rhetorische Echos auf den Ersten Weltkrieg und Mähnetekel des Zweiten, der folgen sollte. Führt man diese zeitkritische Einordnung des Gemäldes weiter, stellt sich die Frage, warum Wacker hier nicht einen Kaktus für die höchst spannungsreiche Szenerie gewählt hat, sondern die Stechpalme mit ihrer hoch besetzten christlichen Symbolik der Passion und des Blutvergießens. Auch wenn wir es bei der Neuen Sachlichkeit mit Gegenständen zu tun haben, die nur Dinge sind, die jeglicher ikonografischer Symbolik entbehren, so ist die Botschaft der Kunst von Wacker, dass wir gar nicht anders können, als Dingen Bedeutung zu verleihen, sie zu Fetischen zu machen. Also hier steht wirklich Fetisch. Wir haben eben darüber diskutiert. Fetisch meine ich im Sinne von, man kann sich des Dings nicht entledigen, es wandert durch das Oeuvre, es wird immer wieder aufgegriffen, dieses Ding, und man muss sich immer wieder an ihm abarbeiten. Es besetzt die Fantasie, die Imagination, also in diesem Sinne Fetisch vielleicht. Denn wenn die Dinge keine Bedeutung mehr haben, die Bücher, die Pflanzen, die Bilder, die Spielzeuge, dann ist auch unsere Existenz der Bedeutung entleert. Bisweilen stellt sich Bedeutung auch erst in einem Akt der Nachträglichkeit ein. Doch treten wir einen Schritt zurück, bevor es um die existenzielle Tiefe dieser Malerei geht. Denn neben der niederländischen Feinmalerei gibt es noch einen weiteren Referenzpunkt, auf den ein Schlaglicht lohnt, nämlich die Tradition der botanischen Illustrationen. In diversen Studienblättern, die Wacker als Vorlagen für spezifische Gemälde angefertigt hat, führt er die tektonischen und ornamentalen Qualitäten von Gewächsen vor Augen. Er erkundet beispielsweise die perspektivischen Verschiebungen beim Blattüberschlag oder der Neigung von Blütenblättern. Seine Studien ähneln botanischen Zeichnungen, wie sie zum Beispiel der Botaniker Georg Schweinfurt bis ins 20. Jahrhundert hinein angefertigt hat. Hier entfaltet sich die Zeichnung unter der Prämisse von Taxonomie und Klassifikation, die Blüte, Blatt und Stängel zu Variablen einer botanischen Ordnung machen. Die Notizen auf den Blättern sind Erinnerungsstützen zum jahreszeitlichen Zustand der Pflanzen und geben ihre morphologischen Kriterien wieder, ihre Form, ihre Struktur, aber auch ihre Farbe. Die Pflanzenteile präsentieren sich wie Gefäße, Architekturen, Säulen und oszillieren zwischen statisch und organisch. Alleine an diesen beiden Beispielen wird deutlich, dass das Reich der Flora auch für die Kunst ein unerschöpfliches Reservoir der morphologischen Auseinandersetzung darstellt, denn die Kunst ist eben die Hüterin der Form. Wacker nimmt also die botanische Praxis auf und folgt dabei einer Eigengesetzlichkeit. Seine Beschriftungen ähneln jenen des Botanikers und sind Erinnerungsstützen für die auszuführende Farblichkeit. In der malerisch ausformulierten Version entfaltet sich das Stillleben in seiner gesamten Ausdrucksintensität. Porträtiert wird die Flora des Alltagslebens und nicht bildlich tradierte Blumen- und Pflanzenmotive. Ganz neue Gewächse rücken dabei in den Blick, die sich kaum in der christlichen Ikonografie finden, denn nach der Jahrhundertwende fand die Verbreitung der exotischen Flora als Zimmer- und Topfpflanze statt. Waren sie noch Jahrzehnte früher von sogenannten Pflanzenjägern aus den Kolonien nach Europa gebracht worden, um die botanischen Gärten in exotische Sensationen zu verwandeln, sollten sie seit den 1920er Jahren nicht mehr länger das Privileg der Botanik und gehobener Kreise sein. Sie wurden mehr und mehr zu spektakulär alltäglichen Gegenständen, die sich bald gewohnheitsmäßig in die bürgerlichen Interieurs fügten. In der neuen Sachlichkeit geraten nicht nur Dinge des Alltagslebens und der Volkskunst in den Blick, Masken, Krüge, Vasen, Kinderspielzeug, sondern auch unscheinbare Gewächse, wie zum Beispiel der Schachtelhalm, der am Wegrand, auf Wiesen, an Bahngleisen wächst. Diese Nobilitierung des Alltagslebens verhilft dem Heranständigen, Beiläufigen zur Bildwürdigkeit, eben auch Pflanzen, die im Volksmund als Unkraut bezeichnet werden. Es erfolgt eine Sichtbarmachung des Sichtbaren, die das Marginalisierte zur optischen Sensation verhilft. Es ist der wohl berühmteste Fotograf der neuen Sachlichkeit, Karl Blossfeld, der diesen unscheinbaren Kräutern vor der Haustür ein Denkmal setzt. Über 6000 Fotografien von Pflanzen hat Blossfeld zwischen 1895 und seinem Todesjahr 1932 in der immer gleichen ikonischen Weise angefertigt. Mit seiner Bildsprache gilt Blossfeld als Vertreter der neuen Sachlichkeit avant la lettre mit dem Grundanliegen einer verristisch genauen, um nicht zu sagen, der objektiven Wiedergabe der Realität. Vor allem die instrumentelle Bedeutung der Fotografie, nämlich ihre Sachlichkeit, spielt bei einer solchen Einordnung eine Rolle. Diese Aufnahmen des Schachtelhalms wurden in der zeitgenössischen Rezeption neben Fotografien sachlich hervortretender architektonischer Elemente und Turmbauten platziert, um sozusagen eine formal-ästhetische Synthese herzustellen. Auch wenn die Fotografien heute den Status von Kunstwerken einnehmen, waren sie ursprünglich als didaktisches Bildmaterial konzipiert und wurden bekanntlich als Lehrmittel im Unterricht eingesetzt. Bei diesem Tableau lässt sich erfassen, dass nicht nur der tektonische Pflanzenstängel von Interesse war, sondern auch die Art und Weise, wie sich aus Laubwerk, Knospen, Blumen und Früchten, arabeske, ornamentale, ja fast kalligrafische Elemente herausbilden. Es galt, das Faktum der Pflanze so darzustellen, dass sich den Studierenden die morphologischen Prinzipien erschlossen und dazu kamen neben den Fotografien unterschiedliche Lehrmaterialien zum Einsatz. Bronzemodelle, Herbarien, Nasspräparate, Gipsabdrücke, lebende Pflanzen, Zeichnungen. Diese sogenannten Bildvorlagen wurden produziert, um einen neuen Weg der Formfindung im Kunstgewerbe und in der künstlerischen Gestaltung einzuschlagen. Auf die Nähe der Stillleben Rudolf Wackers zu den Fotobüchern, Urformen der Kunst von Karl Blossfeld oder Die Welt ist schön von Albert Renger-Patsch ist verschiedentlich hingewiesen worden. Es ist die kühle Distanz, die den Eindruck höchster Wirklichkeitsnähe und gleichzeitig höchster Ästhetisierung hinterlässt. Die vielfältigen Bezüge zwischen Ästhetik und Botanik, zwischen Kunst und Wissenschaft sind mit der Analogisierung zwischen den botanischen Zeichnungen und denen von Wacker bereits angedeutet worden und sie gelten natürlich auch für Blossfeld. Die morphologischen Erkundungen entfalten die Potenziale der Pflanze als Lehrmeisterin. Rudolf Wacker stillte sein breites Interesse an den Naturwissenschaften mit der Lektüre der Schriften von Charles Darwin oder Ernst Heckel. Seit seiner Kindheit sammelte er Pflanzen und Insekten, legte einen eigenen Garten an und betrieb botanische und entomologische Studien. Er besaß ein Terrarium mit Draupen und Käfern und beobachtete deren Entwicklung. Aus der Lehrsammlung des Bundesgymnasium Bregenz entlieh er naturwissenschaftliche Präparate, an denen er Aufbau und Struktur und natürlich auch die Form studieren konnte, wie etwa beim Lehrmodell einer keimenden Bohne. Also diese Modelle waren zerlegbar. Man konnte auch das Innere dieser Pflanze sehen. Diese zerlegbaren botanischen Modelle, die Pflanzen in monströser Vergrößerung erfassbar machen, sind an sich schon von surrealer Anmutung. Im Gemälde von Wacker steigert die scheinbar zusammenhangslose Kombination des Modells mit den anderen Dingen diese Surrealität. Bohne und vollbusige Frau auf dem Umschlag eines Buches über die Malerei von Euguste Renoir und die bauchige Chianti-Flasche gehen eine formale Korrespondenz ein. Über solche Korrespondenzverhältnisse notierte Wacker, dass die Verwandtschaft von Formen, von Körpern, Linien, Farben, Strukturen wie Zeichen seien. Prozesse des Werdens beschreibt er zum Beispiel als »quellend, prall, aufstrebend, erblühend, die des Vergehens schrumpfend, dürr, niedersinkend, verblassend.« Rudolf Sagmeister und Kathleen Sagmeister-Fox interpretieren dieses Gemälde als einen Schaukasten von Anspielungen und situieren es in die Reihe der Küchenstilleben. Der Künstler sei nämlich, so die Feststellung, ein ausgesprochener Gourmand gewesen, der mit dem Bildzitat der Kinderzeichnung an die Hügel der Toskana erinnern würde, wo die weißen Bohnen zum Nationalgericht gehören. Die Fagioli al Fiasko werden in einer dickbauchigen Weinflasche im Backofen gegart. Bei all unseren sinngebenden Deutungen im Nachhinein lässt sich in rein ästhetisch-formaler Hinsicht festhalten, dass es vor allem die Dimensionsverkehrung der Dinge ist, die das realistische Motiv in eigentümlicher Surrealität erscheinen lässt. Auch dies verbindet Wacker mit Bloßfeld, das Blow-up des pflanzlichen Objekts. Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Beispiel zeigen, an dem die Diskrepanz von wirklichem Ding und künstlich erzeugter Größe verdeutlicht werden kann. Neue Motivkomplexe werden in der neuen Sachlichkeit in scharfer Präzision und ungewohnter Nahsicht dargestellt. Es entstehen sachliche Dokumente, die an die Objektivität und das dokumentarische Interesse der Kameralinse erinnern. In den zahlreichen Variationen von Wackers Stillleben japanischer Puppen klingt jedoch auch das ironische Spiel mit der Gegenständlichkeit des neusachlichen Stilllebens an. Auf den vergleichsweise dünnen Blumenstängeln wirken die Blütenköpfe kompakt und schwer und von neutralem Grund optisch motivbestimmend. Die Vase dazu wirkt lächerlich klein. Es konnte hier nicht um die Natur der Pflanze gehen, sondern um die Natur des Stilllebens als veristisches Gebilde, das jedoch seinen eigenen Gesetzen folgt. Und wie die Lehrmittel von Bloßfeld die vegetabile Tektonik und das Ornament zunächst sichtbar machen sollten, um erst in weiteren stilisierenden Prozessen zu einer gestalterischen Umformung zu gelangen, beschäftigt sich auch Rudolf Wacker mit der Frage, wie der Realitätseindruck in die neusachliche Eigengesetzlichkeit des Bildes überführt werden kann. Die überpräzise Tiefenschärfe und der luftleere, sterile Bildraum übersteigern die abgebildeten Dinge und verleihen ihnen eine scheinbar zeitlose Objektivität. Einen ironischen Subtext erhält dieses Motiv jedoch auch, indem die abgebildete Schnittblume in der Vase in Korrespondenz mit dem floralen Muster des Kimonos der japanischen Puppe tritt. Wie bei den Bildzitaten im Bild geht es auch hier wieder um die ästhetische Brechung einer bildhaften Evidenz eines Gegenstandes. Die Blume ist eine Blume, ist eine Blume auf dem Weg zur Formfindung. Im Tagebuch von Wacker findet sich im Oktober 1919 eine Notiz zu seinen aktuellen Arbeiten und damit gehe ich an den Beginn seiner künstlerischen Arbeit zurück und komme zum zweiten Teil meines Vortrags zu den Landschaften und den Bäumen. Und zwar notiert Wacker Sonntag, arbeite fleißig an einem neuen Schnitt. Landschaft, die ich ganz in ein Ornament auflöse. Sonderbar, dass obwohl ich nichts anderes tue, als die Linien meiner Zeichnung verfolgen, die ihrerseits ein direkt aus dem Natureindruck gewonnenes Ornament bilden, ein Ornament im Stile der Wiener Werkstätten entsteht. Mit diesem frühen Eintrag deutet sich die ästhetische Disziplinierung der Pflanzen an, die für Bloßfeld, aber auch für die Kunst der neuen Sachlichkeit von solch großer Bedeutung werden sollte. Seine Serie von Linol-Schnitten regt Wacker dazu an, die Überzeichnung der sichtbaren Wirklichkeit zu reflektieren. Birken, ja, aber die Bäume, die Wolken und selbst die beiden einsamen Gestalten zerlösen sich in Wellen, Vlies und Flechtbewegungen, in Einrollungen, Verschlingungen, Verästelungen, in eine Textur von Linien. Auch in diesem federleichten ornamentalen Schwingungen des Vegetabilen entleert sich die schwere Symbolik der Pflanze. Diese Werke oder dieses Werk ist im sibirischen Lager entstanden. Wacker war als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg gezogen, doch nach fünf Monaten Kampfeinsatz an der Ostfront geriet er in Polen in russische Kriegsgefangenschaft. Von der Front wurde er zunächst in ein Auffanglager nach nahe Kiew gebracht, um von dort ins Lager nach Sibirien transportiert zu werden. Im Kontext seiner fünfjährigen Gefangenschaft zwischen 1915 und 1920 hat Elisa Tamaschke den Künstler einen Zeichnenden Gezeichneten genannt. Der Alltag war bestimmt von Demütigungen, von gewaltsamen Übergriffen und von Krankheit. In seinem Tagebuch beschreibt Wacker das Lagerleben als einen eisernen Sarg, in den er gezwängt sei. Wie von einem Schraubstock umzwängt, losgetrennt vom Leben. Nun sehe ich nur noch Uniformen und von der Welt nur ein ganz kleines Stückchen durch ein Fenster, Gitter und Stacheldraht. Die Lager sind nicht nur das Resultat von Entwurzelung, sondern sie produzieren Entwurzelung und potenzieren sie. Und im Lager ist Zeitlichkeit von großer Unbestimmtheit geprägt. Der überblickbaren Zeitspanne vor der Internierung folgt eine Zeitspanne der Ungewissheit, bei der man noch nicht einmal die Tage bis zur Entlassung zählen kann. Denn Lagerleben kann zur Neverending Story werden. Krieg und Gefangenschaft hinterlassen Traumata. Auch wenn das sogenannte Konzentrationslager Nummer eins in das Rudolf Wacker interniert war, sich von den Vernichtungslagern der deutschen Nationalsozialisten unterschied. Wacker genoss immer wieder Phasen, in denen er sich frei jenseits des Stacheldrahts bewegen und dann die Birken in der Umgebung zeichnen konnte. Im Oktober 1917 notiert er, nach drei Monaten wieder einmal für eine Stunde aus dem Lager. Die Bäume stehen schon kahl. Man hat die allmähliche Wandlung nicht miterlebt und so kommt es wie das Erwachen aus einem Traum über einen. Man besinnt sich nicht auf die Wirklichkeit. Warst du nicht in einem Gefängnis? Wie lange wohl? Hast du es am Ende nur geträumt oder ist dies das Leben Traum? In einer solchen Situation der Unsicherheit ist es der sibirische Frühling, der Trost spendet. Pflanzen sind jene Mitwesen, die die Hoffnung geben, dass auf den Trümmern wieder etwas wächst. Mit ihrem steten Rhythmus des Keimens, Wachsens, Blühens und Verblühens gilt die Pflanze in der Kulturgeschichte als Inbild des fortwährenden, sich stets erneuernden Lebens. Sie verwelkt und vergeht zwar, aus ihren Zerfallsprozessen entsteht jedoch der Humus für neue Gewächse. Das immer wieder aufs Neue aufkeimende Leben der Pflanze bietet sich für literarische und künstlerische Erkundungen der Kräfte, die die teleologische Geschichtszeit eines Anfangs und eines Endes aufheben. Allen Verendlichungen zum Trotz tritt die Pflanze als Inbegriff der Resistenz und Wiederkehr an. Und dies ist in einer Zeit von Vertreibung, Verfolgung und Gefangenschaft von großer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund werden Wackers Pflanzenzeichnungen zum Dokument persönlicher Lebensgeschichte, ja mehr noch. Sie werden zu Zeugen der Geschichte, der unheilvollen Geschichte des Krieges und der Gefangenschaft. Und nicht nur das, das Schreiben und Zeichnen zur Zeit wird zum Überlebensmittel. In seinem Tagebuch benennt Rudolf Wacker die Pflanzen einzeln, die er zu Blumensträußen bindet, um sie auf den Tisch in der Lagerbaracke zu stellen oder sie zu zeichnen. Wilde Pfingstrose, roter Klee, Königskerze, Eisenhut, Leinkraut, Rittersporn, das Blau wie der Samt exotischer Schmetterlingsflügel. Und noch zehn Jahre nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft schreibt Wacker, ich erinnere mich, wie wir uns zu Kriegsbeginn oft an die ganz kleinen Dinge geklammert haben. Wie viel Trost das Glitzern eines Tautropfens an einem Grashalm in dem maschinellen Leben des Exerzierplatzes gab oder an der Front mitten in aller Unmenschlichkeit der Anblick eines Käfers. Auf Walter Benjamin geht die Rede vom historischen Index der Bilder zurück. Bilder gehören demnach einer bestimmten Zeit an. Sie sind in einer bestimmten Epoche, in einem spezifischen Kontext, mit den technischen Möglichkeiten ihrer Zeit entstanden. Ihnen wurden eigene Funktionen zugeschrieben und sie wurden hergestellt, um ganz bestimmte Wirkungen zu erzeugen. Bilder kommen aber auch erst in einer bestimmten Zeit zur Lesbarkeit. Und in diesem jetzt einer bestimmten Erkennbarkeit, um eine Formulierung von Walter Benjamin aufzugreifen, erhalten diese Pflanzendarstellungen von Rudolf Wacker eine große Aktualität. Sie fügen sich nämlich in eine Kunstgeschichte der floralen Widerständigkeit des 20. und 21. Jahrhunderts. Rudolf Wackers Sonnenblumen, die vor der Gefangenenbaracke in Sibirien wucherten, lassen sich etwa vom Fluchtpunkt der Gegenwart aus betrachten. 100 Jahre liegen zwischen Wackers Sonnenblumen und diesen Sonnenblumen. Was sie verbindet? Die unlösbare Verflechtungsgeschichte von Pflanzen und Menschen, von Ästhetik und konkreter Lebenswelt. Im Mittelpunkt dieser konkreten Lebenswelt stehen der Krieg und die buchstäbliche Verpflanzung von Menschen. Die topografischen Kreuzungspunkte dieser beiden Werke sind die Ukraine und Russland. Die Künstlerin und Wissenschaftlerin Daria Zymbaliuk realisiert seit 2020 im Kollektiv mit anderen einen Animationsfilm mit dem Titel Displaced Garden. Für diesen Film haben die Künstlerinnen und Künstler mündliche Geschichten von Menschen aus dem Donbass gesammelt, die geflohen sind mit ihren Pflanzen. Der Film erzählt zum Beispiel von Menschen, die auf der Flucht vor dem Krieg Stecklinge ihrer Pflanzen mitnehmen, um sie anderswo hoffnungsvoll wieder einzupflanzen. Dabei scheinen die Erinnerungen an die Landschaft auf, die an den Flüchtlingen im Auto vorüberzieht, an riesige Sonnenblumenfelder, die sie hinter sich gelassen haben. Zum Erinnerungs- und Imaginationsort wird Landschaft auch in der Pflanzensammlung von Rosa Luxemburg. Ihre gepressten Blumen wurden erst 2009 entdeckt und geben sich als Sinnbild persönlichen Trostes und erhoffter Freiheit zu erkennen. Die Schlüsselblümchen beleuchten mir die Zelle wie Sonnenlicht, schrieb Luxemburg zeitgleich mit den Lagernotizen Wackers im April 1915 in einem Brief aus dem Gefängnis. Die Pflanzen für das in der Haft sorgfältig angelegte und mit botanischen Namen versehene Herbarium sammelt sie im Gefängnis oder Lazaretthof oder sie wurden ihr von Weggefährtinnen und Weggefährten zugeschickt. Als Tableau in ihrer gesammelten Gesamtheit würde eine große Blumenwiese entstehen. Und der Schweizer Künstler Uriel Orlow hat sich erst jüngst mit der Zeit der Gefangenschaft von Nelson Mandela auseinandergesetzt, für den der selbst angelegte Garten im Hof des Gefängnisses auf Robben Island zum politischen Ort der Unterwanderung der Gefängnisbehörden wurde. Hier vergrub er die fertigen Seiten seiner Autobiografie, um sie vor dem Regime zu verstecken. Das Reich der Flora, ein Hortus des Schutzes und der ersehnten Freiheit. Und die Pflanzen? Sie werden in der Kunst auch zu historischen Akteuren, die Zeugenschaft ablegen. In seinem Tagebuch findet sich im Jahr 2015 eine Stelle, in der Rudolf Wacker im sibirischen Lager über die Landschaft resoniert. Ich sehe in der Landschaft vieles, das ich gestalten möchte. Aus allem müsste das Weh der Welt sprechen. Der Stachel bedrohlicher Umstände, der wie beim Kaspal mit der Stechpalme ein Weh zu verursachen droht, durchzieht das Oeuvre Wackers. Im großen Repertoire seiner Darstellungsweisen von Landschaft nehmen die kargen Bäume einen großen Raum ein. Immer wieder tauchen sie im Oeuvre auf, die blattlosen Baumgerippe schlichter Herbstbäume, die sich wie Baumgeister in den Himmel erheben. Manchmal sind es auch Frühlingsbäume, an denen zartes Grün den Aufbruch der Natur verkündet. Xaver Fuhr platziert die trostlosen Bäume im transitorischen Zwischenraum des Fensters. Gustav Wunderwald situiert sie in einem ostpreußischen Dorf und Otto Dix zeigt sie einige Jahre früher als Realität einer Kriegslandschaft, die die Traumata hervorrief, auf denen diese Bilder gründen. Die von Kanonen zermalmten Wälder, die Trümmerfelder von Baumstümpfen, die das Schicksal der Menschen teilen, war an der West- wie an der Ostfront der Anblick, der sich den Soldaten im Kampf verbot. Die Kunst der neuen Sachlichkeit wird in Ausstellungen oft als Auge der Welt oder als Bilder auf der Suche nach der Wirklichkeit bezeichnet. Doch welche Wirklichkeit ist mit der Wirklichkeit gemeint? Welche Realität zeigt sich in der Vorfrühlingslandschaft von Rudolf Wacker. Eine beschauliche Szenerie der Kronhalte in Bregenz, wo seinerzeit ein Altersheim untergebracht war, mit Bergpanorama und dem Bodensee. Wacker malte keine Kriegsbilder, wie etwa Otto Dix. Er hat andere, diskretere Wege beschritten, um die Spuren, die die historische Zeit hinterlassen hat, abzubilden. Aber vielleicht können seine Baumgerippe auf der Folie der Kriegslandschaft von Dix betrachtet werden. Dieses Bild gehört zu den letzten Arbeiten von Wacker, nachdem er die Ausstellung Entartete Kunst besucht hat. Also in der Forschungsliteratur steht, nachdem er die Ausstellung besucht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er es vorher oder danach gemalt hat. Kurze Zeit später fanden Hausdurchsuchungen statt und er wurde ja bekanntlich auch von der Gestapo verhört. Sind es blattlose Frühlingsbäume oder ahnungsvolle Todesboten? In seinem Nachruf geht Wackers enger Freund Robert Götzger auf den monströsen Umstand des Vergehens und damit des Pflanzewerdens ein. Grüngespenstische Farben entbrachen dem welkenden Gesicht und die Sprache war am Versickern. Wir lauerten am Bett, da hingen deine Augen an den steif gebügelten Narzissen und Osterglockensträußen, die heftig gelb auf der Kommode lärmten und eben ihre hohen Vasen schienen übersteigen zu wollen. Ich habe mit einem Herbststrauß begonnen und ich ende mit einem Herbststrauß, denn zu den letzten Arbeiten gesellen sich kleine Sträuße, lauter verdorrte, sterbende Blumen, die bereits seit 1933, immer wieder unter seinen Blumenstücken auftauchen. Und auch angesichts der Dramatik dieser Dokumente der Vergänglichkeit führt uns Rudolf Wacker an der Nase herum. Bei den meisten Herbststräußen setzt sich ein Schmetterling auf die verwelkten Blüten und will die Hoffnung der Metamorphose wecken. Aber ist es wirklich ein Schmetterling? Es ist nichts als ein Ding, wie der Vogel mit der roten Kehle den Wacker immer wieder so lebensecht in Szene gesetzt hat und der nichts weiter war als ein aufziehbares Spielzeug. Genauso wie die künstlichen Blumen aus Seide, die Wacker auch gemalt hat und die so daherkommen, als seien sie echt und lebendig. Die Ironie der ertöteten Natur der Stillleben schafft Distanz. Sie entlastet von der existenziellen Schwere der Landschaft. Vielen Dank. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass dieser Schmetterling ja mit einer Stecknadel fixiert ist. Also dieser Betrug fast durchaus für den, der genau sieht, auch zu erkennen ist. Ich darf Ihnen außerordentlich danken, liebe Frau Doktor. Das war ein weiterer Schritt für mich, ein weiterer Schritt im Verstehen der Welt Rudolf Wackers. Denn bis jetzt waren Pflanzen oft Beigaben oder wurden oft als Beigaben gesehen, wie wesentlich sie zur Erkenntnis seines Lebensverständnisses und seiner philosophischen Grundhaltung beitragen. haben wir jetzt in einem sehr schönen, sehr feinsinnigen, sehr klugen Vortrag gehört. Ich darf Ihnen sehr danken. Ich darf Herrn Doktor Christian Trobe begrüßen. Zwar kein Tscheche, sondern wie ich sehe, ein Deutscher, der an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg-Germanistik und Geschichte studiert hat. 2012 quasi im Rahmen eines Museumsprojektes in Thüringen zur Kunstgeschichte, was wir alle verstehen, gewechselt ist. Auch der Dr. Thaler versteht es. Und promoviert wurde zur Klassikrezeption an der Universität Halle. Derzeit sind Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Masaryk-Universität in Brünn und ich freue mich schon sehr auf Ihren Vortrag zwischen Erotik und Sachlichkeit. Rudolf Wacker und der Exotismus. Bitteschön, Herr Doktor. Ich habe einen kleinen Vortrag vorbereitet zum Exotismus. Ich fange auch gleich an. Sie werden gleich merken, dass das alles im Rahmen der heutigen Diskurse funktioniert, über die wir uns schon beim Mittag so ein bisschen unterhalten haben. Und ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht so übel, dass ich das so ein bisschen versuche, locker einzuleiten, weil das heute ja sehr, sehr politisiert sein kann, wenn man über Primitivismus, Kolonialismus und Exotismus spricht. Angesichts der heute kontrovers geführten Diskussion ist der von mir gewählte Titel auf mindestens zwei Ebenen ungenau. Sie sehen zwischen Erotik und Sachlichkeit, Rudolf Wacker und der Exotismus. Zum einen beim Begriff Exotismus, den ich hier synonym verwende für eine breite Strömung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der oft als Primitivismus bezeichnet wird. Ich verwende beide Begriffe synonym für die Rezeption außereuropäischer Kunst in Folge des kolonialen Warenaustauschs, der die Moderne ungemein beeinflusst hat. Klammern, zumeist auf afrikanische, ozeanische Kunst rekurriert, weniger auf die vielleicht schon bekanntere chinesische oder japanische etc. Austausch wurde dabei jüngst, in der jüngsten Diskussion, zum Streitpunkt, weil viele der Objekte geraubt wurden, oft infolgegewalttätiger Übergriffe. Der derzeitig stark politisierte und emotionalisierte Diskurs zielt auf ein Umdenken ab, mithin auf Wiedergutmachung und Restitution der Raubkunst. Wie im Brückemuseum zuletzt gezeigt, wird die Rezeption außereuropäischer Kunst, zum Beispiel im Kreis der Expressionisten, denen Wacker Nahestand zunehmend als eine falsche Cultural Appropriation interpretiert. Also, wie die Katalogautoren schreiben, als Ausnutzung kreativer und ethnischer Potenziale der beraubten Völker durch die Expressionisten Nolde und Kirchner. Damit, ich gehe noch mal kurz zurück, ist natürlich auch mein Stichwort Erotik und Sachlichkeit heute als Aneignungsform Wackers im hohen Maße verdächtig, weil jede Form der Aneignung im Licht der heutiger Diskussion asymmetrisch bleiben muss, weil es um geraubte oder auf unklare Weise nach Deutschland, Österreich gekommene Objekte geht. Um das noch ein bisschen weiter zu kontextualisieren, das gilt eben mithin auch für Künstler in Habsburg, beziehungsweise in der Ersten Republik Österreichs nach 1918 und auch der Schweiz, die zwar keine Kolonien in Übersee besaßen, aber von den gleichen Netzwerken, so die Autoren dieser neueren Forschungsliteratur, von den gleichen Netzwerken europäischer Vormachtstellung profitierten, um etwa ihre Sammlungen in Völkerkundemuseen zu überführen. Nach diesem kurzen Hinweis auf die jüngeren Debatten möchte ich jetzt in drei Schritten Wackers Beziehung, groben drei Schritten zum Exotismus erläutern und dabei eine These ausführen, die besagt, dass die 1920er Jahre Wackers Aneignung der außereuropäischen Kunst als zweite oder sogar dritte Welle des Exotismus in der Kunst der Moderne gänzlich anders funktioniert als vor dem Ersten Weltkrieg. Zunächst die Bestandsaufnahme. Wie wir wissen, hat Wacker 1921-22 regelmäßig im Berliner Völkerkundemuseum vor den Objekten afrikanischer und ozeanischer Kunst gezeichnet. Er vermerkt zweimal wöchentlich für mehrere Stunden, meist montags und bemerkt vormittags, meist von 10 bis 13.30. Dadurch sind viele Zeichnungen auf uns gekommen, über 100 Zeichnungen, die Zeugnis von dieser Beschäftigung ablegen. Zweitens, nach einer kurzen Bestandaufnahme, einigen Beispielen, die ich zeigen möchte, soll es dann natürlich, wie wir das heute schon so oft so schön gesehen haben, um eine Kontextualisierung in seinem Werk gehen und drittens natürlich auch in seiner Zeit. Wacker ist nach meinem Dafürhalten Zeuge und Exponent einer verunsicherten Beschäftigung, die seltsam schwankt zwischen emphatischer Aneignung der außereuropäischen Objekte und Neutralität, Skepsis, Sachlichkeit, einer vielleicht einsetzenden Kritik am kolonialen Fragezeichen, ja, vielleicht sogar künstlerischem Desinteresse. Wacker begann nachweislich, und Sie kennen die Textstellen vermutlich alle, 1921 mit dem Studium der außereuropäischen Kunst. Der Tagebucheintrag vom 21. April belegt es eindringlich, das ist der Bericht aus dem Völkerkundemuseum in Berlin. Gut ein Jahr nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft, Sie wissen das, er ging nach Berlin, betont er die expressive Wirkung der Objekte, den großen Einfluss auf die Kunst und ihre erotische Wirkung. Ich lese nur ein Stückchen vor. Doch sind all diese Dinge, die aus unheimlichen Urgründen heraus, aus überwältigenden Gefühlen heraus geschaffen sind. Darum haben Sie die neue Kunst befruchtet. Sie sind ein äußerstes an Expressionismus. Alles durchsetzt mit einer dunklen, grell aufblitzenden, heißen Erotik. Wacker bemerkt auch, wie so häufig und wie vorhin schon gehört, die Dominanz des Männlichen in Einklang mit seinen üblichen Ansichten in dieser Richtung. In diesem Sinne, nach diesem Zitat, lassen sich dann auch die Skizzen deuten, die er von Objekten aus Ozeanien angefertigt hat. Hier, wie Sie sehen, aus Melanesien oder Deutsch-Neuguinea damals. Vor allem das linke Blatt kann als eines der am dichtesten Ausgearbeiteten gelten, wo er versucht, mit bewegten, aber auch plastisch ausgearbeiteten Linien den Ausdruck der Figur einzuholen und auch die dreidimensionale Form abzubilden. Sie sehen auch oben am Kopf, es geht also rum, ich zeige Ihnen gleich das Original, das sind drei Köpfe nebeneinander. Er versucht das sozusagen in der räumlichen Präsenz zu erfassen. Diese Uli-Figuren wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts im heutigen Papua-Neuguinea gefunden und finden sich in einigen Museen in Deutschland, auch in Österreich. Ein Exemplar etwa im Volkwangmuseum, wohin es auf Vermittlung von Emil Neude gelangt ist, so dieser Katalog. Die durchweg hermaphroditen Figuren wurden zu Totengedenkfeiern eingesetzt und sollten die Lebenskraft beider Geschlechter für die Idealen Anführer versinnbildlichen und fortsetzen. Der Phallus symbolisiert also Fruchtbarkeit und Tatendrang. Ähnliche Attribute galten aber auch für die Brüste. Die Praktiken der für sexuelle Freizügigkeit, aber auch für Kopfjagden bekannten Stämme in der Region in Papua-Neuguinea fanden kurz nach der Auffindung dieser Objekte durch den Einsatz der Missionare ein sehr schnelles Ende. Wacker macht daraus, im Unterschied zu Neude, Sie sehen jetzt hier rechts dieses Objekt aus dem Volkwangmuseum. Wacker macht daraus im Unterschied zu Emil Neude keine Narration auf. Neude zeigt oben rechts auf einem Podest ein Paar, wo eben Mann und Frau zusammenkommt, vis-à-vis vielleicht der hermaphroditen Figur. Wacker geht es bei seinen zeichnerischen Übungen im Berliner Völkerkundemuseum allein um die Erfassung der eindrucksvollen Ornamente, der Räumlichkeit der Figur, der zeichnerischen Durcharbeitung der Ornamente. Ob er sich besonders für die Falli und sexuellen Energien interessierte, wie er selbst schreibt in seinem Tagebuch, liegt möglicherweise bei diesem Beispiel nahe. Inwieweit er aber die Hintergrundgeschichte, heute würde man sagen die Objektgeschichte, kannte, ist nicht bekannt. Aus meiner Sicht sind diese Zeichnungen aus der Zeit von 1921, 1922 Ausdruck seiner zeichnerischen Emphase und seines zeichnerischen Trainings. Auf diese Weise, wie ich es jetzt versucht habe zu umreißen, hier sehen Sie nochmal diese Kultfigur Uli aus der Berliner Sammlung, die er eben vor sich hatte. Nach dieser kurzen Objektgeschichte, die ich so ein bisschen versucht habe nachzuerzählen, muss man sagen, ähnliches ließe sich für unzählige Objektgeschichten aus Wackers zeichnerischem Werk leisten. Etwa hier die Figur der Königin Mutter aus Angola, wo die Wacker zeichnete, oder ein Kariatidenhocker aus Saire. Weiter ging es noch, eine Schädelmaske aus Neubritannien, die eben auch in Berlin in den Sammlungen zu finden ist. Wie die Bleistiftskizzen verraten, sind es zumeist tastende, die Objekte zunächst einmal erfassende Werke und dennoch auch ausdrucksstarke Zeichnungen, die nicht unbedingt verraten, dass sie zur Vorbereitung eines größeren Werks Verwendung finden würden. Wichtig ist, aus meiner Sicht, für die Kunstentwicklung Rudolf Wackers, dass er in dieser Zeit eben noch nicht, wir haben das vorhin auch gehört, in dieser Zeit eben noch nicht in Öl gemalt hat, noch nicht seine Mischtechnik entwickelt hat, noch nicht zu seinem malerischen Stil gefunden hat. Wie während der gesamten Zeit in Sibirien arbeitete er als Zeichner und versuchte sich im Berliner Völkerkundemuseum seinem eigenen Stil anzunähern, aus Sicht des Expressionismus. In diesem Sinne sind die Übungen vor den außereuropäischen Objekten zunächst einmal genau das, zeichnerische Versuche. Warum er dazu gerade diese Objekte wählte und nicht bei den alten Meistern saß, etc. pp., ist nicht ganz klar und nicht ganz offensichtlich. Anders als bei den Brücke-Künstlern, in dessen Kreis er in Berlin agierte, im Kreis von Erich Heckel, und von denen man unzählige dieser Beispiele finden könnte aus der Zwischenkriegszeit, resultierte daraus bei Rudolf Wacker kaum ein Niederschlag im malerischen Werk. Im später geschaffenen Werkverzeichnis finden sich zwei mit Negerplastik betitelte Werke aus den frühen 20er Jahren, die eben im Nachtrag zum Werkverzeichnis ausgeführt sind. Die sind bis heute verschollen, die lassen sich nicht auffinden. Nur ein Werk aus einer späteren Phase um 1930 zeigt eine sogenannte Südseeschnitzerei in einem Stillleben. Trotz der langen Studienzeit von über zwei Jahren, fast zwei Jahren im Berliner Völkerkundemuseum, dominieren in seinen Werken insgesamt. Sie wissen das, Objekte japanischer, chinesischer Kunst, mithin Folkloristisches aus Europa, aus Rumänien, christliche Kunstsachen, die er aus den Märkten in Bregenz oder in der Schweiz gefunden hat. Marktmasken, Puppen, alles, was wir heute gesehen haben. Wie die vorangegangenen Vorträge gezeigt haben, suchte Wacker verstärkt das nahe Fremde, das Heimatliche, das Unheimliche im Vertrauten, das Unheimliche in der Objektwelt, worin ich hier noch ganz kurz exemplarisch, Sie sehen noch mal hier diese zeichnerische Aneignung, woran ich hier noch mal ganz kurz exemplarisch erinnern möchte, wie seine Stillleben aussehen. Seine zeichnerische Aneignung im Berliner Völkerkundemuseum Anfang der 20er Jahre steht im Konflikt mit seiner Entwicklung zum Maler, sie lässt sich nicht logisch eingliedern, auf dem Weg zum neusachlichen Künstler, so wie die Wacker-Forschung ihn herausgearbeitet hat. Wie die Beispiele zeigen, gereichten Wacker die außereuropäischen Objekte zum zeichnerischen Training als Ziel vielleicht auch seiner schon in Sibirien vernehmbaren Emphase für das Fremde, als Übelbleibsel seiner expressionistischen Phase. Wie Rudolf Sagmeister schreibt in dem Ausstattungskatalog Anfang der 90er, Zitat Sagmeister, hat der Stil dieser Vorbilder aus der berlinischen Sammlung keinen Einfluss auf seine künstlerische Ausdrucksweise. Man könnte jetzt lange Überlegungen anführen, was dahinter steckt. Ich würde sagen, die Kunstentwicklung ging Anfang der 20er Jahre in eine andere Richtung, der Expressionismus endete und damit verlor vielleicht auch die primitive Kunst etwas an der Wirkung auf die Künstler. Ob sich daran eine generelle Skepsis, wie hier bei diesem Zitat, gegenüber dem Primitivismus bei Wacker ablesen lässt, ist Gegenstand eben dieses Tagebucheintrages. Es ließe sich die Frage stellen, warum die neue Sachlichkeit und ihr Verismus, ihre Kälte und ihre Distanziertheit, ihre Objektfixiertheit nicht die passende Kunstwurm war für eine kritische Auseinandersetzung mit der außereuropäischen Kunst. Sie sehen es bereits Mitte August 1921 vermerkt, Wacker, und da zeichnet er schon vier Monate in den Sammlungen, schreibt er eben folgende Sentenz in sein Tagebuch. Kritisch weist er hier auf den Sinn des Primitivismus hin, salopp gesagt, wie kann so etwas Altes gut für einen Neuanfang sein. Ob sich damit seine Skepsis gegenüber der Rezeptionslogik und dem Geschichtsbild der klassischen Moderne gegenüber der vermeintlich alten, da zurückgebliebenen Völker äußert, lässt sich nur bedingt sagen, vielleicht macht er eine Aussage zur Logik dieses Denkens. Längere kritische Ausführungen sind in den Tagebüchern dann nicht mehr überlieferend. Vielmehr, nach dieser Phase Anfang der 20er Jahre zeigt sich, wie in so vielen Dingen in Wackers Leben seine lange und akribische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Exotismus und Primitivismus. Er besucht während der gesamten 20er Jahre die Völkerkundemuseen in Deutschland, in Leipzig, Berlin und München, in Österreich, im heutigen Weltmuseum, in Wien und in der Schweiz. Er beschäftigt sich auch, auch das ist bekannt, mit der neuesten Literatur. Im Januar 1922 vermerkt er die Lektüre von Karl Einsteins Werken, Einsteins Publikationen, Sie wissen das, Sie kennen das, Negerplastik aus den 1910er Jahren war eines der Initialwerke des ja auch schon intellektuell hochgefahrenen Primitivismus in der klassischen Moderne. Und so könnte man eben sagen, neben Picassos Beschäftigung mit afrikanischen Masken Ende der Nullerjahre, vielleicht auch mit der Aufstellung von Neudes Werken neben afrikanischer Kunst im Volkmangenmuseum Anfang der 10er Jahre, kann eben Einsteins Buch als Auftakt für eine intellektuelle Beschäftigung der klassischen Moderne mit diesem Primitivismus angesehen werden. Einstein versuchte aber aus dem Erlebnis der afrikanischen Kunst die Raumempfindung des Kubismus herauszuarbeiten. Sie kennen das, er versucht eben die Raumwirkung zu beschreiben und wie diese afrikanische Plastik funktioniert. Er beschrieb also etwas Kunstautonomes, weniger etwas Ethnografisches. Damit präsentierte Einstein, und Wacker liest eben beide Bücher, ein intellektuell höchst anspruchsvolles Konzept, das den Anspruch der Avantgarde ausdrückte, weniger aber ethnografisch auf die afrikanischen Objekte gerichtet war. Erst in der zweiten Publikation, die Wacker dann eben relativ zeitnah liest, 1919 ist sie erschienen, beschäftigt sich Karl Einstein deutlich sachlicher mit der Zusammenstellung der Sammlung im Berliner Völkerkundemuseum. Sie können das bei Uwe Fleckner nachlesen, wie das funktioniert, die Überfülle, das langsame Ausdünnen, die Veränderung der Ausstellungsflächen, die langsame Oratisierung, immer noch dieser Objekte in der Völkerkundesammlung. In dieser Zusammenstellung, so wie Wacker sie liest, könnte man die Entwicklung von der emphatischen und auch intellektuellen Aneignung der klassischen Moderne hin vielleicht zu einer stärkeren Verwissenschaftlichung, aber auch aus meiner Sicht seiner Popularisierung erkennen. Der Kunstkritiker Eckart von Südo war ausgebildeter Ethnologe, Sie sehen ihn hier links, mit einem Buchcover, veröffentlichte während der gesamten Zwischenkriegszeit zu Gegenständen außereuropäischer Kunst. Wacker kauft Ende 1921 nicht dieses Buch, aber ein anderes in München, und zwar Eckart von Südos Exotische Kunst, Afrika und Ozeanien, das auch ein Kapitel zu primitiven und modernen Expressionismus enthielt. Sie haben das auch schon gesehen, diese Monografien wurden später in wichtige populäre Reihen aufgenommen und relativ breit rezipiert. Von Südo kommentierte regelmäßig als Ethnologe und Kunstkritiker die Gegenwartskunst. Sein Spezialinteresse galt, so ein späterer Buchtitel, der primitiven Kunst und Psychoanalyse eine Studie über die sexuelle Grundlage der bildenden Künste der Naturvölker. Und man sieht schon vielleicht Verbindungen zu dem, was Frau Söhl vorgetragen hat in dieser Beschäftigung von Südom. Seine Dichte, also jetzt Eckart von Südos, Dichte-Publikationstätigkeit, macht die Verbreiterung des Gegenstandesbereichs in den 20er Jahren deutlich, seine Ausdifferenzierung und die Unterfütterung mit Themen wie Psychologie. Dementsprechend schreibt Wacker im gleichen Tagebucheintrag vom 21. April 1921, den ich zu Anfang gezeigt habe, wo er so emphatisch über diese Dinge schreibt, schreibt er zwei Paragraphen weiter unten, Zitat, habe eine Menge Kunstzeitschriften durchgesehen, im Cicerone ein Aufsatz von Eckart von Südo über afrikanische und ozeanische Kunst gelesen. Dann notiert er, Klammer auf, Aufschlüsse durch die Theorien Freuds, der Vatermord, das Nicht-Hinweg-Kommen über das böse Gewissen aller primitiven Völker. Letzter Satz, nur die Arier haben sich befreit. Dieses Verständnis einer dunkel lauernden Sexualität, einer Urschuld im Verhalten, damals noch als Erklärung der Ethnologen für die Verwandtschaftsverhältnisse angeführt, dass die primitiven Völker eben nicht überwinden konnten, diese Sexualschuld, all das faszinierte Wacker. Sexualschuld und Tabu führten bei Südo eher zu rassischen Vorurteilen zurück im Laufe der 20er Jahre. Sie gehörten aber auch damals noch zu dem genuinen Forschungsgegenstand der Ethnologie. Wenn einige Jahre später Ernst Kassirers Philosophie der symbolischen Formen erscheint, mit dem zweiten Band zum mythischen Denken, so war das schon das Produkt einer Rationalisierung der Wahrnehmung primitiver Völker, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt wird. Wacker ist aber Kind einer Zeit, die noch genau auf der Kippe steht zwischen dieser expressionistischen Aneignung und liest eben die aktuelle damals populäre Literatur über afrikanische und ozeanische Kunst. Noch kurz zum Buch rechts. Eher diese Schiene der Popularisierung lässt sich mit Wilhelm Hausensteins Barbaren und Klassiker von 1922 belegen. Hausenstein war ein bekannter Kunstkritiker aus München, Ausgeber von Zeitschriften, Korrespondent, unheimlich dichter Briefwechsel, der unheimlich viel publizierte, auch zur Gegenwartskunst. In seinem reichbebildeten Buch, was Sie rechts sehen, nähert er sich mit einem vertrauten Konzept den jetzt schon beliebten Gegenstandsbereich exotischer Kunst an. Er unterscheidet dazu schon bekanntere Strömungen aus der europäischen Kunst von solchen, die erst in jüngerer Zeit bekannt geworden sind. Das war ein Weg, gerade für Nicht-Experten, Barbaren von den Klassikern zu unterscheiden, aber das sind die Klassiker der exotischen Kunst, die schon 20 Jahre bekannt waren. Er spricht also erneut von einer höheren Niederentwicklung als Maßstab der gerade gefundenen Kunstsubjekte aus Übersee. Hausenstein kann als journalistischer Schreiber und Kunstkritiker, generell als Vermittler und Populärmacher dieser ganzen Diskurse angesehen werden. Wie wir wissen, hat Wacker 1926 Hausensteins Kleebuch auf sein Porträt seiner Frau Ilse aufgenommen, womit ebenfalls auf einen exotischen Zusammenhang hingewiesen wird. Sie sehen, in der Bilddiagonalen kontrastiert er das Buchcover mit dem Körper seiner Frau, mit dem Gesicht seiner Frau und mit dem chinesischen Kunstdruck, das er aus der sibirischen Kriegsgefangenschaft mitgebracht hat. Der, um falsch mit Goethe zu sprechen, westöstliche Divan zwischen Klee's nordafrikanischer Märchenwelt und Sie wissen, Klee war in Tunis und hat dort zu seinem Farbenreichtum gefunden und auch zu seinem Formenspiel und all das wird eben unten in Hausensteins Kleebuch symbolisiert. Dieser westöstliche Divan zwischen Klee's nordafrikanischer Märchenwelt und dem Mitbringsel aus dem Osten, dem chinesischen Kunstdruck, verweist auf das ideelle personalisierte Reich, das sich Wacker daheim am Bodensee geschaffen hat. Es verweist auch auf die Wurzeln moderner Kunst und wir können jetzt, wie so häufig bei diesem Thema Walter Graskamp zitieren, Zitat, die gefährlichen Kinder der Moderne, die Kunst der Geisteskranken, die Kunst der Kinder und die der Primitiven und von denen durch Klee vielleicht durch das Hausensteinbuch vor allen Dingen das Verständnis Wackers für die beiden Letzteren, also für die Primitiven und die Kinder angezeigt werden. Wackers Strategie des Bildes im Bild folgend, einer seiner wichtigsten Bildstrategien, vergleicht er hier das Ansicht seiner Frau womöglich mit der Erscheinung der traditionell gekleideten Chinesin. Und wenn man einen tiefer gehenden Referenzrahmen sucht, wenn man also Sargmeister widersprechen will und sagen möchte, die afrikanische Kunst hatte vielleicht doch einen Einfluss, die austereuropäische, dann ließe sich vielleicht auf einer höheren Ebene trotz der wenigen Bezüge zur außereuropäischen Kunst sagen, dass eben in diesem Ausstaffieren seines Ateliers und seiner Bilder mit Gesichten, mit Antlitzen, mit Physiognomien der Fremde etwas für Wacker geleistet hat. Wenn man einen Blick wirft auf die Ansammlung afrikanischer Masken, die er 1922 in dem Berliner Völkerkundemuseum skizziert hat, hat er womöglich eine Hängeweise vor sich, eine Organisierungsform der Objekte, die sicher vielleicht der in der Ausstellung entsprochen hat, die aber durchaus vorbildhaft für die eigene Sammlung und dieses Ansammeln von Objekten dienen konnte. Sie verzeihen mir den weiten Bogen von den afrikanischen Masken an der Wand zu André Bretons Atelier und auch zu Kirchners Atelier in Berlin. Sie kennen das alles dass diese Objekte dann eben in den Ateliers landeten, auch als Lifestyle-Element und Emblem, Symbol der eigenen Ideen und der eigenen Ansprüche, aber die Maskenwände verweisen eben auch auf die Bildlichkeit, die Fetischisierung, die Tokenhaftigkeit dieser Objekte, die nicht aus Europa stammen. Insofern hat, und das ist meine letzte Worte zu Wackers Verständnis, insofern hat sich vielleicht seit Adolf Menzels Atelierwand von 1872 nicht so viel verändert. Meine Erklärung für diese Beschäftigung mit afrikanischer Kunst wäre, dass Wacker sich Physiognomien schafft, Antlitze schafft, Gesichte vorrätig hält, die er später für seine Masken und für seine Puppen gebrauchen kann. Das wäre meine Erläuterung für die Verarbeitung der afrikanischen Kunst und der außereuropäischen Kunst. Nur der Verfremdungseffekt des neuen Gegenstandsbereichs der außereuropäischen Kunst machte für ihn womöglich die realistische Darstellung im Verlauf der 20er Jahre vielleicht allzu schwer, hier noch einmal äußerst eindrucksvoll die Physiognomie des Gottes Kukailui Morku zu sehen. Und man sieht eben an solchen Objekten, dass er sie nicht zu Gemälden verarbeitete und nicht sich damit beschäftigte in der Mitte der 20er oder Ende der 20er Jahren. Und ich zeige Ihnen das auch noch, damit ich das auch getan habe, ganz so wie eben Hannah Höch 1929 in den Collagen aus einem ethnografischen Museum das gemacht hat und die Collagetechnik ist hier vielleicht, nach meinem Dafürhalten, vielleicht die einzige Möglichkeit mit der Zumutung des anderen, des Fremden zurecht zu kommen oder diese zumindest zu kritisieren und zu bearbeiten. Rudolf Wacker tat das nach langen zeichnerischen Übungen im Berliner Völkerkundemuseum 1921-22 nicht mehr. Seine Masken und Puppen sind eben nicht direkt mit afrikanischer Kunst konnotiert, leiten sich aber womöglich von der physiognomischen Verarbeitung der Kunst außer europäischer Objekte ab. Als Epilog und als Ausklang für meinen Vortrag habe ich Ihnen noch was mitgebracht. Es ist natürlich immer so ein Schocker, aber ich wollte es zumindest als Epilog für meinen Vortrag anbringen. Das stimmt natürlich nicht, habe ich falsch geschrieben, das ist nicht Berlin, das ist Basel, da oben drüber. Basel, 7. April 1926 und er besucht die Stadt, er schreibt eben, Basel ist eine sehr schöne alte Stadt mit viel Tradition, Stadt und Menschen scheinen sehr konservativ zu sein und von einem nicht durchaus sympathischen lokal stolz besessen zu sein, etc. pp. Im Zoologischen Garten, Seehunde bei der Fütterung, Gedankenstrich, die schlanke Schönheit der Somalieneger. Das soll so ein bisschen zum Abschluss die Fallhöhe dieses Themas demonstrieren, dass im Zoo neben den Seehunden gleich die Schwarzen anzutreffen sind, ist für uns heutige Leser natürlich eine große Zumutung. Sie war lange Zeit übliche Praxis, nicht nur von Hagenbeck, Sie kennen das, aus Hamburg bis nach Prag, bis nach Wien, bis überall hin, quer durch Europa eingeführt, sondern lange bestand der Zoos in Zürich, soweit ich weiß, sogar bis 1964. Das Wolf von Wacker, ich zeige Ihnen ein paar Plakate aus dem Zoologischen Garten in Basel, das Wolf von Wacker besuchte Senegal Dorf, konnte ich finden, das ist auf einer Webseite ganz gut aufgearbeitet, ich war also nicht im Staatsarchiv in Basel, auf der rechten Seite eben dieses Senegal Dorf ist wahrscheinlich das, was er gesehen hat, 1926. Was sich als langanhaltendes Erbe des Kolonialismus beschreiben lässt, als rassisches Vorurteil, als Ausstellen und Ausnutzen der Afrikaner, muss man, wenn es etwas krude ist, in den 20er Jahren mit den schwarzen Jazzbands, mit Tänzerinnen wie Josephine Baker kontrastieren, mit dem ihn eine andere Wahrnehmung in die Öffentlichkeit der europäischen Großstädte drängte. Und natürlich hätte ich hier leichthin Porträts von Schwarzen im Werk neusachlicher Künstler zeigen können, wenn vielleicht auch nicht viele oder nicht viele bedeutende, aber worum es mir ging, war eben der Nachweis, dass die Euphorie der Künstler für die außereuropäischen Objekte, wie bei Wacker, vielleicht nachließ und sich auf andere Kontexte im Rahmen der Großstadterfahrung konzentrierte. Ob sich Wacker besonders kritisch gegenüber all dem, dem Senegal-Borf und diesen ganzen Erfahrungen geäußert hat, kann diskutiert werden, wir wissen auch davon, durch die Arbeit von Herrn Sargmeister und damit komme ich zum Schluss. 1927 sah Wacker einen Afrika-Film, der die deutsche Herrschaft in Südwestafrika thematisiert und auch kritisierte. 1936 kritisierte Wacker im Tagebuch den Übergriff der Italiener auf Abessinien. Wacker weist auch im Tagebuch auf ein mangelndes Differenzierungsvermögen der Europäer im Hinblick auf außereuropäische Kunst hin. In Klammern, im gleichen Absatz auch auf die Höherstellung der europäischen Kunst. Als marxistisch interessierter oder orientierter Künstler hätte er sicher auch den Imperialismus als Ganzes kritisiert für meine Begriffe. Diese Tokenisierung, die Zerstausstellung, das zum Abbild machen, ist ihm vielleicht nicht entgangen und Sie sehen hier den Wiener neusachlichen Künstler Otto Rudolf Schatz von 1930 mit der Schaustellung. Ob und wie es in dieser Zeit zu einer kritischen Beschäftigung mit außereuropäischer Kunst oder gar mit einer Befreiung, wie Schatz hier meint, 1928 kommen konnte, muss offen bleiben. Vielen Dank. Herzlichen Dank für den Vortrag, der uns quasi an den Anfang von Wackers zeichnerischem Wiedereinstieg in das Leben in Mitteleuropa zurückgeführt hat. Und der Besuch von solchen Megadörfern, das war quasi bei Wack immer Pflichtprogramm, weil er auf Reisen war, das hat er nie ausgelassen. Also das Interesse am Exotismus, das Interesse am Anderen und so, das glaube ich, ist evident und das wurde für ihn auch nicht kritisiert, aber was mir sozusagen ästhetisch oder kunsthistorisch oder kunstwissenschaftlich jetzt bei deinem Vortrag so wirklich interessant vorkam, nämlich dieses verzweifelte Suchen, warum kommt das nicht vor in dem legitimierten Werkverzeichnis von Rudolf Wacker. Und man kann ja sagen, oftmals sind natürlich Sachen, die nicht vorkommen, viel wichtiger als Sachen, die vorkommen. Das heißt, es ist das Ausgeschlossene bestimmt das, was du siehst, viel stärker als das, was überhaupt nur eingeschlossen ist. Das heißt, in der Literatur gibt es so einen Begriff der Literaturfähigkeit. Also zu welchem Zeitpunkt und von wem wird was in Literatur verwandelt. Und da gibt es natürlich, der Realismus hat andere Sachen literarisiert, als es die Klassik gemacht hat, die Romantik andere Sachen, als es heute die Popliteratur gemacht hat. Also die Jacke von dann von Christian Kracht, das wäre quasi in der Klassik der Form nicht möglich gewesen. Das heißt, da muss man glaube ich darüber nachdenken, wenn man nochmal einen so einen Blick auf das Werk von Wacker richtet, was kommt nicht vor? Und nicht vorkommen sicher solche Sachen, die er nicht abmalen konnte. Also es gibt natürlich auch keine andere Form, die er sich nur über Zeichnung angeeignet hat, die dann später ins Stillleben verwandelt wurden. Und es kann natürlich auch sein, dass nicht vorkommen, kommen natürlich Sachen, die er nicht selbst sah. Also das finde ich schon interessant und die auch nicht, und das finde ich noch ein entscheidender Punkt, weil er hat diese Sachen ja nicht auf der Straße aufgelesen, sondern in einem Museum abgezeichnet. Also solche Sachen, wo kommen die Gegenstände überhaupt her? Das sind so Sachen, die ich jetzt sozusagen als Anregung von deinem Vortrag mitnehme. Was nicht vorkommt, macht oftmals die Sachen klarer, die vorkommen. Nur als kurze Nachfrage, würdest du das auch mit einer praktischen, im Sinne, es wurde nicht aufgenommen und aber es nicht verschwinden lassen oder sowas in der Richtung? Das muss ich, genau, die Idee, die Zeitung ist ja noch da und bei Wacker, der hat sie ja auch aufbewahrt, der ist ja nicht weggeschmissen. Ich habe noch eine Überlegung gehabt, ist eher so ein Gedankenspiel. Ich habe immer den Eindruck, dass diese Stillleben von Wacker auch so einen Vitrinencharakter haben und dass eigentlich diese Zeichnungen, die er da in den Museen macht, die sind ja auch alle in Vitrinen oder an der Wand, also die haben ja alle einen wahnsinnigen Ausstellungscharakter, dass er da auch eher den Ausstellungscharakter oder das Ausstellen von Objekten mitübt, wahrscheinlich auch nicht bewusst, aber so, dass das irgendwie auch noch so zusammenkommt, also obwohl das jetzt vielleicht nicht als Objekt mehr vorkommt, aber so diese Vereinzelung der Objekte, diese Konzentration auf das Objekt, was das Objekt noch an Schwingungen mit sich bringt, diese Unheimlichkeit, diese komische Zweideutigkeit, ist das lebend, ist es tot, dass das alles eigentlich vielleicht auch eingeübt wird, obwohl es dann hinterher nicht mehr auftaucht. Ja, vielen Dank, ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis für Wacker, den Museums- und Ausstellungsbesucher, das ist wahrscheinlich zentraler Punkt für ihn, der wirklich akribisch die Museen besucht hat. Ja, danke. Ja, etwas ist mir, kommt mir auch immer mit dem Begriff, man hat ja eigentlich für die österreichische Zwischenkriegszeitmalerei sehr früh auch den Begriff des magischen Realismus gefunden, um eben auf diese doch wesentlichen Unterschiede in der Herangehensweise zwischen den deutschen neuen Sachlichkeitmalern und den in Österreich ansässigen. Und ich glaube, dass das Begriff des Magischen ist schon auch entscheidend, auch in dem, was Sie in Ihrem Vortrag waren oder auch bei Ihrem Vortrag, die Magie des Kultes im Endeffekt auch. Und ich denke mir, er hat ja auch sehr viele Volkskunstarbeiten immer wieder in seinen Bildern, ob es die Kruzifixe sind, also das rote rumänische Vasentopf und auch sonstige verschiedene Arbeiten, die er zusammengesammelt hat, auch aus Antiquitätengeschäften, aber die ihm natürlich auch vertraut waren, weil die Vorarlberger Kultur war ja tief verwurzelt, auch tief christlich verwurzelt und das war ja eine Omnipräsenz, die er auch verarbeitet hat. Und ich denke, wenn er das in Berlin gesehen hat, hat ihm das wahrscheinlich auch berührt, weil das natürlich auch Kultobjekte waren, die einmal von ganz großer Bedeutung für Völker gewesen sind, die aber für ihn dann wesentlich dann immer so die Bedeutung hatte, weil das ja doch eine fremde Kultur ist. Aber das Zurückgehen und diese Suche nach dem Kultischen, das ja auch das Verwurzeltheit ausdruckt, also die Suche nach einem gewissen Heimatgefühl. Das ist wahrscheinlich, zieht sich auch durch sein Leben, auch durch die Erfahrung des Krieges und die total wegbrechend einer gesellschaftlichen Ordnung, dass das so ein Festhalten war und dass er deswegen auch diese Kultobjekte oder diese Magie des Gegenständlichen. Ich habe mir auch gedacht, bei diesen Puppen, die er da immer wieder zeigt, ist ja fast wie das Jesuskind, nur in anderer Form. Also auch so etwas, was ihm vertraut war jetzt, also nicht, dass es eine Verweiblichung oder sonstiges des Jesuskindes war, aber die Tradition, vor allem in der österreichischen christlichen Kultur, dass man etwas Puppenhaftes hat und mit diesem Puppenhaften etwas Religiöses, etwas Kulthaftes, etwas ganz Indiges auszudrücken, versuchte. Das ist eine Stellvertreter-Sache. Ich habe nochmal das Gefühl, ich kriege so kluge Hinweise, dass ich auch nichts Kluges zurücksagen kann. Ich muss nochmal darauf hinweisen, dass der Rudolf Wacker und die Familie Wacker eine schwernationale und schwer antikatholische Familie war und das zeigte sich daran, zum Beispiel eine kleine Anekdote zur Auflockerung dieses ansteigenden Diskurses, dass sein Bruder Romedius, der war im Gymnasium und hat am Aschermittwoch eine geweihte Hostie in den Ofen geworfen und daraufhin hat er in der ganzen Monarchie Schulverbot und den musste man dann nach Zürich in die Schule schicken, damit der Mann überhaupt ein Abitur machen konnte. Also Wacker quasi mit christlichen, ist schon klar, nur, ist es ja eine Kultur, die ihm vertraut war. Ob er da im Gegensatz zu Opportunismus das bekämpft hat, ist ja was anderes, aber dass er dem nicht entkommen kann, weil es einfach altgegenwärtig war. Also vielleicht auch die Erfindung eines neuen Art von Kultus. Danke, ja. Ja, ich versuche es mal irgendwie für mich auch irgendwie zu sortieren, weil ich das... Vielleicht hilft mir das dabei. Nee, weil ich das total Interessante finde, wie, ohne dass ich es jetzt wirklich zusammenbringen kann, die Dinge aber irgendwie zueinander in Bezug stehen. Und ich will vielleicht anfangen mit den Zeichnungen selbst. Weil was mir auffällt, ist die Differenz sowohl zu Einstein, was der beschreibt, als auch zu dem, was die Expressionisten machen. Und deshalb würde ich versuchen, im Grunde von der Differenz Wackers zu diesen beiden Positionen im Grunde zu argumentieren und zu sagen, naja, die Zeichnungen haben für ihn eine bestimmte Funktion und er muss die Objekte selbst gar nicht dann in seine Stillleben hineinbringen, sondern sie laden vielleicht, sie geben ihm ein Bewusstsein dafür, dass er etwas aufladen kann. Also das wäre dann vielleicht diese Magie der Dinge und so weiter und so fort, weil es sind ja aus diesem spezifischen Kontext erwachsene Figuren. Also das wäre sozusagen meine Frage an dich, weil was ich dich richtig verstanden habe, war, dass du gesagt hast, und das wäre ja jetzt auch der Versuch des Transfers, also da ist jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt beschäftigt, der sich intensiv, aber wir finden es in dem Werk nicht wieder und dann war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, deine These zu sagen, er schafft sich einen Vorrat an Physionomien. Und das würde mir jetzt ein bisschen fehlen, weil dann würde ich sagen, okay, aber dann müsste man ja, wo taucht das denn in den Bildern selbst auf? Physionomisch, das müsste ja im Grunde nachgewiesen werden. Das habe ich nicht gemacht, den Nachweis. Aber könntest du? Wolltest du? Nein, ich weiß es nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wenn wir uns das Porträt rechts anschauen, als Selbstbildnis, als Maler, mir ist bei einigen dieser Zeichnungen aufgefallen, dass dieser Kopf dieses Selbstporträts durchaus mit Zeichnungen dieser archaischen Köpfe, nämlich exotischen Köpfe zu vergleichen sind. Und für mich dieses Studium dieser Berliner exotischen Objekte weniger mit Exotismus zu tun, als mit der Suche nach archaischer ursprünglicher Kraft, einer expressiven Kraft, die ihn sicher fasziniert hat. Die lange Nase, die tiefliegenden Augen, dieses besondere Herausarbeiten des Gesichtsfeldes hat für mich durchaus eine Parallele. Und ich glaube, es wurde sogar zitiert, eine Tagebuchstelle, wo er sagt, dass er sich sowas erarbeitet. Nicht aus dem gleichen Verhalten heraus wie Picasso oder die Leute der Brücke, die ja die Dinge auch wirklich abgebildet haben, als Sensation, sondern als optisches Reservoir. Und mit dieser Referenz auf vergangene, archaische, ursprüngliche Gesellschaften sich dann auch die Legitimation holt, ich bin wirklich ursprünglich. Ich bringe nicht das langweilig europäische, manierierte zum Tragen, sondern das sind wirklich die Kräfte. Und diese Suche nach den ursprünglichen Dingen war ja, ich weiß nicht, ob heute da klinzitiert worden ist, war ja gerade in dieser Generation auch in allen Facetten zu spüren. Bitte. Ich hätte dazu, zu dem, was Sie gesagt haben, nur einen ganz kurzen Kommentar. Bruno Latour hat ja dieses wichtige Buch geschrieben, wir sind nie modern gewesen. Und zwar vertritt er da die These, dass eben diese Einspeisung zum Beispiel solcher Objekte aus Afrika, Ozeanien, also diese ganzen Ethnografika, eigentlich eine Spiegelung unserer eigenen Regressionen, unserer eigenen Nacktheit, unserer eigenen Dinge, die in uns drin sind, also in unserer eigenen Kulturgeschichte sozusagen spiegeln. Und das würde ja genau dem entsprechen, was Sie eben gesagt haben. Aber um noch ganz kurz zu antworten auf Sie und auf dich. Ich glaube, dieses Kultische, das ist ein wichtiger Hinweis, man muss eben jetzt fragen und weiß nicht, ob ich das leisten kann, er war ja zwei Monate in Hermannstadt in Rumänien und hat eben sich dort die folkloristische Kunst angeschaut und hat sich auch die christliche folkloristische Kunst angeschaut. Man muss eben jetzt die Frage stellen, ob man das vergleichen kann oder will. Das wäre so die Frage, der man nachgehen könnte. Ich würde dann ein Fragezeichen dransetzen, ob das geht, aber es liegt nahe. Ich würde das trotzdem erst mal in Zweifel stellen. Und bei dir würde ich sagen, das ist auch ein wichtiger Hinweis mit den Zeichnungen, dass die eine Differenz aufweisen zu Einstein und den Expressionisten. Die These mit der Physiognomie, das habe ich mir ausgedacht. Das ist einfach eine Sache, die man einfach ablesen muss. Man muss einfach diese Kanalisierung irgendwie benennen. Ich weiß nicht, ob ich, wie Sie sagen, das auch wirklich nachweisen kann an den Selbstporträts. Aber ich würde behaupten, dass wenn man eben immer solche Antlitze und solche Objekte sieht, die einem eine Schauseite geben, ein Gesicht zeigen, dass man das vielleicht irgendwie dann erklären kann mit dem restlichen Werk. Ich habe das auch noch nicht gemacht, keine Ahnung. Ja, ich hatte gerade gesagt, dass Herr Kieke gesagt hat, ich würde das versuchen, mit einem Selbstportrack zusammenzubringen, weil ich dann das Gefühl hätte, es kann ja genau der Ansatzpunkt sein, wenn es um eine Thematisierung von Männlichkeit geht, genau da dann etwas zu finden, in der Selbststilisierung und auch als ein Reservoir von, so das wäre sozusagen rein spekulativ mal, könnte das ja ein Brückenschlag sein. Aber also in so eine Richtung würde ich denken, weil das könnte ja vielleicht eine neue Interpretation von Wackers Werk oder vielleicht auch das sozusagen Zusammendenken von mehreren Werkgruppen, könnte das ja irgendwie ein bisschen inspirieren oder vielleicht ein Ansatz sein. Ich weiß es nicht, ist jetzt wirklich ins Unreine gesprochen, aber wäre für mich jetzt so der Versuch, ein bisschen zusammenzufassen und zusammenzubinden, was wir heute insgesamt gehört haben oder punktuell heute gehört haben. Ich werde mal nachschauen, ob in dem nicht, es gibt ja ein Drittel des Werks von Wackers ja nicht sichtbar. Da gibt es vielleicht einen Titel, aber es gibt natürlich auch keine Fotografien und so. Ich kann ja mal schauen, ob in diesen, wir haben die Titel, aber keine Bilder dazu, ob da vielleicht irgendeiner vorkommt. Da kann man doch mal weiter drüber nachdenken. Ich gehe gleich daher. Jetzt, nachdem wir wirklich interessant, doch viele Stunden wir alle miteinander über Wacker gesprochen haben, ist es an der Zeit, dass wir Wacker zum zum Reden bringen und ich freue mich sehr, eine Künstlerin ankündigen zu dürfen. Fangen wir mit dem Anfang an, einem der vielen Anfänge von Rudolf Wacker als Künstler. Nicht mit seinen Versuchen an der Wiener Kunstakademie aufgenommen zu werden, nicht mit seiner Zeit in Weimar als Kunststudent, sondern mit seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft in Sibirien im September 1920. Damit begann für ihn das Leben als Künstler, das er bis zu seinem Tod 1939 mit enormer Energie zelebrierte, Vorantrieb entwickelte. Er war auch ein denkender Maler, so zurückhaltend wie ästhetisch unbestechlich. Schon in den frühen 1920er Jahren formulierte er Gedanken, legte Rudolf Wacker Reflexionen nieder über eines seiner zentralen Motive, den Puppen, die schon in seinen ersten Gemälden ins Bild gesetzt werden. Oktober 1923 beim Malen von Puppen. Ich liebe sie so. Sie sind lebendig und wie Symbole. Sie scheinen in eine Komposition gebracht, Beziehungen zueinander zu haben. Sie unterhalten sich miteinander, agieren gemeinsam um ein gemeinsam Empfundenes. Andererseits ist dies alles wie Schwindel, eine bloß äußere Gebärde. Sie bleiben bei genauerem Zusehen Beziehungslose. Jeder bleibt in sich selbst verschlossen, ist nur mit sich beschäftigt, für sich beschäftigt. So sind Puppen ein Gleichnis. Die Menschen schneiden auch nur Grimassen. Alles bleibt im letzten Gebärde, Gleichnis, Sehnsucht. Wir können uns nur die Hände reichen, nicht ausfließen in die Welt, nicht ineinander überfließen. Nun aber ein Blick auf einen der wichtigsten Freunde Rudolf Wackers, auf den Juristen Josef James Genser. Rudolf Wacker und er haben sich im Kriegsgefangenenlager in Tomsk kennengelernt und sind ein Leben lang engste Freunde geblieben. Ihre Freundschaft spiegelt sich in einer umfangreichen Korrespondenz, die zwischen Bregenz und Wien geführt wurde. Der studierte Jurist Genser war nach seiner Rückkehr aus Sibirien bei der Polizei tätig. Er unterstützte Rudolf Wacker auch finanziell. Er warb Arbeiten von ihm und ihm haben wir auch zu verdanken, dass Marie Klimesch in die Bildwelt Wackers Einzug gefunden hat. Rudolf Wacker und seine Frau Ilse, die er in Berlin kennengelernt und 1922 geheiratet hat, versuchten in den Jahren 1923, 1924 in Wien, nachdem es in Berlin nicht geklappt hat, Fuß zu fassen. Ein Grund für Wien war die Möglichkeit, mit James verkehren zu können, aber auch die Aussicht, dass viele andere der Genossen aus der Gefangenschaft sich nun in Wien aufhielten und man so die Beziehungen wieder aufleben lassen könnte, die sich im sibirischen Tomsk gebildet hatten. Aber auch das Wiener Projekt des jungen Ehepaars scheiterte. Es war nicht möglich. Mit der Kunst in Wien, das musste Wacker rasch feststellen, war kein Auslangen zu finden. So zog man wieder in die elterliche Villa nach Bregenz, in der die Mutter lebte und auch der Bruder Franz, der im Erdgeschoss eine Augenarztpraxis unterhielt. Rudolf Wacker schreibt am 4. Jänner des noch jungen Jahres 1925 nach Wien an Josef Genser diesen Brief voll köstlicher Ordentlichkeit. Unser liebes Tschemsle, schönen Dank für deinen Brief vom 29. Dezember 24. Es ist brav von dir, dass du so rasch geschrieben hast und sollst du daher belohnt werden, heißt gleich wieder einen Brief bekommen. Übrigens, meinst du nicht, wir sollten die Gelegenheit, dass wir von dir fort, aber doch noch nicht so weit sind, benutzen, um uns recht oft zu schreiben? Dazu habe ich jedoch noch Zeit und ich schreibe so gern an dich, weil ich über gar alles und ohne Mühe um besondere Formulierung plaudern kann. Wenn du dir angewöhnen möchtest, prompt zu antworten, bleiben wir immer am Laufenden, wodurch das Schreiben angenehmer wird und schließlich sind wir hier für Briefe besonders empfänglich, dankbar und ihrer bedürftig. Dazu noch etwas, das zu empfehlen, mich dein Brief veranlasst. Recht schön, alles was du in ihm, zum Beispiel über die Geistigkeit, das Verhältnis zu den Frauen etc. mitteilst. Ich möchte das alles nicht vermissen. Aber doch hindert es mich nicht zu bemerken, dass du eine ganze Reihe von Fragen oder Bestellungen und dergleichen unbeantwortet ließest. Mach es wie ich und wie ich zurzeit Inse anhalten musste, es sich zur Gewohnheit zu machen. Bevor du einen Brief schreibst, nimm den Erhaltenen nochmal vor, lies ihn nochmal durch und schreibe dir dabei alle Punkte, auf die du antworten sollst, auf einen Zettel. Diesen Zettel hast du dann beim Schreiben neben dir liegen. So wirst du dann den Brief nicht eher endigen, bevor du nicht alle Punkte des Zettels durchgestrichen hast. Versprich uns doch im nächsten Brief, dir das nun fürs ganze Leben anzugewöhnen. Damit wirst du uns eine große Freude machen, uns alle Mahnungen für immer ersparen. Und was für ein Gewinn für dich, mein Lieber, dies reine Bewusstsein solch köstlicher Ordentlichkeit. So, so, du hast Frau Klimesch eine Kaktee geschenkt. Das hat mich an unseren geliebten Kaktus erinnert, der in der Weringer Straße 200 hinterblieben ist. Aber wir möchten noch lieber, er wäre bei dir. Und du ließest ihm alle Liebe angedeihen, bis wir wieder einmal kommen oder du ihn selbst hierher bringen kannst. Wieder einmal mit dir saufen und dann unendlich plaudern. Ach ja, wie gerne würde auch ich das. Leider übrigens vertrage ich nicht mehr so viel Alkohol wie früher, zumal Wein bekommt mir nicht gut. Ich war gestern Abend müde und zu drei König hättest du den Brief eh nicht mehr gekriegt. Ich habe mir das auch gewünscht am Silvesterabend, wieder einmal ordentlich zu trinken. Ich habe an Sibirien gedacht. Bei Gott, unsere Feste dort waren doch was Schönes. Es müsste lustig sein, wenn wir alle wieder an einem Silvesterabend in der Tomsker Baracke beisammen wären. Aber es würden viele die Stimmung damit verderben, den anderen zu zeigen, wie herrlich weit sie es indessen gebracht haben. Vielleicht wären aber auch solche, die nicht mehr zurück möchten. Ich male jetzt immer länger an einem Bild und dies, dass es mir immer mehr daran zu tun gibt, scheint mir ein sicherer Beweis des Fortschritts. Du müsstest schon einmal hier sein und meine neuen Materialien sehen. Ich denke, du würdest ihn auch konstatieren. Sie fangen an, Bilder zu werden, sind es wenigstens in der Tendenz. Wenn ich bedenke, wie fleißig ich eigentlich bin, wundere ich mich wieder, dass trotzdem nicht mehr als höchstens zehn Bilder zu zeigen wären. Aber es geht eben doch manches daneben. Das Gute ist nur, dass ich beim Beginn neuer Arbeit immer glaube, Früheres zu übertreffen. Die Puppen habe ich etwas satt bekommen und für einige Zeit versteckt. Ich habe jetzt die ersten richtigen Stillleben gemacht, wenn ich die Wiener nicht rechne und die Puppen, die für mich zu den Menschen gehören. Also Krüge, Flaschen, Früchte und dergleichen. In diesen letzten Arbeiten wirst du kubistische Anwandlungen finden. Das ergibt sich so. Ich zerlege eine größere Fläche, die gleichmäßig getönt etwas Statisches sein würde, in viele kleinere, zum Beispiel quadratische, dreieckige und kreisförmige etc., die ihrer Form nach zueinander und zu anderen Dingen rhythmische Beziehung haben. Und die in einer oder verschiedenen Farben abgestuft werden. Dadurch entsteht Bewegung. Dazu kommt noch dies. Dadurch, dass ich andere Stellen des Bildes naturalistisch male, bilden diese, zum Beispiel Früchte, Puppen etc., einen Kontrast zu den abstrakteren Formen des Hintergrunds zum Beispiel, wodurch abermals die Dynamik des Bildes eine Steigerung erfährt. Gegenwärtig arbeite ich an einem Selbstbildnis. Konzeption und Beginn wie immer vor der Natur, Ausführung auswendig. Daran arbeite ich wieder mit besonderer Lust. Vielleicht deshalb, weil wieder eine kleine Schweinerei drauf ist, was mir immer gut bekommt. Der Maler in meinem Kostüm, das du ja kennst, die Farben freilich etwas verändert, zumal die Mütze diesmal rot. Palette in der Hand, die andere, malende, verborgen hinter dem Bild, von dem dem Zuschauer die Rückseite zugekehrt ist. Aber auf dieser Rückseite male ich Frau Klimmisch à la Klebebild und das eine nur sichtbare, exhibitionierte Brüstchen ist dabei oben erwähnte kleine Schweinerei. Das Gesicht des Malers verbissen, fanatisch, ingrimmig, satanisch in der Farbe gelb und grün. Vom Interieur wird gezeigt ein Teppich, rot, auf dem er steht, ein Stuhl, ein Stück Ofen und Ofenrohr, ein Wandschirm, ein Fenstervorhang, ein Stück Boden, Wand, Decke. Die Figur im schrägen Spiegel von oben her gesehen mit daher herkulischer Brust und Kaulquappenfüßen. Das Ganze so komponiert, dass der Blick links unten anfängt und in der oberen Mitte im Kopf des Malers sich sammelt und dann in der rechten oberen Ecke ausklingt. Ich erfinde also auch hier immer wieder etwas Neues. Und wenn meine Erfindungen auch nicht das Glück haben, durchaus originell zu sein und als Erste des Jahrhunderts sich hervorzuwagen, wie es die der Genies zu machen pflegen, wenn sie also auch keine gerade hervorragenden Empfindungen sind und ebenso wenig, ja, noch weniger exzellente malerische Leistungen sind, so machen sie mir doch viel Not und viel Freude. Auch ist es sicher, dass ich, vorausgesetzt, dass ich lang lebe, immer Farben und zu essen habe, schließlich noch ganz anständige Bilder malen werde. Sie werden zum Guten der Zeit gehören. Und das ist, wenigstens bei Sonnenschein betrachtet, doch auch ziemlich sicher, dass sie auch ihre Käufer finden werden. Innächst, dein Rudolf Wacker war ein Mensch, der sich intensiv mit der Kunst beschäftigte, die vor und neben seinen eigenen Werken entstand. Unermüdlich besuchte er jedes Museum, das für ihn erreichbar war, rannte in der Großstadt von einer Galerie zur nächsten, auch immer um sich zu vergewissern, wie es um seine Kunst, seine Ästhetik im Vergleich mit jenen seiner Zeitgenossen stand. In Briefen und im Tagebuch gab er sich ausführlichen Reflexionen über das Gesehene hin. Zu seinen Leidenschaften zählte auch der Film. Als er im Sommer 1926 Eisensteins Panzerkreuzer Potjomkin sah, feierte er vor allem den Zusammenhang zwischen der russischen Avantgarde und der beginnenden neuen Sachlichkeit. Ein Jahr früher besuchte er mit seinem engen Freund Max Haller, einem Prägenzer Intellektuellen und Kommunisten, den wir später auch als ersten Besitzer des Selbstbildnisses mit Rasierschaum kennenlernen werden, in Zürich die internationale Kunstausstellung im Kunsthaus, die vor allem Werke aus Privatbesitz zeigt. Wackers Reflexionen und Gedanken erstrecken sich über viele Seiten. Man merkt sofort seinen extrem professionellen und auch gelehrten Zugang zu den Arbeiten. Hier als Beispiel Passagen zu Munk und Dix. Dienstag, den 8. September 1925. Mit Max Haller in Zürich gewesen, dort die internationale Kunstausstellung zu sehen. Munk. 14 Bilder, die mir unbekannt waren, dabei das Mädchen auf dem Sofa von 1913, das ich in der Abbildung so oft angeschaut habe. Ihr Kleid ist rot. Landschaft mit Figuren, 1904. Eine tollgrüne Wiese mit Löwenzahn, vorne Kinder, eins mit Schmetterlingsnetz. Ein heiteres Bild könnte man glauben. Auch dieses ist schmerzlich. Sein Jubel türmt sich immer über Abgründen auf. Stärkster Eindruck, Frau mit Kind in der Klinik um 1906. Die Klinik eigentlich nur eine anekdotische Verbindung, wie oft bei ihm lediglich aus den roten Bluttupfen auf dem nackten Kinderleib und anhand des Titels zu entnehmen. Die düstere Figur der Frau, zermartert, hart, dumpf vom Martyrium des Lebens. Das Kind, auch es nicht glücklich, auch es wie gepeinigt, aber es ist in dem hellleuchtenden Körperchen etwas Lichtes, etwas Sieghaftes. Sein Ausdruck wie der des Jesuskinds, schon alle Schmerzen wissend und überwindend. Dix. Die als Zeitdokument stärkste Sensation der Ausstellung. Im Café. Die schwarzen Herren mit den leichenfarbenen Köpfen vor dem dunkelroten Hintergrund, die schillernde Dirne am Tisch, darauf das realistische Café-Service, Silberpapier, das hat unmittelbaren Ausdruck, das ist nicht illustrativ, sondern gestaltet. Das Bildnis Usarski zeigt seine Gefahr, in der Fratze zu verbleiben und einer Manier zu verfallen, am deutlichsten. Das 249 mal 226 große Schützengraben-Bild von 1922 ist überwältigend. Der Einwand Panoptikum, den viele werden erheben wollen, versagt vor diesem Monument. Die Tatsache, dass da einer den Krieg gemalt hat, wie überhaupt noch nie Krieg gemalt wurde, dass einer die Kraft hatte, sich in diese Scheußlichkeiten noch mal zu versenken und darin auszuharren, bis dieses Bild vollendet war. Diese Tatsache allein als Dokument betrachtet, ist viel zu groß. Vor ihr verstummen die Argumente der Artisten. Übrigens ist das durchaus ein Bild, hat als ganzes Form und hat im Einzelnen eine Fülle wahrer Beobachtung. Ich kenne diese zerspaltenen Köpfe mit heraushängendem Hirn, die Merkmale eines letzten, schon nicht mehr mit dem Militär zusammenhängenden menschlichen Kampfes, dicht daneben die Überreste aus dem Alltag des Kriegslebens. Barbüs hat dasselbe, diese durch grässlichen Zufall sinnlos zusammengeschütteten Dinge oft aufgezeigt, diese in irgendeiner letzten Handlung oder Geste erstarrten Körper, die emporgereckten schwarzen Hände mit dem glitzernden Ehering, das alte, geronnene Blut, die Knochensplitter, Hirngewülste, oft dick aufgetragen, wie modelliert, Stacheldrähte, Stoffstücke mit frischem Blut bespritzt, das Blutrot direkt darüber gespritzt, ah, endlose Reihe entsetzlicher Dinge. Der Himmel, so süßlich, auch eher voll dieses Pulverdampfs und dieses widerlich süßen Leichengeruchs. Und dennoch ist da auch ein Regenbogen. Da unten ist schon alles erstarrt, oben aber blüht ein Regenbogen. Auch das habe ich selbst erlebt. Und in der Erde sind kleine Flecken von der Zerstörung verschont geblieben, da sprießen noch Blümchen. Schauerlich ist dieses Bild, so schauerlich wie der Krieg. Diese stumme Anklage müsste mehr für den Frieden wirken als alle guten Reden der Pazifisten. Könnte das wirklich geschehen, dass dieses Bild sich der Masse einprägt, wie viel mehr wäre dann damit geschaffen als mit kostbarer Paentür. Goslar, unweit von Hannover gelegen, war ein weiterer wichtiger Ort für Rudolf Wacker. Von hier stammt seine Frau, hier lebten seine Schwiegereltern, ein Pastorenehepaar. Man bestieg oftmals in Bregenz den Zug, um in den Norden zu fahren. Wacker nützte die Gelegenheit, von Goslar aus Hannover zu besuchen und immer wieder wollte er nach Berlin. Im März 1929 klappte es. Dort traf er auf Gänser, der beruflich in der deutschen Hauptstadt zu tun hatte. In einem Brief an Max Haller feiert Wacker die Großstadt. Seine Vorliebe für dicke Frauen und analysiert seinen ewigen Konflikt, kann ein Maler in der Provinz bestehen. Goslar am 29.03.1929 an Max Haller. Es war schon sehr gut, dass ich in Berlin war. Ich bin vorzüglich aufgenommen worden und habe allerlei Erfolg gehabt und zwar mehr, als ich tatsächlich aufzeigen könnte. Es ist mehr eine Sache des Gefühls. Seit wir zuletzt in Berlin waren, ich glaube du 1922, ich 23, hat es sich augenfällig verändert. Verkehr und Betriebsamkeit bedeutend gesteigert, stark amerikanischer Einschlag, viel internationaler, auffallend eleganter, auch lebenslustiger. Frauen hübscher, gepflegter, zu meiner Freude auch die Dicken nicht ausgerottet. Eine Weltstadt, die Wien weit zurücklässt und anfängt Paris oder London den Rang abzulaufen. Freunde sagen es. Sie hat keine kostbare Tradition und keine alte Schönheit, aber sie ist gegenwärtig und ihr Tempo lässt ihre Hässlichkeit übersehen. Mehr, sie fangt an, eine neue Schönheit zu haben. Neue Architektur, Lichtreklame, moderne Verkehrsmittel, internationales Besalmensein und so weiter. jene Schönheit, welche Wittmann, Werra Rern, Van der Felde etwa am frühesten meinten. Eine harte Stadt, von der jeder etwas will, die ihrerseits von jedem verlangt. Vor allem eben absolut gegenwärtig. Und das ist erfrischend. Ich war von einer unermüdlichen und mannigfachen Aktivität, sah fast alle alten Bekannten wieder, lernte viele neue Leute kennen, besuchte die Museen, Ausstellungen, Kunsthändler etc. Er fasste von der Stadt so viel wie nur möglich war. Sogar noch das nächtliche Berlin verschiedenster Nuancen, dies mit meinem Freunde James, der Geld hatte und es gerne ausgab. Er war dienstlich da und die Nachtstunden waren die einzige Zeit, welche wir füreinander hatten. Was ich an Kunst sah, davon mündlich. Das Wichtigste, ich habe den bestimmten Eindruck, gut daran getan zu haben, diese Jahre in der Stille unserer Heimat zu bleiben und soll ruhig zurückkehren, um dort weiter zu arbeiten. Ilse lässt dich herzlich grüßen. Sie ist im Gesicht etwas schmaler geworden, aber sonst dicker. Wir erwarten für den Sommer ein Kind, mein Lieber. Bitte auch deiner Mutter und Fräulein A. von uns schöne Grüße. Auf Wiedersehen. Herzlich, dein Rudolf. In Wien war Reichel sein Mittelsmann und Mann, auf den Wacker auch seine Zukunft setzte. Er erwarb für die Albertiner Zeichnungen von Wacker und versuchte auch sonst, dass Wackers Arbeiten Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wacker unterhielt mit ihm einen ausführlichen Briefwechsel. Im September 1933, Hitler war in Deutschland an der Macht, schreibte er an Reichel über eines seiner intensiven Wien-Besuchsprogramme. Dabei gezielt die Albertiner und die österreichische Galerie gegeneinander ausspielend und sich selbst positionierend. Verehrter lieber Herr Doktor, es tut mir sehr leid, dass es in der langen Zeit, die mit so vielem ausgefüllt war, mir nicht mehr möglich war, nochmal zu Ihnen zu kommen. Vielleicht komme ich bald wieder nach Wien. Allerdings leben wir in einer so unruhigen Zeit, dass es schwer ist, auch nur Monate voraus, Pläne zu machen. Wie viel Urlaub müssen Sie übrigens in letzter Zeit gehabt haben, da die Albertiner an so vielen Plätzen ihre Schätze ausgebreitet hat? Und diese Ausstellungen sind alle vorbildlich. Selbst das inhaltlich und formal verschiedenstartige Material der Prinz-Eugen-Ausstellung ist mustergültig aufgestellt. Ich war in der Akademie-Galerie und im Kunsthistorischen Museum sah zum ersten Mal in der neuen Ordnung die Galerie des 19. Jahrhunderts und die moderne Galerie. Ich habe mich daran erinnert, wie ich als 17-Jähriger glaubt, jene Bilder wegen ihrer genrehaften Sujets ablehnen zu müssen. Auch heute bin ich geneigt, gerade das Vorhandensein ihrer Inhaltlichkeit zu schätzen. Und außerdem erweist sich ihr hoher Gehalt an malerischer Genialität. Diese Österreicher sind keine Genies, aber es sind Maler von sehr schönem Niveau und derer ist eine große Reihe. Die moderne Galerie hat mich sehr enttäuscht. Der außerösterreichische Bestand ist kläglich gering. Die Österreicher hätte man mehr, auch instruktiver wählen können. Den mit etwas dekadenter Erotik aufgeputzten dekorativen Spielereien Klimts gebührt heute kein Saal. Man hätte da mit Eggerliens einigen gut gewählten Bildern mehr Ehre eingelegt. Und warum sind von dem einzigen großen österreichischen Maler von Kokoschka nur zwei frühe Bilder da? Schiele hält auch nicht stand. Die Reihe der in der Wiener Sezession emporgehievten Maler ist schwach. Die breitvertretenden Kärnten halten auch nicht. Am besten Wiegele. Es fällt mir ein, dass Herr Grimmschitz mir vor zehn Jahren gesagt hat, dass er mit einer gut gewählten österreichischen Kollektion imstande sei, die ganze deutsche Produktion zu schlagen. Wenn er bei der Auswahl und Anordnung dieser Sammlung hauptbeteiligt sein sollte, dann hat er sich jedenfalls geirrt. Hoffentlich tue ich Ihnen nicht wehe. Ich bin selbst ein Österreicher und ich liebe unsere Österreicher. Eben deshalb mit den herzlichsten Grüßen Ihr ergebener Rudolf Wacker. Das Büro von Reichel war auch Anlieferungsstelle für Bilder, die er nach Wien verkaufte. So etwa als sich Josef Genser entschied, Felders Haubensteißfuß zu kaufen. Im Juli 1930 schreibt Wacker an Genser, der sich in Klamm am Semmering zur Sommerfrische aufhielt, Geliebter James, gestern habe ich ein Bild nach Wien per Eilgut gesandt und habe diese Gelegenheit benutzt, auch euer Bild den Haubensteißfuß dorthin zu befördern. Wenn ihr also von Klamm zurück seid, begib dich zu Herrn Regierungsrat Dr. Anton Reichel in der Albertina, Wien 1, Augustiner Bastai 6 und nimm das Bild in Empfang. Du kannst es in Papier gepackt, bequem in der Tram, wobei du nur achten musst, dass niemand in die Bildseite tritt, noch bequemer in einem Taxi nach Hause bringen. Wenn jemand nach dem Preis fragt, nenne das Doppelte deiner Zahlung. Wenn das andere Bild der Kommission nicht zusagen sollte, möchte ich dich bitten, vorläufig auch dieses mit dir zu nehmen. In diesem Fall beide Bilder mitsamt der Kiste. Gegen Ende des Monats kann Wacker an Gänser schreiben. Lieber James, es hat mich sehr gefreut zu hören, dass der Haubensteißfuß nun in eurem Musikzimmer hängt. Aber warum hast du nichts davon gesagt, wie sich das Bild dort ausnimmt? Nichts von Traudelsfreude und deiner eigenen erneuten Begeisterung? Es muss dich doch ziemlich verrückt machen, dieses erste erworbene Bild in den eigenen Wänden. Das Glück, dass es ein so gutes Bild ist und so billig. Auch, dass du dich mit Dr. Reichel gut verstanden hast, freut mich, dass er deinen Nachteilen, der Tradition, die der Unbedenklichkeit entgegenhält, ist begreiflich. Im September 1934 richtet Wacker ein verzweifeltes Schreiben an Anton Reichel. Verehrter lieber Herr Doktor, für den österreichischen Staatspreis schicke ich nichts ein. Ich habe kein Geld dazu. Und außerdem nehme ich an, dass man hierfür ein mehr allgemeingefälliges Bild wählen wird. Von der geplanten Tiroler Ausstellung in der Sezession habe ich nichts wieder gehört. Ulkig, dass den Tirolern zur Zeit der Glaspalast nicht gut genug war und dass jetzt eine Egerlienssitzung war. Ich hätte diese späten und besten Bilder meines verehrten Lehrers gerne beisammen gesehen. Seit dem großen Stillleben mit dem Holzkopf und einer Säule und mein Selbstbildnis habe ich nur kleine Bilder gemalt. Weil ich keine Bretter mehr kaufen kann, habe ich das Letzte zersägt. Gegenwärtig male ich Pilze. Eine neue Leidenschaft, dies Fleisch der Armen aus dem Walde und an einem moderigen Winkel ein fast holländisches Sujet, wobei es schwierig sein wird, das eminent Malerische davon in Einklang zu bringen, mit meinem Willen, alle Gegenstände deutlich darzustellen. und viel Akt habe ich gezeichnet. Das blöde Geschrei vom Heroismus in der Kunst. Wenn die Leute wüssten, wie viel Heroismus überhaupt heute schon zum Malen gehört, wie sollen sie ahnen, den wirklichen Heroismus der kleinen Dinge, deren Sprache doch so viel lauter ist als die der Menschen. Wir haben uns wieder elend den Sommer durchgefrettet und ich habe Angst vor dem Winter. Es ist oft zum Verzweifeln und ich erwäge dann, wie ich aus dieser erbärmlichen Situation endlich herauskommen könnte. Ob ich auswandern soll? Ein Freund schreibt mir, dass in Russland alle Künstler ihrer Arbeit nachgehen können und zu leben haben. Ich kann mich nach meinen früheren Erfahrungen dort so schwer dazu entschließen. Je älter man wird, desto schwerer. Ich denke auch daran, ob es nicht möglich wäre, in Wien eine Professur zu bekommen. Selbst wenn gerade keine Stelle frei ist, müsste sich mit der Zeit etwas finden. Schließlich kann die Akademie ja auch nicht ewig das bleiben, wie sie war und ist. Vielleicht könnte ich ja beim nächsten Aufenthalt in Wien an höchster Stelle vorsprechen. Wie ich höre, war Dr. Schuschnick doch danach in meiner Ausstellung in Venedig und sehr interessiert. Wenn Sie in dieser Sache etwas erfahren oder mir mitteilen können, tun Sie es bitte. Mit den herzlichsten Grüßen immer gleich, Ihr Erbpunkt Wacker. Wacker bleibt in Bregenz, wandert nicht nach Russland aus, eine seiner letzten großen Hoffnungen, in Wien eine Professur zu bekommen, betreibt er mit allem strategischen Geschick, das ihm zur Verfügung steht. Dass sein Bild, Stillleben mit zwei Köpfe, auf der Biennale in Venedig zu sehen war, ermuntert ihn zudem. Aber aus allem wird nichts. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Seit dem Lager in Tomsk ist er ein starker Raucher. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, muss er sich Hausdurchsuchungen und Verhören aussetzen. Er gilt als Kommunist, was er sicher nicht war. Er erleidet zwei Herzinfarkte. Freunde ermöglichen es, dass er in St. Gallen in der Schweiz behandelt wird. Dort richtet er einen Brief an Hermann Hesse, den er in Weimar vor dem Ersten Weltkrieg kennengelernt hatte. St. Gallen, Kantonspital 1, 12. Februar 1939, im Bett. Verehrter Herr Hesse, im Herbst habe ich Ihnen von da aus eine Karte geschickt. Sie sollte nur ein Lebenszeichen sein. Nun bin ich schon die vierte Woche hier im Spital, nachdem ich schon zu Hause zwei Monate erfolglos gelegen bin. Und immer ist mir, ich müsse Ihnen einen Brief schreiben. Nun wissen wir wohl, dass Sie nicht gern Post kriegen, aber mit einem Kranken mögen Sie Nachsicht haben. Sie werden ja genug Nachrichten über unser Land lesen können, auch viele persönliche Mitteilungen erhalten. Es werden viele schlimme Dinge darunter sein und manches wird Ihnen nahe gehen, Wehe tun und Sie kränken. Da haben Sie vielleicht auch an mich gedacht und möchten hören, wie wir die Zeit überstanden haben. Also eigentlich recht schlecht. Es hat meinem Herzen sonst nie was gefehlt und es hat fürwahr in den Kriegs- und Nachkriegszeiten genug mitmachen müssen. Und nun war es, als sei ihm dies auf einmal zu viel. Der Verlust unseres klein gewordenen, armen und so geliebten Österreich, das Grauen über den Sieg der Lüge und der Gewalt. Natürlich auch allerlei Schreck, Unbill und Schmerz ist über uns gekommen, aber das ging noch an und jetzt dürfte ich Ruhe haben. Der todnahe Anfall vom Sommer, Angina pectoris und Infarkt, wie sich zeigt, hat trotz aller Schonung nun sein Nachspiel. Ich bin nur froh, dass ich hierher kann, zu genauer Untersuchung und einer ebenso genauen Kur. Was mir an Invalidität bleiben wird, damit werde ich mich schon abfinden. Ich brauch doch nur zu denken, wie leicht hätte ich vor 25 Jahren ganz erschossen werden können. Und jetzt, in meinem 46. hat's mich erst und hat das Herz nur gestreift. Aber ich bin nie ernstlich krank gewesen, ohne Wissen und Übung und muss alles erst lernen. Da mögen Sie sich vorstellen, mit welcher Aufmerksamkeit ich hier Ihren Kurgast gelesen habe und mit so viel Genuss und Freude die Nürnberger Reise. Übrigens, ein paar Jahre später kam ein Bild ins Ulmer Museum. So kannte ich den verdienten Professor Baum, dem man dann auch so übel mitgespielt hat. Und Ihr Freund Schöck, der ist befreundet mit meinen hiesigen Freunden. Es ist so eine Wohltat, einige Zeit die Luft dieses glücklichen Landes zu atmen, um das wir oft auch schon Sorge haben. Glauben Sie, es ist schwer, inmitten von Kasernen, Exerzierplätzen, ausgeliefert der Herrschaft, gerade des Unteroffizierstyps, in allem und jedem bevormundet und vor allem inmitten so vieler Lügen zu leben. Man muss in der Hingabe an die Natur Kraft und Gleichmut gewinnen, auf das man nicht verliere den Glauben an Menschlichkeit und Gerechtigkeit. In der aufrichtigsten Verehrung, Ihr R. Wacker. Dies ist der letzte Brief, den Wacker geschrieben hat. Er stirbt zwei Monate später, am 19. April 1939. Der Krieg beginnt. Nach dem Krieg muss Wackers Witwe Ilse zusammen mit ihrem einzigen Kind Romedius Trachten zu überleben. Der Verkauf der vielen Bilder und Zeichnungen, die Rudolf im Atelier hinterlassen hat, eine Option. Dazu braucht es aber auch Käufer. Freunde und Bekannte von Rudolf sind ihre erste Wahl. An Max Haller schreibt sie, 1946, Lieber Herr Haller, nachdem ich bis heute vergeblich auf Ihren Besuch gewartet habe, den Fräulein Arnold bei Herrn Högler für mich in Aussicht stellte, erlaube ich mir, auf diesem Wege bei Ihnen anzufragen, ob Sie die Absicht haben, das Selbstbildnis meines Mannes, Selbstbildnis mit Rasierschaum, in Ihren Besitz zu bringen. Ich nehme an, dass Ihnen der Briefpreis hierfür für Sie 2000 Schilling bekannt ist. Das entspricht etwa einem heutigen Wert von circa 10.000 Euro. Unter Freunden würde Rudolf in diesem Falle sagen. Und ich ersuche Sie mir den Betrag in entsprechenden Raten oder auf einmal je nach Ihrem Belieben entrichten zu wollen. Ein anderer Preis kann bei dem gegenwärtigen Geldwert und ungesicherten heutigen Verhältnissen nicht in Frage kommen. Sie werden wissen, dass Romedius seit September dieses Jahres in der höheren Staatsgewerbeschule in Innsbruck studiert und dass ich über keinerlei Einkünfte verfüge, ausgenommen einen relativ geringen Mietzins von monatlich 80 Schilling. Ich bin also in erster Linie in Romedius' Willen auf einen regulären Verkauf der Werke meines Mannes angewiesen. Sollten Sie aus irgendwelchen Erwägungen heraus nicht in der Lage sein, das betreffende Selbstbildnis Rudolfs käuflich zu erwerben, so müsste ich Sie bitten, es mir wieder zurückerstatten zu wollen. In jedem Fall aber müsste ich Sie um Ihre baldigste Antwort ersucht haben. Ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit ein klares Bild der Angelegenheit gegeben habe und dass Sie meine Gründe zu würdigen wissen. In Gedanken an die freundschaftlichen Beziehungen, die Sie mit meinem Mann gepflegt haben und an Ihr absolutes Verständnis für das Werk Rudolfs, grüße ich Sie herzlich. Ihre Ilse Wackermöbius. Die Zeit vergeht. Ilse und Romedius werden letztlich aus der Villa, die Wackers Vater gebaut hat, ausziehen. Ilse stirbt im Jahr 1991. Romedius 2014. Dessen Tochter Alexandra wird eine ausgezeichnete Malerin. Die Bilder Rudolfs wechseln die Besitzer. Das Selbstbildnis mit Rasierschaum wird von Max Haller noch zu Lebzeiten verkauft, bleibt aber in Bregenz. Seit kurzem hängt es hier in Rodaun. Und so endet dieser Abend mit der Zuversicht, dass Wackers Werk heute von vielerlei Seite wahrgenommen wird. Sie sind eine davon. Herzlichen Dank. Applaus Liebe Esther Holoschi, von unserer Seite herzlicher Dank. Eine derartig einfühlsame, ernste, humorvolle Interpretation der Briefe, die, und da kommt der nächste Dank von Jürgen Thaler, so vorzüglich begleitet und ausgesucht worden sind. Es ist eine wirkliche Freude. Und ich denke, es ist ein wunderbarer Abschluss dieses Tages, der einiges Sitzfleisch von uns verlangt hat, aber der, wenn ich nach mir gehen darf, sehr vieles an Ja sagen und Stimmigkeit und Empfindung, auch an das Gefühl des Nähereindringens. Ich für meinen Teil habe so ein abgeschlossenes Rudolf-Wacker-Bild gehabt und abgeschlossenes ist immer schlecht. Und ich freue mich sehr, dass dieser heutige Tag dieses Abgeschlossensein wieder geöffnet hat und wir einem Maler Tribut zollen konnten von so verschiedener und berufener Seite, der Wesentliches für die österreichische Kunst und auch für unser Bewusstsein und Lebensvorstellung geleistet hat. Ich möchte Danke sagen, noch einmal Ihnen, verehrter Herr Dr. Thaler, für Anregung, Auswahl, Vermittlung der hier Sprechenden. Ohne Sie hätte alle unsere Bemühungen, auch alle Bemühungen unserer Fabienne Pohl, der ich auch danken möchte, die also mit großem Verständnis, Übersicht und Genauigkeit diesen Tag organisiert hat, keine Chance gehabt. Ich möchte auch dem Team meiner Firma danken, meinem Sohn Alexander Larabandion. Ich möchte dem technischen Support danken, Robin Weigelt. Und ich möchte ganz besonders dem Gastgebern danken. Sie haben mit Ihrer Großzügigkeit zur Verfügungstellung, nicht nur durch die Institutionalisierung dieses Museums, sondern auch der Bereitschaft, uns hier wüten zu lassen, mir zumindest und ich bin überzeugt, auch einer ganze Reihe von uns einen außerordentlich schönen Tag gemacht. Und ich denke auch der Wacker-Forschung einer Dienst erwiesen, wir werden das, was wir heute gehört haben, in einem Tagungsband publizieren. Wir wissen auch, dass das, was wir heute gehört haben, ins Netz gegangen ist, gestreamt wurde, dass das auch abrufbar ist, solange man will. Vielleicht wollen Sie noch einen Satz sagen. Herr Dr. Giesse, wie immer muss ich das letzte Wort haben. Ich meine, jemand muss ja auch Ihnen danken, wenn man allen anderen gedankt hat. Ich möchte mir also mal zuerst dem Dank des Dr. Gieses anschließen. Alle Vorrang haben es wirklich gut, spannend und gut gemacht. Dafür auch danke und allen anderen, die mitorganisiert haben. Aber danke dem Dr. Giese, der mich ja in der Kunst nahezu ein Leben lang oder meine ganze Sammler-Tätigkeit nahezu 50 Jahre auch begleitet hat. Ohne ihn wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht der Sammler, den ich bin. Ohne ihn hätte ich vermutlich auch dieses private Museum nicht gebaut. Also in den 50 Jahren sind wir Freunde geworden. Und danke für Ihre Mühe und für Ihren Einsatz und für Ihren Schwung, mit dem Sie das gesamthaft fördern. Dankeschön und alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.